Es wird einfach geisteskrank werden. Also, wir werden komplett durchdrehen, Freunde. Das soll wohl das heftigste Live-Wert überhaupt werden. Der neue Chapter-5-Trailer wurde auch geleakt, Freunde. Ich sag euch ehrlich, werden wir uns gleich angucken. Also, ich sag euch, das wird ganz, ganz gefährlich werden. Äh... Okay. Ja, passt so, passt so, passt so, Leute, passt so. Zack. So. Ey, seid ihr ready? Seid ihr heute fürs Live-Event, oder was? Seid ihr ready? Ich würde sagen, Freunde, wir gehen erst mal... Ey, wir waren noch lange nicht live gewesen, aber dazu kommen wir gleich, Leute. Wir gehen jetzt erst mal rein und zwar gucken uns den Trailer an, der gerade rausgehauen worden ist. Der pure Wahnsinn, Leute. Der pure Wahnsinn schnallt euch besser an. Es ist krass. Wir gucken uns jetzt hier das erste Mal den Chapter-5-Trailer an, Leute. Let's go. Ich bin gehypt. Komm, ab geht's. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein, wo ist die Cam? Cam ist nicht da. So. Seid ihr bereit? Schnallt euch an, Leute. Es geht los. Boah. Bro, wie ich prediktet habe, Zug über die Karte. Zug fährt über die Karte. Krass. Oh mein Gott. Underground. Underground-Zug hier. John ist... Wir lassen ihn erst mal durchlaufen. Wir lassen ihn erst durchlaufen. Yo. Bananentown. Was? Ja. Boah. Oha. Yo. Alter. Capture the train? Hä? Was? 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 Was, oh my god! Was? Was Lamborghini Corporation? Nein! Bro, was? Ich komm nicht, Bro, das ist zu krass. Das ist zu krass. Alter. Yo. Alter, ist das krank. Junge, was ist das denn schon wieder? Wartet mal, wartet mal, Bro, das ist ja, was ist das denn schon wieder? Was ist das denn? Ist das, ist das die originale G-Klasse gewesen? Laber nicht, Bro. Laber nicht. Was ist das? John is seeing euer Skin, okay. Hier so eine Underground-Face. Also, Kontext der Story, die Bananen wurden entführt. John is seeing sauer, okay. Dann neue Waffen, okay, okay, okay. Oh, okay, das ist wie gesagt nur ein geleakter Trailer, Leute. Man sieht jetzt noch nicht alles, aber ein bisschen kann man sehen. Waffen, neue Waffen, alles neu. Okay, krass, krass, krass. Okay, hier haben wir erstmal so einen Mustang, Fake-Mustang, würde ich sagen. Sieht so ein bisschen von hinten aus, aber ist jetzt kein originales Auto. Dann haben wir hier G-Klassen oder Land-Rovers. Yo, yo. Man muss den Zug einnehmen, okay. Hat hier so spezielle Schilde. Yo. Waffen-Attachments, Leute. Also Waffenzubehör für die Waffe. Krank. Andere Magazine. Neue Visiere. Alter. Neues, äh, Movement. Ey, das ist so krank. Bro, es ist so krank. Es ist so krank. Junge, wie heftig. Bro, wir kriegen Lampus. Ich check's nicht. Bro, aber ist das eine richtige G-Klasse? Ich glaube, das ist zwar so... Es ist keine originale G-Klasse, aber es soll natürlich so aussehen wie eine G-Klasse. Aber das ist die heftigste Szene hier, Bro. Lampus. Bro. Der neue... Ist das der STO? Der neue Huracan-STO. Ey, SU, 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 SU. Mayday, 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 Mayday. Mayday. Hallo, 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 hallo. Was geht, was geht, was geht? Ey, Bro, hast du gesehen, dass wir originale Lampus kriegen? Bro, ich rede gerade darüber. Also nicht über die Lampus, aber ich habe gerade den Trailer angeguckt und bin echt erstmal fasziniert von den Sachen, was ich gerade gesehen habe. Aber, ey, hast du gesehen, ey, wir werden Lampus in... Offizielle, originale Lampus. Das heißt, Fortnite hat die Lizenz von... Lizenz, Bro. Was? Als ob Fortnite jetzt sogar die Lizenz-Klasse hat. Ich check's nicht, ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Neue Skins hier, auch geil, ja. Bro. Hast du gerade das neue Movement gesehen? Geh, klasse. Bro, dieser neue Kaken, Alter, das wird ja... Ey, das ist ja... Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Oh mein Gott. Was ist das? Man kann jetzt auch Slurp-Biggys wegen den Laufen trinken. So geil. Auch so eine geile... Nein, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist krass. Und ich muss niesen. Darauf erstmal niesen, Leute. Man ist erkältet hier. Man kennt... Stani. Ich guck den Trailer an. Ich hab ihn jetzt noch einmal. Ich guck ihn noch einmal an, ey. Ach, Leute, die Erkältung killt mich. Ey, ich sag, was ist dein erster Eindruck vom Trailer? Was ist dein erster Eindruck? Bro, erster Eindruck optisch geil. Neues Gameplay, wie du schon gesagt hast. Hier originale Lambos, Leute. Neue Waffen. Alles mega geil, Bro. Aber für mich, ich weiß nicht, ob mich das zufriedenstellen wird. Weil ich will lieber... Ich sag dir, lieber hab ich OG-Fortnite, weil diese aktuelle Season macht mir geisteskrank Bock. Ich zock das sogar privat. Fühlig, Bro, fühlig, fühlig. Das ist so ein bisschen das, was meine Sorge ist. So, klar, neue Season, cool, schön und gut. Aber wenn ich mit den Waffen nicht klarkomme, Bro, dann war's das wieder für mich leider. Guck mal, das Ding ist, was ich halt sagen muss, die OG-Season hat eigentlich nochmal gezeigt, dass die Leute manchmal ist weniger mehr. Wisst ihr, was ich meine? Und das Ding ist, ich hab auch manchmal das Gefühl, wenn's vielleicht zu viel ist, aber irgendwie muss auch was Neues rein, weißt du? Also mir, Bro, ich sag ehrlich, mir gefällt der Trailer unnormal. Also... Ja, also es sieht ja auch geil aus. Es sieht aus wie so ein fettes Update für Fortnite. Ist auch ein fettes Update. Guck mal, wir haben Züge, wir haben hier diese neuen Autos, neues Gameplay, neue... Bro, ein Zug, den man einnehmen kann. Was haben wir? Ein Zug, den man einnehmen kann und wahrscheinlich dann extra Belohnung bekommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Skins sehen bisher ganz gut aus, muss ich sagen. Skins sind in Ordnung. Peter Griffin in der Muskelvariante. Peter. Waffenattachments, Bro, das hab ich schon geleakt vor drei Jahren. Waffenaufsätze. Ja, das hab ich auch vorhin erwähnt. Das war schon so fett. Leute haben mich damals ausgelacht wegen Waffenaufsätze. Jetzt kommt's. Season 30 kommt raus. Jetzt ist das einfach. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, eigentlich dürfen wir keine Zeit verdienen, weil diese schöne Season, die wir aktuell gerade haben, die wird bald nicht mehr da sein. Deshalb lass uns reingehen. Wir gehen jetzt durch rein, ja. Jetzt sowas von rein. Guck mal, hier ist sogar so ein richtig geiles Hotel. Optisch gesehen sieht es sehr, sehr nice aus. Ey, auch mit der G-Klasse und wie die das gemacht haben, ne? Guck mir die Autos das immer genau an. Ey, Junge, ist dir der Lambo nicht aufgefallen, oder was? Ist mir nicht aufgefallen, klar. Ich hab natürlich gesehen, neue Autos, neue Lambos und so. Aber ich wusste halt nicht, dass es offizielle, originale Lambos sind. Ja. Also da, hier sieht man's auch nochmal. Also originale G-Klasse ist es nicht, aber so lookalike. Also ist jetzt lizenzmäßig, haben sie keine Lizenz von Mercedes, aber so lookalike haben die auf jeden Fall, finde ich gar nicht schlecht. Guck mal, Leute, wie sie sich da festgehalten hat. Bro, das mit dem Movement weiß ich noch nicht so das Feeling, Bro. Oh mein Gott, okay, das ist mir echt nicht aufgefallen, aber man sieht wirklich den Schriftzug hier, Lamborghini, Mann. Dank. Was sagst du so zum Movement? Ich, also, da, ich, Bro, also, das Movement, ich weiß nicht, Leute, das ist mir sch... Kennt mich, ich bin ein Freund von diesen Schlewidischen, das du gut gerade beschrieben hast. Manchmal ist weniger mehr. Aber vielleicht ist es auch geil. Und das ist für meine Sorge. Es kann geil sein, safe. Stell mal vor, wir gehen rein und sagen, geil ist das Season überhaupt. Ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das automatisch alles mit der jetzt... Weil, guck mal, du musst dir vorstellen, diese, diese, dieser Grafik von Fortnite, der ist hochgesangt, dann ist der übelst weit runtergedroppt und jetzt wegen dieser OG-Season ist er für mich wieder relativ weit oben. Und ich hab Angst, dass der jetzt wieder sinken wird. Weil, Bro, ich sag dir, es macht gerade zufrieden Bock. Dieser Runde mit Fortnite, hab ich, ich hab lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Ich hab heute wieder auch vorhin, als ich Microsoft habe, drei, vier Runden auch nochmal so getrofft, das hat so Spaß gemacht. Bro, aber ich sag... Ich sag dir auch ehrlich, das würde zufrieden geil werden. Das würde zufrieden richtig geil werden. Boah, da müssen wir auf jeden Fall länger überleben. Das kann ich irgendwie nicht so. Also, ich sag ehrlich, ich fühl's auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr viel Neues drin. Man kann's jetzt natürlich anhand eines Trailers nicht so krass sehen. Das Geile ist, was vielleicht geleakt worden ist, das hat auch gestern einer in den Kommentaren geschrieben, und zwar vielleicht eine Ninja Turtle Corporation. Weil hier ist so ein goldener... Was ist das hier? So ein Untergrunddeckel. Und vielleicht kommen da die Ninja Turtles raus, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Könnte ich mir mir vorstellen. Ninja Turtles, geil. Das wäre nice. Also, ich sag ehrlich, alleine, dass wir Lamborghini bald fahren werden. In Fortnite ist es wirklich schon eine 10 von 10, Leute. Ich sag euch... Ja, also guck mal, für Leute, die sich da ausgehen, safe, die sagen, geil, 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 aber die Kids, Bro, die sehen halt ein Lambo, was so aussieht wie ein Lambo, das wird für die halt nur optisch ein bisschen anders aussehen. Aber ich denke... Nein, 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 nein. Real-Life-Autos ist schon was anderes, sag ich dir ehrlich. Das ist ja auch in GTA so. Real-Life-Autos da sind ja viel krasser als so normale Lookalikes, weißt du? Ja, aber denkst du, die Leute realisieren das so krass? Ich hab's auch nicht realisiert. Hast du das nicht gesagt? Ja, Junge, das hat man im Trailer ein paar Hundertstel gesehen, ist ja logisch. Aber ich sag, die In-Game werden die Leute das auf jeden Fall checken. 100%ig In-Game. Also, die Autos werden optisch jetzt viel, viel geiler aussehen, safe. Ja, alleine schon wegen dem neuen Racing-Board. Und wir haben wieder so viele Möglichkeiten, wer länger im Auto überlebt, wer länger im Lambo überlebt, wer länger im Zug überlebt, boah, das wird geil. Da braucht man die Zone ja auch gar nicht mehr. Ey, das ist halt geil, du kannst dann mit dem Zug in die Zone fahren, da wird halt wahrscheinlich immer richtig Action sein. Danke für die ganzen Subs und Resubs hier. Kuss, kuss, kuss. Ey, endlich mal wieder mit SU live, Leute. Das waren wir ja lange nicht. Weil SU hat sich auch, finde ich, verändert, seitdem man nur noch Minecraft spielt, hat er... Bro, du spielst kein Minecraft mehr. Warum machst du kein Minecraft? Alle Leute fragen immer, wo ist dein Dreizack-Bruder Stani? Bro. Bro, wir könnten die Insel einnehmen. Weil ich, äh, der Fortnite-ler bin. Der Fortnite-Spieler. Leute, anstatt dass Stani wieder... Guck mal, du kannst ja Fortnite machen, mach ich ja auch. Aber mach doch auch ein bisschen Minecraft. Juga, wann machst du Fortnite, Alter, ne große Klappe? Was? Wann machst du Fortnite, Alter? Ich mach immer Fortnite, wenn du nicht rauskriegst, immer am Start. Ich mach so viele Challenges mit ihm und das fällt ihm nicht mal auf. Ja, Junge, du zockst mal mit mir, weil ich sage, ey, SU komm zocken, ansonsten würdest du nicht zocken, Alter. Klar, ich frag die Leute, wie ich über Fortnite schwärme aktuell. Junge, du zockst... Ach ja, und deswegen zockst du den ganzen Tag Minecraft. Okay, alles klar. Okay. Ich mach mal eine Minecraft-Aufnahme und privat zock ich fort mal ein bisschen. Lügen, SU. Lügen, Baron. Lügen, SU. Oh, first kill, first kill. Ja, gut, dass du jetzt auch mal einsiehst, dass du ein Lügen-Baron bist, Bro. Wann kommst du jetzt? Ich bin doch schon online. Atme mich ein. Ich komme. Ich komme, Bro. Kurz noch einen Kill holen. Wo ist der Idiot? Er hat Jetpack. Er ist mit Jetpack auf die Welt gekommen, Leute. Guck mal, wie krass ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, weil er Jetpack hat, Bro. Ey, wir spielen jetzt gleich wieder No-Bild, Leute. Und ich hab so... Ich hab die Season... Es ist die... Ey, Bro, das ist wirklich die... Ich hab seit zwei Jahren, glaube ich, die einzig Season, wo ich wieder Full-Bild gespielt habe. Und ich bin trotzdem scheiße. Nein, ich muss sagen, Bro, du weißt, ich bin neutraler Analytiker. Ich muss echt sagen, Stani spielt echt gut seit dieser Season wieder. Davor war er Müll, also wirklich ein Haufen Müll. Aber seit dieser Season ist er echt gut wieder am Start. Nein, nein, guck mal, guck mal, das Ding ist, du bist einfach schlecht geworden. Wo bist du denn online? Ich seh dich nicht. Ja, ich komme. Ich finde dich nicht. Da ist er. Ja, ich suche dich. Funky, yo. Ey, hast du das mitbekommen? Aktuell Waffenstillstand? Ja, okay, wir werden jetzt reingehen, Leute, und werden gucken, ob es den Waffenstillstand gibt. Bro, äh, wer hat dann eigentlich das mit diesem Waffenstillstand erfunden, Bro? Das war doch... Bro, ich hab mich auch darüber so... Ich hab wirklich vier Runden oder so versucht, das zu machen. Jedes Mal wurde ich wieder dadurch... Aber das war doch Herr Anwalt. Hat der Anwalt überhaupt schon einmal Fortnite gespielt, Bro? Wer hat das denn erfunden? Ich weiß nicht, aber das geht viral auf TikTok. Für die verschenkten Mitgliedschaften. Bro. Auf uns hört keiner. Wenn wir sagen, ey, es ist heute Kackverbot, die Leute gehen trotzdem kacken. Bro, ich sag dir ehrlich, ich mach 50er-Bomb heute, wenn hier Waffenstillstand ist. Was labern die hier? Waffenstillstand. Junge. Waffenstillstand. Leute, wer ist für Waffenstillstand? Okay, wir werden jetzt... I'm out. Okay, Leute, wir werden jetzt reingehen und wir gucken, was ein Stillstand ist, okay? Ja, lass machen. Ich hab sogar echt... Also, Real Talk, ich war vorhin auf TikTok ganz kurz, da wurde mir ein Fortnite-Livestream gezeigt, ich hab ein bisschen zugeguckt und im Late Game waren fünf Leute in dieser Kleintzone und haben sich nicht attackiert. Wow, okay, das werden wir jetzt gucken, Bro, das werden wir jetzt gucken. Aber es könnte auch ein Fake-Livestream gewesen sein, dass er einfach ein Video aufgespielt hat. Ich glaube, es war ein... Aber eigentlich nicht. Ich glaube, es war ein Fake-Livestream. Äh, Kuss für alle verschenkten Subsys und alle Kuss an neue Subsys. Hier reinkommen, wer hat hier rausgehauen, alle. 20 Stück hier, 40 Stück. Bleron, Kuss, mein bester Junge. 40 Subs, Junge. Leute, bedankt euch mal bei den Ehrenbree hier für die verschenkten Subs. Heute wird ein geiler Tag. Wir werden heute streamen, morgen streamen. Es wird krass, Leute. Ich sag euch so, es wird sehr, sehr krass. Äh, leider ist der Studio auch mit dabei. Ey, es wird krass heute, ne? Guck mal, es wird krass. Wir sind jetzt live, bis zum Live-Event, ne? Ja. Dann Live-Event ist over. Live-Event ist over. Und ich sag, den nächsten Morgen um 8, ich bin direkt wieder am Start. Nächsten Tag um 8. Nächsten Tag um 8, ich bin direkt wieder am Start. Guck mal, es wird Level 1. Boah, lass mich doch Level 1 sein. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Hafen-Stich-Stand, wer attackiert ist, nicht die Ehrenlos. Ey, kann die Pickaxe eigentlich wieder ins Spiel nehmen, ne? Die Kratos-Pickaxe, die kann nicht wieder ins Spiel. Keine Ahnung. Bro, hast du nicht mal von Fortnite eine offizielle originale Pickaxe im echten Leben gehabt? Ja, ja, aber ich weiß nicht, Bro. Wo ist die? Ah, nee, die steht in, äh, beim Auto steht die, Bro. Das war Snake aus Metal Gear im Trailer. Ja, ja, hä, Junge, du bist, nee, nicht der Land, das ist die Land. Lass mal, Bro, Lonely Lodge, das ist geilste Map, vertrau mir, komm, Lonely Lodge, vertrau mir das. Bro, was ist denn Lonely Lodge? Lonely Lodge ist geil, Bro, vertrau mir, das ist liebe Lonely Lodge, da sind Gegner, da kannst du immer fighten, da ist immer was los. Würde es ein schwarzes Loch geben, nein, würde es nicht. Als ob ich da Snake nicht gesehen habe, oh mein Gott, ey. Bist du so ein Metal Gear Solid Fan, oder was? Bro, ich hab das Spiel geliebt, Metal Gear 1 und 2, Digga, das war geilste. Hä, wie hast du dir den Trailer angeguckt, bist du dumm? Ich hab, haben wir vielleicht zwei unterschiedliche Trailer gesehen? Nee, ich glaube einfach, dass du dumm bist. Kann es sein, dass du dumm bist? Nee, ich glaube wirklich... Also ich hab einen Trailer von Twitter angeguckt. Ja, Bro, es war der Trailer, man hat ihn da... Wie lange war der Trailer? Ey, also da merkt der... Leute, guck mal, deswegen... Bro, ich bin erkältet, was laberst du? Was bist du denn erkältet? Meine Augen tun weh, dann geh zum Augenarzt vielleicht. Ja, muss ich auch. Vollidiot. Richtiger U-Hang-U-Tanider. Guck mal, da ist einer, das ist ein schiefes Spieler. Ist der jetzt freundlich, Leute? Ist der jetzt hier Waffenstillstand, oder was? Äh, es ist Waffenstillstand! 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 Guck mal, mit was für einem Idiot ich wieder spiele. Einfach zurückgeblieben, der Junge. Götzli! Rede richtig. Rede vernünftig! Bro, hier ist Waffenstillstand bei mir. Schön für dich. Ey! Das ist Mr. Jojo, pass auf, das ist ein Ehrenbruder. Bro, es ist Waffenstillstand. Ja, gib mir lieber Loot. Ey, da hinten sind... Ey, da hält sich nicht am Waffenstillstand, der eine da. Der eine hält sich nicht am Waffenstillstand. Oh, Ehrenmann, der hält mich. Bro, oh Gott, ich habe keine Waffen... Bro, hier ist gar kein Loot, warum sind wir hier getrackt und so dummen? Bro, du bist so schlecht, du hast gar kein... Oh mein Gott. Ja, super Waffenstillstand, super. Die schmeißt die ersten Dreis. Digga, was kann ich dafür, dass du keinen Loot hast? Die schmeißen die Airstrikes und du sagst irgendwas von Waffenstillstand. Warte, sag mal leise kurz. Nervessiege. Junge. Freakill, freakill, warten kurz. Ja, sag mit irgendwas von Waffenstillstand und die machen hier Airstrikes. Ich glaube, ich brauche es hier, Alter. Danke, Bro. Echt, klar, bei mir. Ja, hallo, ich habe kein Loot. Junge, das ist... Warum landen wir da, wo kein Loot ist? Du bist einfach so dumm. Halt mal deine scheiß Klappe, du Nervessiege. Ja, down, noob, down, stark. Wieso ist Stani so nervig wieder? Ich habe gerade nur Wins gehabt. Da kommt einmal Stani wieder nur Noob, 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 Noob. Bro, dich hat einfach It's Willy HD gekillt. War es kein Willy oder was? Bro, er hat einfach... Ich habe einfach It's Willy HD gekillt. Toller Teammate. Er sagt, er hat keinen Loot. Er hat besseren Loot als ich gehabt. Bro, du hast gesagt... Du hast gesagt... Ja, ich habe den gerade geholt. Du hast gesagt, das ist Waffenstillstand. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, wo ist denn hier Waffenstillstand? Weil Herr Anwalt das gesagt hat. Und Herr Anwalt regiert die Welt. Das ist international. Wenn Herr Anwalt sagt, Waffenstillstand, dann ist das international. Verstehst du das? So, It's Willy HD. Weck mit dir. It's Willy HD. Geh mal wieder tanzen in der Lobby. Junge, Junge, Junge. So. Ich glaube, der ist down. Bist du jetzt Motorradfahrerin oder was? Ich bin jetzt hier Crossfahrer. Crossfahrer. Ach, du wirst eh gleich da und gehen. Ich sage dir ehrlich, ich lande das letzte Mal Lonely Lodge. Also wirklich, du bist der größte Dummschüler, den ich kenne. Bro, du hast keine Ahnung. Lonely Lodge ist Liebe. Wo landest du wieder? Irgendwo im Nirgendwo. Bro, ich lande immer in der Mitte. Komm, lass gleich eine Challenge machen. Ja, okay, was für eine Challenge machen wir? Wer länger überlebt. Bro, ich freue mich jetzt mit den Leuten, weil es Waffenstillstand. Heute ist Waffenstillstand. Du kannst doch rumkutschieren, wenn du möchtest. Ja, ich sage dir ehrlich, ich werde hier so einen Fast-Service aufmachen. Bro, das ist geil. Das feiere ich. So einen Fast-Service, Leute, werden wir aufmachen. Dummschüler, Stanni. Ey, ich gehe ein bisschen looten bei Waiting Woods. Ey, morgen einfach Chapter 5, Freunde. Heute, das Geile ist, ich bin echt gespannt, wie das Live-Event sein wird. Weil das Ding ist, Eminem wird ja nur zwei Songs performen. Aber das Geile ist, guck mal, wir werden heute den neuen Racing-Mode testen. Dann werden wir heute den Music-Mode testen. Und wir werden gleichzeitig den Lego-Modus testen. Also da bin ich echt gespannt. Ich habe echt sehr, sehr viele Hoffnung in den Lego-Modus irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, Lego-Modus wird echt geil werden. Bro, das Ding ist, der wird auch geil. Ich hoffe, ich habe den Fieber. Also ich bin auch der Meinung, was Fortnite da wieder gemacht hat. Ey, also es ist echt... Ich sage auch heute, ich bin mir... Ich weiß nicht, Leute, aber ich glaube, heute wird der Fortnite-Spieler-Rekord gebrochen. Ich glaube es. Denkst du nicht? Wegen Live-Event, denkst du? Wegen Live-Event, weil das letzte... Guck mal, das Ding ist, erstmal, Eminem wird natürlich ganz viele ältere Zuschauer am Start haben. Ich habe schon mitbekommen, Leute, die würden... wirklich nichts mit Fortnite zu tun haben. Und man gesagt hat, Eminem-Event, die wollten dann direkt wissen, wie war es Eminem-Event. Komm rein. Bro, warum? Ich will aber nicht. Ich will lieber einen Kugler. Äh, Bro, soll ich dir mal einen kleinen Funfact erzählen? Bitte nicht. Aber jetzt kannst du es machen. Pass auf, Gegner vor uns. Jo. Eminem, das ist Eminem! Der Sniper. Shitbreak. Ja, kill ihn, kill ihn, kill ihn, bro. Ja, warte, warte, warte. Der haut ab mit Blöbler. Shitbrack. Das ist der Maid, das ist der Maid mit Auto, moderat, moderat. Bro, die pushen mich, die pushen mich. Ja, warte. Kommst du mir. Bro, die pushen mich. Nein, die fällt doch gerade an, Bro. Da ist doch gleich down, du Idiot. Geiler Waffenstillstand. Geil, es ist gut. Geil, danke, Bro. Danke, Bro. Danke, Bro. Danke, danke, Bro. Einmachig, One, Bro. Es macht wieder nichts. Stark, Bro. Echt, korrekt, Bro. Korrekt, korrekt. Korrekt, ist korrekt, oder? Danke, danke für den Support. Korrekt, ist korrekt. Danke für den Support, mein Bester. Hau einfach ab. Ach, kein Problem. Hau einfach ab, Freunde. Ja, ich will deine Karte. Ja, Juni, die werden ja eh abcampen. Geiler Waffenstillstand. Danke. Danke, Herr Anwalt für nichts. Danke, 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 danke. Guck mal, was für Waffenstillstand. Wer hat dir das in dein Hirn reingesetzt? Ich wollte Waffenstillstand machen, die greifen mich an. Falsch gedacht. Uh, Grappler. Bro, was spielt der für... Ey, ich sag euch ehrlich, sagt mal ehrlich, wer landet Lonely Lodge? Ich lande in Lonely Lodge. Ey, sag mal, meintest du das serious, oder hast du mich verarscht? Hast du mich verarscht? Du hast mich verarscht, ne? Du hast mich verarscht. Mit was? Mit Lonely Lodge, Bro. Da ist doch gar kein Lut, du dumm Schüller. Da ist Lut, du dumm Kopf. Jo, du hast ne graue, pep, pep, pep. Ich bin doch grad nicht verloren worden, du Vollidiot. Du hast doch mich wiederbelebt. Ich hab doch meinen Lut verloren. Oh, niemand landet in Lonely Lodge, Bro. Bist du dumm? Ich lande in Lonely Lodge. Ja, du bist auch verloren. Da bin ich verloren. Lonely Lodge ist Liebe. Alter. Dumm Schüller, Stani. Ey. Hol doch mal bitte meine Karte. Ja, wo ist mein Grappler? Er sagt, geh weg, geh weg, geh weg, da will ich jetzt wieder zu ihm gehen. Hol doch mal ne Karte. Ey, es ist... Oh, oh, oh. Wow, geil. Oh, 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 oh. Geil. Oh, 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 oh. Ja, geil, Bro. Ah, geil, Bro. Geil, geil. Ja, passiert. Dafür kann ich nicht. Geil, Bro. Geil, Bro. Was? Hä? Pick 17, Bro. Hau, hau, hau. Nimm das Jetpack, nimm das Jetpack, nimm das Jetpack. Nimm das Jetpack. Ich weiß, ich will das doch machen. Aber er ist im Puls, im Puls, im Puls, im Puls, im Puls. Rechts in die Dings hoch. Nein, nein. Und dann fliegt in den, äh, fliegt in den, äh, fliegt in den, äh, fliegt in den Baum. Warte, 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 in den Baum. Baumschule. Ich sehe mich, aber warte. Ich komme aber nicht hoch, Bro. Er hat Spröpler, weißt du? Nein, er hat Impuls. Doch, Er hat Spröpler. Geh weiter rein, geh weiter, runter rein. Guck mal die Füße an. Ach, du siehst sie nicht. Die sind unter mir, Bro. Du siehst die Füße nicht, ne? Bro, was, was, was? Laberst du mich mit den Füßen an, Bro? Ich sehe deinen Charakter, du Idiot. Ja, hier, diese Füße, was halt symbolisiert, dass der Leute sind. Das meine ich. Geht's an die Karte holen. Charzan! Ah, ah, ah. Ja, Bro, dass, äh, SU ist, dass SU Toto und Harry in einer Person ist, wundert mich nicht. Bro, die sagen gerade dazu, dass du Toto und Harry bist. Die Leute. Ah ja. Hat's dann einfach. Guck mal, liegt ein Grappler. Ein Grabschler, ein Grabschler liegt da. Ein Grabschler, Leute. Kann ich nicht wiederbleiben? Da, hinten. Angel. Angel, Bro. Es ist Äpfel, 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 Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel Pie. Rip, das ist ein RIP, das ist ein RIP, das ist ein RIP, Bro. Ja, weil automatisch, das sind Äpfel. Nein, das waren wirklich diese Äpfel, die auf dem Boden lagen. Also nicht die, die du normal benutzen kannst, sondern die musst du so über Inventar machen. Das waren die, die jemand aufgehoben hatte und gedroppt hatte. Aber das checkst du wieder nicht. So, jetzt belehnen wir mal den Dummschüler wieder. Ey, ich sag ehrlich, Bro, guck mal. Bitte höre einfach auf meine Calls. In Zukunft. Nein, 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 stopp. Stopp. Okay, stopp. Höre einfach auf. Ich hab stopp gemacht. Ich bin nicht mal mit der Hand an der Tastatur und der beliebt dich trotzdem. Scheiße. Ja, aber bitte höre einfach auf. Bitte nur noch auf meine Calls hören, okay? Nur noch auf meine Calls hören. Okay, dann verlieren wir ja alles. Mit, komm, mit, komm, mit, komm, mit, komm, mit, komm, mit, komm. Immer bei mir in der Nähe bleiben. Immer bei mir in der Nähe bleiben. Immer bei mir in der Nähe bleiben. Digga, du musst bei mir bleiben. Nee, du musst bei mir bleiben. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ja, guck mal, da, da, Leute, das ist schon mal das Ding. Äh, er hört schon nicht auf die Calls. Ja, ich muss mich heilen, du Idiot. So. Guck mal, guck mal, Leute, guck mal, Freunde. Ja, was ist jetzt schon wieder? Kann ich den Zuschauern was erzählen? Nein, bitte nicht. Ich möchte den Zuschauern was erzählen. Ja, warum fragst du dann? Hä? Er fragt mich, ich sag nein, er macht trotzdem. Ja, darf ich den Zuschauern was? Na, dann erzähl, erzähl, erzähl. Also darf ich den Zuschauern nichts erzählen? Doch, erzähl, aber frag mich dann nicht. Erzähl doch einfach. Also guckt mal, Leute, ne? Ich erzähl euch jetzt mal was. Wir haben ja jetzt mehrere Turniere schon gespielt, ne? Und das Ding ist, SU hat wirklich zwei Turniere den letzten Platz gemacht. Den letzten Platz. Und er, guck mal, das Ding ist, Freunde, ich kann nicht, ich erzähl noch was. Ich erzähl noch was. Und ich will auch nicht, dass du jetzt sauer bist, deswegen. Ne? Nimm das sportlich, Bro. Sei mal sportlich. Dings. Also, Freunde, ich erzähl euch, ne, ich erzähl euch das jetzt mal so, wie es war. Also, wir haben auf Discord gechillt. Also, ihr müsstet mal verstehen, ich, SU, Max, wir chillen alle. Also, alle die Jungs, mit denen wir auch auf der YouTuber-Insel sind und so, die sind auch alle auf dem Discord und wir chillen zusammen, ne? Moment, geht. Und da war mal eines Tages, Bro, hatten wir ja dieses Amat-Turnier, wo SU back to back den letzten Platz gemacht hat. Und da hab ich so gesagt zu SU, SU, Bro, deine Zeit ist vorbei. SU, bitte lass Fortnite sein und so. Lass es ein, weil er hatte große... Und dann hatte er wieder große Klappe, so wie ihr ihn kennt. Häh, Stunni! 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 Du bist Noob! Stunni, komm! Stunni, eins, geh, nein! Auf dem Discord vor allem. Auf dem Discord, Evive, alle waren da. Ich sag, ey, SU, lass doch, Bro. Evive und Rüstig waren da. Alle waren dabei, alle Leute, alle waren dabei. Er labert wieder, alle die ganze Welt war da. Genau wie Herr Anwalt, mit Waffenstillstand. Ne, alle waren dabei, alle waren dabei. Oder international, professional, Herkos für you. Und SU, ich hatte mich dann so lustig über SU gemacht. Ich sag so, SU, Bro, du bist einfach scheiße geworden in Fortnite. Bitte spiel nicht mehr. Bitte löscht einfach Fortnite. Das waren so meine Worte an ihm gewesen. Und SU dann natürlich wieder, er war cool, Bro. Er hat sich cool gefühlt. Stunni, lass eins, King eins! Ich erst so, ah, Bro, ich hab keine Zeit und so, dies, das, ananas. Du hast Angst, du hast Angst, Stunni, dich rauch ich in ne Pfeife. Stunni, du bist scheiße in Fortnite. Ich so, ja, okay, Bro, ich hatte gar keine Zeit gehabt, ich hatte besseres zu tun. Und ich sag aber zu mir so, okay, Bro, lass gegen SU 1 gegen 1 machen. Den Typen klapp ich kurz nebenbei. Ende vom Lead, Bro. SU verliert 10-6. Immerhin, 10-6. Das war das Ende von B. Immerhin, Bro, ey, Bro, ey, stopp. Von den 10-6 gibt er mir sogar noch zwei, äh, 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 hier, Dings. Äh, äh, One-Pumps. Leute, an alle Zuschauer, wer will jetzt offiziell im Stream ein 1 gegen 1 sehen. Stunni gegen mich, komm, im Stream. Bro, wir machen erst mal ein Kill-Duell. Ich will erst mal gucken, ein Kill-Duell. Im Stream, Bro, guck mal, dann sehen das alle, dann werden das alle sehen. Guck mal, ich halte dann auch meine Klappe. Im Stream ein 1 gegen 1, wer erst hat 10 Wins, also 10 Kills. Offiziell, Leute. Äh, wir machen erst mal ein Kill-Duell und dann, guck mal, das Ding ist, ich will dich ja auch nicht vor deinen Zuschauern irgendwie. Ja, guck mal, jetzt hat der Herr Angst. Hä? Ja, komm. Ja. Du hast doch nichts zu verlieren. Ich hab auch nichts. Boah, ich hab nichts zu verlieren, ich ziehe ab. Lass mich das nehmen, ich hab schon ein. Digga, ich brauch jetzt erst mal HP, was du da hast. Wir machen jetzt, siehst du, und erst mal ein Kill-Duell. Oh, endlich, Mettwurst. Okay, Chat, ich bin dafür. Muss der gute alte Stenny das jetzt auch mal bestätigen, ne? Bro, du bist back-to-back letzter Platz geworden, also bitte rede nicht. Danke. Egal, ich hab aber Spaß dabei gehabt, nicht so wie du. Nein. Ach so, ich hatte keinen Spaß, das stimmt. Ich hab die ganze Zeit geweint. Du hast die ganze Zeit gesagt, uh, meine Teammates. Hä, Bro, meine Teammates waren voll krass. Außer Alexis war ja nicht so krass gewesen. Der Janis war ja voll heftig, Bro, Janis ist der beste. Bro, wo bist du? Wie, wo bist du? Der kommt zu mir! Was war das für ein Boyz-Kreak? Ey, gar keine Leute, ihr sollt einfach zu mir kommen. Komm zu mir, ey! Bro, oh, 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 boot, 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 boot. Und ich bin noch im Kugler. Hilp, hilp, hilp. Oh mein Gott. Bist du. Ich bin weg, Bro, ich bin weg. wo bist du bist du ich bin hinter dir die sind oben die sind oben die sind oben du kannst so viele äpfel essen wie du möchtest ich dachte waffen schlicht hat die greifen direkt an als wäre länger überlebt machen kommt nicht jetzt aber noch erstmal die runde gewinnt ja nach der runde ich will doch erst mal danach machen okay kommen wir rufen wir rufen zuerst wo sind die denn hier oben die sind hier oben schnell runter runter all in all in all in all man kann sich nicht auf den jungen lassen der 1 100 der mensch abbekommen ja ich brauche du hast wieder nur freis geworden guck mal ob die runter kommen kommen die runter nein kommt nicht aber es ist schwierig weil die da drinnen kämpfen in diesen komischen strudel bro hinter dir direkt nachdem du es geschafft hast ich habe das doch gemacht wegen dir sind wieder da gegangen ich habe das doch gemacht wegen dir sind du machst dein stuff ich mache mein stuff nein höre bitte einmal auf meine kreuz so lass doch killduell machen ich ja jetzt mach ready einfach wo bitte höre auf meine kreuz ich will nicht auf dich hören lass doch killduell machen 100 euro ja okay wir machen ums habs ja ich weiß jetzt warum das übrigens nicht gegen als ich den anderen stream ich kann jetzt aus habs wieder verschenken wir können jetzt ums habs machen wenn du willst ja okay 50 ja du hast doch gerade gesagt 100 euro was das 25 kann man 25 auswählen oder geht nur 50 hey hey what's going on my friend hey bro du wirst alles verlieren gegen mich ja okay fortnight bell pass okay 20 oder 50 20 geht dann lass 20 machen okay um was geht die challenge was muss man machen bro killduell haben wir doch gerade gesagt du dumm schüler ja aber ich habe auch ein paar andere vorschläge gemacht die wer länger überlebt du dumm kopf leary machen wir machen jetzt die ich habe als trio ausgewählt weil ich eigentlich dachte aber wir haben glaube ich nicht auffüllen gemacht glaube ich trailer ist echt geil trailer ist echt scheiße und das weißt du auch lass aber erst fünf minuten regel ja also ich muss das wissen saran kann es rübe ja fünf minuten regel aber pro bitte geh nicht lonely lot ja dann lass zusammen lonely also lonely feiere ich wirklich wenn man ein solo macht dann ist echt geiler landet lonely lot ja es ist auch verloren leute stopp mit wurst wieder blieben pflicht ja ich würde sagen wieder blieben pflicht da kommen aber man kann natürlich erst mal alle die gegner eliminieren und dann erst wenn man wenn man sich dafür entschieden hat kann man den gegner blieben gehen und links das schon keats machen die kisten bei mir angezeigt eigentlich bruch sind auch viele kisten ich will nicht nach oben es wird so verlieren leute das ist so krank okay er wird so verlieren leute er wird so verlieren er wird so fahrrad die beiden ein podcast zehn millionen feier euch oh mein gott den wilks dankeschön ist mit stanny oder war das wird chaotisch das wird ja das schlade sein umgeschreibe das ist einfach die regel wer am lautesten schreit er hat recht er ist ja auch so der schreit hat das ist totaler bullshit digga dumm oder so der schreit dann recht gut und schande sein dass du dumm bist so ist jetzt reich geht es ja auch ganz gut jinkling zu spät nein ist nur wieder milch hier drin ich bräuchte einen krabbeler leute oder um die kreis und dicker feit dicker feit ich bin groß der schildrank krabbeler können wir schön in den nahe kam Oh, first kill for standard skill That's not good for me Bro, er gibt mir wirklich Ja, 5 Minutenregel Aktiviert von standard skill Bro, er gibt mir einen 1-Pump, Alter Bro, du bist so nub, ne? Oh mein Gott Guck mal, ich geh schon richtig aggressiv Hat er seinen Trank reingekriegt? Ja, ich glaube, ich hätte es nur ausgemischt Der Typ ist ein Gott, oh mein Gott Er trifft direkt 1 von Wallis Lass mich doch da hoch Was macht der? Ja, egal, ich riskiere Was geht's wieder? Bro, ey Aber wie ich den einen geholt habe Bro, ich check's nicht Ich check's nicht, Digga Aber ehrlich Bitte hol meine Karte und rifte Warte, ich muss doch killen erstmal Bro, der ist hinter dir Bist du dumm? Der ist nicht hinter mir Such den anderen Geh doch mal ganz nach oben Dann gehen wir mal kurz den Noob von da oben runter Nehmen Hm, wo ist er? Bro, rifte bitte danach Rifte dann einfach Da kommt noch ein anderes Team jetzt grad Ja, ich hau gleich ab, keine Angst Das kam weg Bro, das geht nicht mehr Bist du dumm? Ja, ich hab's trotzdem probiert Geh, loot? Geh, loot? Ja, oder geh, geh Oh, ich entscheide, wo ich dich wiederbelebe Was laberst du? Labere mir keine Frikadeien an mein Ohr Digga, ich sag, geh loot lake Ich geh dahin, wo ich dich wiederbeleben will So, ich hab jetzt deine 5 Minuten Regel geklärt, Digga Checkst du da Was? Fortnite OG kommt in 2024 wieder? Laber Hast du gehört, SU? Wer sagt das? Äh, das hat grad Pharao gesagt Fortnite OG kommt wieder, Bro Also wenn das wirklich kommt, das wär geil Boah, das ist krass, geil, Alter Bro, das wär krass Wenn einfach so ein extra Modus für die So Rentner wie ich vielleicht So, ich hab Bock Das ist geil, Leute Das ist echt geil Digga, einfach wieder kurz Situation geklärt Wir führen gerade mit einem Kill Das Ding ist, er hat auch einen Kill Das ist nicht gut Hey, du hast doch zwei Kills bei mir Ja, ich weiß Also, eigentlich hätte ich ruhig Hä, du führst mit zwei Kills? Bist du dumm? Na, ich führ mit einem Kill, Bro Hä? Du hast doch einen Kill Und ich hab zwei Kills Also führe ich doch mit einem Kill Ach so, ja, ja Ach so, danach Digga, Mathematik ist nicht deine Stärke gewesen, ne? Bro, deine Stärke ist Deine Schwäche ist nahm tanzen Du kannst dich nahm tanzen Und das wieder Scheiße, Digga So viel Müll kommt wieder aus deinem Mund raus Es tut ja schon wieder weh einfach wirklich Ich hab mir wirklich die One Pump Äh, er gibt mir den One Pump Ey, ich hab 250 Leben Checkt ihr das, Leute? Ich hab 250 Leben, Bro Ich hab 250 Leben Er gibt mir irgendwie ein 230er Hit oder so Ich bin mal ein Mad Kid Ja, Bro Ach, Bro, die fünf Minuten sind schon am Start Ich kann nichts dafür Ich hol schon deine dreckige Karre Leute, wisst ihr was? Wenn ich jetzt down gehe Alles gut, dann zählt die Runde nicht Dann bin ich schon fair Die fünf Minuten sind schon vorbei Aber wenn ich jetzt down gehe Und die nicht wieder beleben kann Boah, ich hab auch, äh Zählt das für mich nicht ein Ne, das Ding ist halt Ich hab auch echt Die ganze Season Nicht eine Runde noch Bild gespielt Also real rap jetzt Ich muss weg Scheiße, Mann Den Kill muss ich eigentlich noch holen Und dann abhauen Bro, das ist ein ganzes Team noch Und da ist ein anderes Team Auf der anderen Seite, ne? Ja, warte, warte Ich will den kurz finishen Und dann haue ich nochmal ab Bro, den wirst du nicht finishen Wir haben die schon wiederbelebt, Bro Double Reds Ist du dumm? Ja, steig Jetzt wird er sterben Fünf Euro Was sag ich, was sag ich Stark, stark, Bro Stark, Bro 4 HP Stark, Bro Stark, wie du Reds hast Stark Ich hätte jetzt theoretisch gewonnen Aber zählt nicht Nein, Bro Die Runde zählt doch gar nicht Das war doch nicht Du hast mich natürlich nicht mal wiederbelebt Ihr sieben Minuten, Leute Ja, wir machen jetzt mal Duo Komm Trotzdem habe ich besser Als du gespielt In der ganzen Runde Bro, was laberst du? Natürlich, Dicker Ich hab performt Nicht so wie du Bro, wie lange braucht der PC Um rauszukommen? Bei mir hat man wenigstens geiles Gameplay gesehen Bei dir, was hat man gesehen? Du warst die ganze Zeit tot Bist du rausgegangen oder von Bro, ich bin die ganze Zeit rausgegangen Warum machst du nie von innen ready? Deswegen Dumm Schüler, Kopf Larry Gut, Freunde von heute, nöch? Ja, musste man gegen drei Teams Die ganze Zeit alleine fighten Was soll man da machen? Achso, ja, warte mal Ich gucke mal Twitter, Leute Ey, aber jetzt Spaß beiseite Leute, wenn wirklich OG Fortnite Das ist echt krass, Alter Würde ich feiern Also, klar Jetzt der Hype bisschen Auf neue Season liegen Macht Fortnite auch richtig Aber dann irgendwann im Verlauf So, wenn die Leute Wieder ein bisschen gelangweilt sind Vielleicht von der neuen Season Einfach OG wieder zurückbringen So, OG Season Oha Die OG Season hat unsere Erwartungen weit übertroffen So sehr wir es gerne zurückbringen würden Öffnet das Roadmap Dokument für 20 Oh mein Gott Bro, du kannst doch gar kein Englisch Was lagen wir zu? Bro, deswegen habe ich den Übersetzungsfeature benutzt, Bro Was? Bro, das ist wirklich so Die bringen die OG Season wieder Die bringen die OG Season wieder Ja, aber jetzt Was heißt dann jetzt? Welche Season genau? Was heißt denn OG Season? Genau der gleiche Ablauf Die haben Weiß man doch nicht Die haben auf jeden Fall In ihr Roadmap für 2024 Jetzt eingetragen OG Season kommt weg Ende 2024 Ist doch egal, Mann Hauptsache die kommt weg Ja, Bro Wenn das Weihnachten nicht daraus kommt Das ist echt eine gute Nachricht Das ist echt geil Den Trailer haben wir schon gesehen, Freunde Geil, 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 geil Carina, danke für die Mitgliedschaft Das ist wirklich eine Richtige Entscheidung, Bro Och, nicht Banani, ey Lami, Banani, Alter Das ist mein Jojo Okay, Bro, jetzt kill du es Serious, okay Weil jetzt ist auch du, Bro Was für Serious, Dicke Da war ich hier kein Scheiß Spiel einfach und besieg mich Bro, du tust da als erst irgendein Endgegner Komm jetzt Zeig, was du auch SU an Kasse 4, bitte SU, bitte Alter, ne Klappe Tschüss, danke dir Tschüss, danke Team Tabasco, danke für den 10er Bro, der nimmt vor mir eine Sekunde vor mir die Waffe Wie viel Pech wir zu haben Niklas, danke, Niklas, danke, danke Na, jetzt kann er halt die Free Kills machen Die Free Early Kills, Digger Weil ich diese Waffe nicht bekommen habe Welche Waffe hast du nicht bekommen, hä? Nein Ach du Scheiße, Mann Das sind Free Kills da oben Werst du gleich down? Ey, Lootleg ist Hot Drop Ja, jetzt fliegen die wieder War die low oder was? Oh, ich habe die beide gut attackiert Ja Herr Blau, ich kriege hier nur Müll, Alter Was ist das, Leute? Ich habe Pech gehabt, dass der Idiot Ach, ich stehe gerade echt unwünstig Gefällt mir nicht, dass ich auch keinen Loot habe Ich habe auch, also letzte Runde Sturmgewehrloot gehabt, jetzt Ey, Bro, diese Waffe hier Sturmgewehr mit Zielfernrohr Ey, wer das spielt, gehört auch gebannt aus Fortnite Wenn ich jetzt kein Schild bekomme, dann Ach, Mann Bro, ich brauche Schild, dann kann ich angreifen gehen Ich habe super bei Loot Bitte gib mir Chucky Komm Ach, nein Bro, oh mein Gott, mein Loot ist Das ist Naruto Ja, Bro Waffenstillstand Waffenstillstand Oh, Bro, Bro Ach, Mann, wieder down Bro Er trifft zweimal Mit der Deagle, Bro Im Flug mit dem Dings Mit der schlimmsten Waffe, Bro Ach, oh mein Gott, das war Jojo, Bro Ich dachte, das wäre ein anderer Fisch Sorry Hop, hop Bro, nimm doch meine Karte mit Ich habe die Karte nicht gesehen, Warte Ich habe doch gerade gefeiert, Digga Ich nehme die schon Bro, ich glaube, ich muss Bill zocken, Leute Ich kann kein No-Bild mehr Oh, Chris, kuss mein bester Oh, Chris, kuss mein bester Oh, Chris, Junge, 12 Euro, kuss mein bester Kuss, kuss, kuss 23 HP Ich hole deine Karte Ich nehme meine Karte und hau ab Ja, will ich doch machen Geh, äh, Motel Geh, Motel Guck mal, wie die da rum Krass waren Bro, weißt du was? Scheiß, lauf, ich geh da rauf Ich sterbe, egal Guck mal, die Kärbrich Das Bananis, Bananis, Bananis Ey, Bananis Hau doch ab Bro, der spielt Pilzkopf, Junge Den habe ich vorhin so lau gemacht, Bro Kannst du mir jetzt auch, um so lau Die ganze Zeit, daun zu gehen Bro, ich Guck mal, ich würde ja gerne nicht daun gehen Bist du rausgegangen oder nicht? Nein, bin ich nicht Ich habe ready gemacht Guck mal, weißt du, was ich für Waffen kriege? Ich kriege die ganze Zeit nur Sturmgewehr mit Zielkernrohr Bro, was soll ich da machen? Ich sag dir ehrlich, der Skin war geil gerade Und der Rest, was du erzählt hast, hat mich nicht gehofft Der Skin war echt geil Bro, ihr seht doch, was ich für Waffen kriege, Leute Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, Bro? Ach so, jetzt haben die Waffenschuld, oder was? Waffensteh ich dann? Waffensteh Hauptsache Waffenstehstand Erstmal Waffenstehstand, Leute Ey, Mann, ey Ich bin auf klar Ey, Bro, wir haben noch nicht eine Runde verwendet sich hier Lass uns mal wirklich eine Runde gewinnen erstmal, Bro Lass uns wirklich mal eine Runde erstmal Ne, die Challenge ist geil Das machen wir haben Bock, Bro Ich sag dir ehrlich Du musst dich halt ein bisschen mal konzentrieren Dann geh nicht auf Kills am Anfang, wenn du halt down gehst Dann geh erstmal fünf Jahre Items looten Lande irgendwo am Rand der Zone Wenn du Probleme hast, Bro Dann lande ich nicht in der Mitte Bro, doch, Lootleg ist geil, aber da war gerade HotDrop Ich hab's nicht gesehen Was für ein HotDog? Ach Leute, ich hab doch Stani vermisst, da hier im Stream wieder, ihr müsst den Stani zu ärgern Wieder HotDrop? HotDog, HotDog Wieder HotDog, wieder HotDog Aber bitte verkack jetzt nicht Man, YoYo ist wirklich jede Runde drin Bro, da ist so'n Fisch, ne? Wie macht ihr das? Ich hab' mich noch ganz schön an der Lauf gesehen Ey, bitte, wenn ich nochmal dieses Sturmgewehr kriege, Alter Dann lösche ich fort, dann ist ja ehrlich Get back! Ja, wichtig Wie er sich auch geduckt hat, der Typ Oh mein Gott, oben drauf Kann ich's machen Warte ich's nur rauf? Boah, guter Hitze von mir Nein Digga, was ist das für ein komischer Sturm? Lass mich mal in Ruhe Bro, er kennt nicht mal mehr die Waffen, Leute Es du kennt nicht mal mehr die Waffen, ich hab' mich ab Ja, ich weiß, wo das Item war Wie heißt denn das Item, Bro? Sturmdreher Wie heißt das? Sturmdreher 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 Sturmdreher? Sturmdreher 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 Man hat echt immer Probleme Stani, ich geb' dir einen Grappler, wenn du willst Nö Hast du einen üblichen, was? Ja Was krieg ich von dir? Eine auf dem Deckel Nein, deine scheiß Klappe Eine auf dem Deckel Bro, ich brauch' erstmal hier alles, ich hab' gar nichts Da geht mir den Grappler nichts an Ich hab' gar nichts, ich hab' gar nichts, ich hab' gar nichts, ich hab' nur ein Bier getrunken Guck mal, da ist Monkey Yoyo da drüben Monkey Ja, wer den Kid ehrenlos Ja, also du Okay Erzähl nicht als Kill, ne? Doch Wenn du so ehrenlos bist und den Kills brauche, da machst Oho Also ich würde es ja, ich würde es ja, ich würde ja nichts anderes von dir kennen, weißt du? Oho Boah Ich find' wieder nix Cool, Leute, ne? Dann lassen wir kurz mal stand Monkey Yoyo machst du Waffen schlüstern? Ich glaub' der macht Waffen schlüstern Wer macht Monkey Yoyo Er macht Waffen schlüstern Was leuchtet das so schön? Jaaa Ey Leute, ich hab' immer Augeheds Okay, Leute Bitte jetzt nicht drauf gehen Bitte kein Sniperino, bitte Sniperino So, jetzt machen wir schnell unsere Kills Auf ganz schmackhaft Wer fliegt denn da so? Ich flieg' Ich geh jetzt ertiltet Bro, was schießt du auf mich? Hm Wolltest du mir nicht einen Grappler droppen? Ja, wenn du mir irgendwas geben kannst Ich hab' wirklich zwei Grappler Gib mir irgendwas, was ich brauche Dann kriegst du den Grappler Warum soll ich dir Grappler geben Und die Challenge dann riskieren zu verlieren? Bro, ich dachte, du bist ein cooler Typ Ein cooler Typ? Ich dachte, du bist ein Atze falsch gedacht Hä? Bro, wie viele SMG-Hits willst du noch bekommen? Bis dich da geht Aura Komm zu mir Bro, was soll ich zu dir kommen, wenn da tausend Leute sind? Lebe noch Ich hab' nicht mal Dings Ich hab' nicht mal Heal, Bro Bro, die hat wirklich so lange überlebt Sie hat bis heute überlebt Yawa, geh mir aus dem Weg Schick Er schießt einfach random da rein Du bist so schwach, Bro Okay, nächste Runde spiele ich anders Ah, guck dir meine D-Bots dann Was war das für ein Combo? Ich denke, Tony Hawk Okay, zwei Kids Hey, Julius Baumeister Grüezi Danke für 5 Euro Vielen, vielen Dank Ah, scheiße, auch kein Essie nehmen Danke, mein Schatz Warum lachst du? Weil du schlecht bist Warum? Das ist die erste Runde, wo er mich mal wiederbeleben muss So, jetzt erstmal Essie wiederbeleben, Leute Oha, er baut sich einfach aus Ja, Minecraft haben wir schon Ey, Nicolas Sag dich für 12 Euro Man muss den Ich zeig gleich den Eminem-Skin, den man ausgewählt haben muss Erinnert mich noch, wenn die Runde vorbei ist Danke Grüß Hallo, ich bräuchte auch mal einen Grappler Ach, nein Schade gibt's ja keine Flugzeuge mehr warum haben die rausgenommen weil die uns auf die zeit vorbereiten wollen ich glaube man muss den eminem skin auswählen mit diesem anzug mit diesem anzug dann kriegt man den extra zwei leute also eigentlich müssten wir den style der heute direkt schon kriegen das hast du nicht gesagt wo ich sehe auch immer noch nicht durch wo die kisten sind im haus ja genau demütig smoky aber ich finde es voll schade bro es gibt nur eins in dem man sich kaufen muss um den spezial style zu bekommen was ist denn diese items mit dann können wir uns bei dir immer hoch rein hier ist schild ach so ich du lass uns gehen das suchen lass das schriften mein schatz das zahlt die sei lass salzige springnudel bitte nicht lass zur salzigen springnudel was hast du eine rakete da ist ein pilz hinten oder ich weiß dass es ein feilschirm ist aber sieht aus wie ein pilz die du hast dich mal den eminem skin habe ich auch nicht sein den fortanfall so cool und hat also jeder kratzer hat ihn bekommen ok könnte also bin ich ein krasser kreis könnte eigentlich sein dass wir echt nicht bekommen was auch den habe ich dann bekommen also wenn es um krasse crater geht dann habe ich den safe ja wo sie jetzt die ganze dully gegner weiß ich nicht aber ich muss auch langsam jetzt mal ein bisschen mich voranschreiten komm ich zeig dir wo du bist ist aber auch schon ein wir sind auch safe wieder da oben auf dem baum hier aufbauen und sind die da ja 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 und leute hatte warte 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 muss drei haben nicht rein fünf leute bist du echt nach oben geschossen wo sind die denn wo sind die da braut hat das ist das ist der monkey ja das monkey jojo monkey bist du das lass mal wo sind die denn hier das ist eine krone braut ohne krone die müssen welche sein ohne unter uns braucht allerdings der macht liegt da oh mein gott wo das ist gar nicht das ist 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 das wir mein sohn ja wie er gekommen sind mir direkt one shot gegeben hat und es hat mir wieder klaut ja war drauf Der riftet. Nein. So knapp. Bro, das war Black Widow. Black. Ich zieh die nicht. Hey, klaut doch nicht alle. Nein. Scheiße, Dicker. Aber den hast du auch nicht bekommen. Ich glaube, Monkey Jojo hat den geklaut. Jojo, warum tust du mir das an, Bruder? Da oben sind welche. Boah, ich sag, die Grappler werde ich so vermissen irgendwie. Also Grappler ist schon ein Item, was echt was carried, Alter. Das ist wirklich... Heute noch Community Games. Ey, Pharao, danke schön. Weiß ich nicht. Aktuell macht das gerade echt Bock, diese Challenge. Nachher sind die Server eh down, Bro. Dann können wir echt Community Games machen. Dann können wir sogar noch mal Skin Contests machen. Ich sag die Real Rap, weil die Zäufer gehen auch zwei schon vorher down. Oh, der wird nur Creative verfügbar sein. Das ist echt geil gemacht jetzt. Vor dir, SU? Ja. Guck mal, was ich bitte mache, Leute. Guck, 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 guck. Ach, du hast den auch gesehen? Bro, du hast ja gar keine Kills. Hä? Ich habe zwei Kills. Hä? Eigentlich hätte ich drei, hätte Jujo den nicht KS'd. Jujo, du hast ja gar... Was ist das für ein Kill-Duell? Ich check's nicht. Bro, du hast gerade zwei KS. Was laberst du, Digga? Ich hätte jetzt vier haben können. Was laberst du? Ich halte die Klappe. Live, wie wenn Rakete startet, Bro? Rakete! Ja, schön. Ich bin traurig. Rakete startet. Ich bin traurig. Esi, was ist da los? Was ist da los bei dir? Ja, nichts. Was ist denn da los? Ich finde keine Gegner mehr. Bei dir kracht's. Digga, er hat schon acht Kills. Geht's, das war's. Ja. Bro, ich habe hier gerade gegen World Cup Spieler gespielt. Ass you down. Er hat von fünf Seiten attackiert, Digga. Ass you down, Bro. Ich komme, ich komme. Push nie, dich? Die zwei Leute, nee, nee. Die haben mich nicht gepusht. Geil. Pass auf. Nur noch zwei Leute da. Ach, es ist you, Bro. Hier, 20 hast du schon mal. Das Ding ist, leg dich niemals gegen den Master auf Jesus. Bro, ich musste einfach aggressiv jetzt rein. Bro, hier ist die goldene Skase sogar für dich. Und ein Juggy, 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 Juggy. Was geht, du? Digga, was los? Zock dir oder was? Nee, nee, nee. Ich zocken hier gerade schon richtig fresh. Alter. Ey, lass mich mal mitzocken, ihr Paul Berger. Nö. Mach' ein Sub-Challenge. Mach' ein Sub-Challenge. Was ist eine Sub-Challenge? Ja, Kill-Duell. Kill-Duell und der Verlierer muss den anderen immer dann Sub schenken. Ja, okay. Ich bin dabei. Ich bin recht dabei. Let's go. Leute, Max ist ja... Also, bei Max verdienen wir ja dann unendlich Geld. Soll ich ehrlich, Leute. Das ist ja dann Money-Glitch bei Max. Ich muss gleich Steining 20 erstmal geben. Nee, nee, nee. Bro, du hast ja letzte Runde da, wo du gewonnen hast. Alles gut, also von daher... Sicher. Also 0-0 jetzt wieder? Ja, ja, 0-0. Ja, okay. Dann mit Max offiziell neu. Aber dann machen wir so, dass der Verlierer den anderen beiden wirklich dann... Ey, ich sag's nicht ehrlich, wir können nachher echt Skin Contest machen. Also wer Bock hat, Skin Contest, kann schon mal Discord vorbereiten mit wieder Chat. Wenn ihr reinkommen wollt, Leute. Ja, kommt. Also wir werden auf jeden Fall Skin Contest machen, weil die offiziellen Server werden ja zwei Stunden vorher down sein. Das weißt du, ne, Stu? Ja, save. Also du meintest ja, dass wir jetzt das erste Mal hinbekommen haben, dass wir dann in Creative trotzdem reingehen können. Das ist das Geile. Damals war immer so, dass man nicht zocken konnte. Aber jetzt kannst du einfach Creative nebenbei zocken. Voll geil. Wann geht's los, Jungs? Um 19.30 Uhr. Nee, ich mein mit der Kill-Duell-Challenge. Jetzt direkt gleich, nur noch zwei Gegner fehlen hier bei uns. Okay, okay, nice, gut. Bei uns. Ich geh all in rein. Der ist hier irgendwo. Ist der alleine? Ja, ich glaube, Frau Lein-Augenklappe war das. Die war hier alleine. Bro, lass gucken, ob Waffe schüchert ist. Sei ich dir ehrlich? Ja, komm, waffe schüchert ist. Wo ist sie? Ist kein Waffen schüchert. Er wollte keine Waffen schüchert. Keine Waffen schüchert. Äh, war das nicht Frau Lein-Augenklappe? Nee, das war ein anderer Idiot hier. Das war ein Idiot. Das war ein richtiger Idiot. Okay, lass gucken, ob... Die ist da links, die ist da links noch. Ja, ja, lass gucken, ob Waffenstillstand erst. Erst gucken, ob Waffenstillstand. Jetpack ist gleich kaputt. Nein, ey, Monkey-Jojo nicht anschießen. Nein, Monkey-Jojo. Man. Die wollten auch gucken, ob Waffenstillstand. Der Pisch. Oha, aus der Hüfte getroffen. Bro, er will einkaufen gehen, Bro. Komm, lass einkaufen mit ihm. Wuhu. Kann man mit Jetpack und Einkaufsdorgen fliegen? Waren wir jetzt halt den Sieg, oder was? Wo ist der fette Fisch? Der fette Fisch ist hier am... Gucken. Ey, die Einkaufswegen müssen zurückgebracht werden. Hallo. Die Einkaufswegen müssen zurückgebracht werden. Er klaut die, weil er denkt, dass er zwei Euro da reingesteckt hat. Er denkt, das gehört jetzt ihm. Oh, Grappler, wichtig. Alter! Der driftet! Der driftet. Der driftet, as you. Er ist einfach nur am Driften. Leute, wir haben jemanden gefunden, der Waffenstillstand macht. Yeah! Oh mein Gott, letzte Zone mit ihm. Seid ihr dabei? Late Zone. Ey, wir haben jemanden gefunden, der Waffenstillstand macht, Freunde. Ist das geil. Komm. Wir snipen ihn jetzt. Wo ist er? Hä? Bist du eigentlich ein Huhn? Shani ist wieder ein Huhn. Sag mal ehrlich, bist du ein Huhn? Ich sag mal ehrlich, Bro. Welches Tier wärst du gerne? Ähm. Huhn nicht, weil das bist ja schon du. Sag mal ehrlich. Bro, welches Tier wärst du gerne? Nee, aber ich sag den Retalk, ein Tier, was fliegen kann, ist schon heftig. Ich glaub, das wär schon geil. Also für mich... Wenn ich ein Tier wäre, dann wär ich gern Lottie bei Stani. Ja, das ist gut, aber ich sag ehrlich, Bro, also SU seh ich eigentlich auch so als Hund. Nur weil ich dich grad Huhnsohn genannt hab. Alter. Schade. Nee, ich sag ehrlich, SU seh ich so ein bisschen als Hund. Guck mal, du hast grad sogar diese Geräusche nachgemacht. Wann ist eure Runde endlich fertig, bro? Das ist voll geil, um zu sein. Der ist eigentlich schon... Guck mal, das Ding ist, guck mal, so ein Hund zu sein, ist ja voll geil, weil du bellst ja schon die ganze Zeit rum und so. Also musst du dich ja gar nicht mehr voll verändern. Warte, 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 warte. In dieser Runde hab ich nicht einmal gebellt. Nee, aber du musst dich ja gar nicht mehr kurz verändern. Komm mal kurz runter. Wir müssen das jetzt beenden. Nein, wir machen die Neu-Kill-Challenge. Man in die Insel. Ich will einen Trickshot machen, wenn sowas stehen bleiben, wenn du dich mal einstellen. Boah, Leute, ich werde gleich so sehen, wie Stani und Essin der Kill-Challenge abziehen. Also ich sag ehrlich, Max mit der Absicht liegt der 1.000 Euro. 1.000 Euro? Okay, Bro, ich helfe dir, Max. Videobeweis. Ich helfe dir und dann machen wir 50-50. Videobeweis, habt ihr das gehört? Stani gibt mir 1.000 Euro. Das war ein krasser Scope, Leute. Was tanzt du da wieder so rum, so dämlich da hinten alleine? Ey, Bro, ich sag ehrlich. Ich muss jetzt Eminem erstmal ausrüsten. Cringe, cringe, da ist nicht Eminem drin. Ey, oh mein Gott. Leute. Ey, ich werde wieder 1.000 Euro. Ich werde wieder S.U.'s Mutter auspacken. Boah, guck mal, was er sagt. Okay, dann werde ich deinen Vater auswählen. Alter. Ich wähle jetzt deinen Vater auswählen. Welchen Eminem-Skin findet ihr cooler, Leute? Schon den hier, oder? Der mit der Maske sieht ein bisschen weird aus. Ich sag ehrlich, der mit der Maske erinnert mich ein bisschen an S.U. Obwohl, ich habe Stannis Mutter gefunden, warte. Du hast meine Mutter gefunden? Ich habe deine Mutter gefunden. Ja, okay, dann werde ich deinen Vater spielen, Bro. Dann spiele ich deinen Vater, du Eke. Ich muss mir noch einen coolen Skin machen, Leute. Wie heißt du noch mal im Spiel? Äh, iCrimex OG. Okay. Weil ich bin iCrimex OG. Wow. So, wo ist... Guck mal, wie er gerade am Suchen ist. Er braucht erst mal eine halbe Stunde. Ich habe seine Mutter direkt gefunden in meinem Spind. Sofort, zack. Bro, ich habe halt nicht so einen Schwalspruchspinnt wie du. Oh, dann such doch meinen Vater jetzt. Komm. Ja, ich such ihn doch gerade raus. Leute, das passt ja unnormal zu dem Outfit. Boah. Leute, der Skin-Kombinations-Boss ist aber wieder zurück, ne? Guckt euch das mal an hier. Alter. Schon lange war der Skin-Kombinations-Boss nicht mehr da, Leute. Aber er ist wieder zurück. Guck mal, er sucht immer noch, Leute. Er sucht immer noch der Standard zu dem Skill. Ja, warte, warte. Ich habe sie gleich, ich habe sie gleich. Bro, du kannst das nicht überbieten, was ich hier gerade gemacht habe. Geht nicht. Max, ich finde dich nicht. Du musst mal kurz selber auf meinen Namen oder auf Stani schreiben. Bro, ich habe zu viele Skins, Leute. Mach ich sofort, Bro. Ja, Stani, such mal weiter. Hä, was ist das für ein Skin, Leute? Boah, voll krass. Von so mitschalten, glaube ich. Boah, eine gute Hacke dazu, Leute. Ich bin vorbei. Ist doch was. Bro, ich habe zu viele Scheiß-Skins, Leute. Bro, der Witz, den juckt keinen mehr, Digga. Was willst du jetzt machen? Oh, ich habe jetzt Jus' Vater nach zwei Stunden gesucht und gefunden. Geil. Ja, ja, doch, doch, doch. Bro, lame. Einfach schlecht. Ich habe nicht mal fünf Sekunden dafür gebraucht. Schnitzeljäger. Was lachst du da wie so ein Ekliger? Oh, warte, warte, warte. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Es gibt ein Skin, da würde ich lachen. Ja, ich weiß, ich suche den gerade. Ich suche den gerade. Ich suche diesen fetten Alkoholika-Skin, Leute. Wie heißt dieser fetter Alkoholika-Skin? Wie heißt der, Leute? Du, was er sagt, Leute. Schäm dich. Wie hieß der nochmal, Leute? Ihr wisst, welch ich meine. Hey, ich finde... Bro, ich habe echt zu viele Skins, Leute. Das ist so nervig. Wenn man jetzt Skin-Namen nicht weiß, man findet einfach keinen Skin. Das ist halt echt das Problem. Guck mal, ich habe nichts mit darüber. Bro, was ist das? Wie heißt dieser Skin, Leute? Ihr wisst das. Weißt du das? Ich gucke gerade gar nicht. Ja, ja, ja. Warte. Nee, nicht der, nicht der, Leute. Ja, der so aussieht wie Thor. Der so aussieht wie Thor. Komm mal kurz rein. Ich möchte kurz demonstrieren, was deine Mami gerade macht. Guck mal. Nein, da nicht. Ey, SU, wie heißt du denn bei Fortnite? Monkeys, you bei M musst du gucken. Microphone. Wie heißt dieser Fetzlack? Bro, ich seh mir gar nicht mehr durch. Monkey, SU, da. Beitritt-Anfrage. Ich hab dir eine Anfrage. Ja, genau. Angenommen. Bist du da? Danke, danke, danke. Also, ich will erst mal sagen, hier, Max, guck mal, ich hab die Mom von Stani. Und guck mal, was sie jetzt macht. Drei, zwei, eins. Und drei, zwei, drei, vier. Und dann rüft sie. Aha. Stani? Ja? Wie lange brauchst du noch? Ja, warte kurz, warte kurz. Ah, hier hab ich deinen Vater. Digga, Darf, du hast jetzt fünf Jahre gesucht. Ich spiel einfach deinen Vater, Bro. Ich spiel deine Mutter an. Guck mal, was sie macht. Die rüft uns erst mal an. Guck. Haha. Ich spiel einfach deinen Vater, Bro. Checkst du das? Okay, los geht's. Bro, ich spiel einfach deinen Vater. Machen wir jetzt ready, bitte. Bro, ich check nicht. Okay, offizielle Kill-Challenge, oder was? Ich check nicht, dass ich gerade deinen Vater spiele, Bro. Egal, ich check gar nicht, dass ich deine Mutter spiele. Guck mal, was deine Mutter gerade macht. Vom Rollator. Tag-Way-Tour. Wir bauen Udo. Ey, Leute, ihr braucht den Eminem-Skin, warte mal. Welcher war das? Ich glaub, der hier. Hier schaltet ihr euch einen Spezial-Style frei, wenn ihr am Event dran teilnehmt. Hier. Die Marshall-Magma-Variante, den braucht ihr. Falls ihr den Skin euch holen mit, Leute, gebt gerne Stani oder iCrymax oder Asu als Superlight Creator gerne ein. Aber das ist der Skin, wo ihr euch dieses Magma-Auto freischaltetet. Vater und Sohn, Max. Max, mach doch mal ready. Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Bro, wie findest du eigentlich, dass ich S-Yus Vater spiele? Ich sag ehrlich, der sieht eigentlich voll gut aus. Ich sag ehrlich, der sieht gut aus. Komm, ich mach jetzt ready. Ach, Leute, so, ich muss jetzt hier kurz die Jungs abzocken, also. Gut, Leute, 5-Minuten-Regel, man kennt's. Wie, 5-Minuten-Regel? Falls man innerhalb von 5 Minuten down gehen sollte, zählt die Challenge natürlich nicht. Okay, dann. Wenn wir das zu dritt machen, müssen wir eigentlich 10-Minuten-Regel machen. Also tun wir uns dann so reviven, oder wie ist das? Ja, ja, wir müssen also, das ist schon Pflicht. Ich spiel jetzt S-Yus, ich spiel jetzt S-Yus, Leute. Ja, ha, ha, ha. Guck mal, das Ding ist, ich hab das schon, Bro, ich hab dich mit diesem Skin schon hochgenommen. Nee, 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 bro, warte, Leute, ich spiel kurz S-Yus. Wie lustig Stanni das findet. Wie lustig er das einfach findet. Bro, ich spiel einfach S-Yus den Hund. Ich check das auch gar nicht Das war doch dieser Balenciaga-Skin Was hat das mit dem Hund zu tun? Ich check's auch nicht, Bro Was ist denn das? Das macht doch gar keinen Sinn Digga Einfach Stannis Mutter auf dem Moppet hier Ich kann nicht mehr Wann geht's denn los? Nein, ich bin on fire Freust du dich halt aufs Live-Event, Max? Nee, ich bin einfach nur live Um dann davor aufzugehen Geil Das skin sieht voll geil aus, oder Leute? Nein Tschüss, was ist das für ein Skin, Bro? Also ich muss ehrlich sagen Stanni, deine Mom ist schon heiß So, wenn ich mir die jetzt hier so von näher mal anschaue Guck mal hier so Sieht schon gut aus Hast du gesehen, was sie gemacht hat und gehört? Ja, ich finde auch vor allem diese Wazi auf dem Kinn Finde ich richtig heiß, ey Stark, sehr, sehr Mein Sohn, ich mach dir jetzt erstmal was zu essen Oh, da ein Gedanke, okay, wo gehen wir hin, Jungs? Lass uns Bro, das hier in, lass uns Aber warte mal, hätten wir Camp Kroosmann sollen wegen Streaming? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Du hast es zu spät jetzt, Digga Du hast es gelaufen, das Thema Also wenn ihr jetzt hier in unserer Hunde seid Statt dich, das markierst du da? Okay, Streamsniper in unserer Hunde seid Was ist das denn für eine Rattenaktion jetzt gerade? Ich fliege nach Pernodal Keine Ahnung, was ich Stanni gemacht hat Ich habe ihn auch verdurbt Ja, Bro, die Ratte-I-Cry-Mace kennen wir ja schon Kakerlake-I-Cry-Mace Oh, hier wird heute wieder richtig geschossen, ne, Ralf Wenn er die Kakerlaken-Taktik wieder macht Guck mal, die landen alle Die sind alle zurückgeflogen, Leute Hä, sind die doof? Hä? Ey, Bro, wo lande ich denn jetzt hier? Ich sage ehrlich, Stanni hat mich gerade hops genommen mit seinem Ding hier Boah, hier sind gar keine Kisten Oh mein Gott Okay, Kill-Challenge Ja, Bro, ich werde jetzt schon angeschossen Haha, Max down Jungs, was ist denn das hier? Kill-Challenge Mit was für ekligen Tactics die hier spielen Die geben wirklich alles für 20 Sub Also Stanni ist richtig eklig Guck mal, Stanni ist einer, der Der prankt seine Freunde für 20 Sub So ein Ding ist das 100% Bro, wir machen doch gerade eine Challenge gegeneinander Ihr Dummies Ja, du hättest ja sagen können, dass man das nicht Dass man, äh, keine Ahnung was Oh, ich muss in 20 Sub gehen jetzt Max, guck mal, du glaubst doch eh nicht, dass du eine Chance gegen uns hast Natürlich Bro, wir sind wie dein Vater hier in dem Spiel Ja Also weiß ich jetzt nicht, ob das ein Kompliment in Fortnite ist, wenn man sagt, man spielt so gut wie mein Vater, aber gut Ich bin fett Ey, wer schießen da die ganze Zeit so eklig Ich hab erst einen Kill Brauch besser einen Loot, Leute Ich hab, ich bin fett gekillt Hast du nicht, Bram? Hast du nicht, Bram? Ich bin auch wieder kein Schild, was soll das? Ey, was hab ich denn hier für ein Loot? Katastrophen Loot Katastrophen Loot Man findet hier wirklich gar nichts Alles schon weg, oder was? Alles schon weg, Bro Ein Gegner Muss doch hier irgendwo Hat das Profi Herr Lamy, bringt Herr Lamy was in Nobel? Ja Gar nichts eigentlich Ich mach's trotzdem, weißt du, mal gucken Haut der ab, nee, ne? Der haut sich ab Zack, Kill, Leute, easy Ich hab zwei Kills schon Cool, Stani, cool Der eine hier ist Killmax Kenn ich nicht Leute, ich hol uns die 20 Subgifts Kenn ich nicht Killmax, wer ist das denn? Ich hol uns jetzt hier die 20 Subgifts, Leute Könnt ihr euch schon mal bei Stani und SU bedanken? Das sieht gerade gar nicht gut aus Seit wann ist die Sport denn wieder hier? Yo Ich find echt keine Gegner Was soll das? Oh, Stani hat Team Team Schnapper geholt, ehrenlos Was laberst du? Also wenn ihr in unserer Runde seid Dann kommt jetzt alle zu mir Ich hab doch nicht Killmax geholt, Bro Killmax ist ein Bro von mir Oh, Killmax ist ein Bro von mir Was laberst du da? Du wirst doch eh gleich wieder in Tilted Towers klauen Let's go Wiederbeleben, in 5 Minuten Der geht's gut los Hast du gerade den nächsten Kill gemacht, Stani? Wo seid ihr denn alle? Ach, ihr seid schon weitergezogen Ja, ja Ihr seid ja die ganz schnellen hier Die ganz schnellen Hasen Hä, von wo krieg ich die ganzen Hits ab? Ich bin dauernd As you down As you down stark Geil, geil, geil Ich muss kurz aufs Klo Ich komm leicht Ich hoffe, ihr geht auch Au, au, au Alter Oh mein Oh mein Gott Äh, Stani, kannst du zu mir kommen? Nö Bro, da ist noch einer Was soll ich denn machen? Das ganze Team Ja, Bro Boa, er hat mich aus der Luft gesnipet Gottes Willen Wie hat sich in der Luft gesnipet? Ne, nicht gesnipet, aber gelasert in der Luft Ja, ich hole euch gleich, aber ich muss das mal weg hier Ja, ich werd grad gefinished Das war's Ja, das war's Tschüss Ach, mieses Ding, mieses Ding Mieses Ding, Freunde Ja, Bro, ihr solltet euch lieber nicht gegen mich anlegen Ich zeig auch nicht, warum ihr da reingeht Wie die Noobs Und dann kassiert Das sollte man lassen, Leute Bro, warum bin Ich bin noch nicht reingegangen Ich bin zu euch geflogen Wurde in der Luft weggeschossen Das sind Geschichten aus dem Paulaner, Bro Ja, macht so, als hätte ich gepusht, Leute Ja, du hast gepusht Hab ich überhaupt nicht Bro, du erzählst Geschichten aus dem Paulaner Ey, Leute, Stani ist so ein Quatscher Du wirst abgeschossen Okay, egal Stani ist so ein Quatscher, ey Äh, Hamoudi, ich glaub, wir zocken erstmal zu dritt Wollen wir schon auf GTA 6 Trailer Ey, safe, Zockerboy Dienstag, Dienstag, Stani bist du auch live, ne? Ne Bist nicht live? Klar bin ich live, hä Alter, Leute, Dienstag Live sind wir auch wieder Also jetzt, in nächster Zeit passiert richtig viel Fortnite Live-Event heute Dienstag Dienstag GTA 6 Trailer Morgen neue Season Bist du auch bei der neuen Season dabei? Ja, ich denk schon Neue Season wird richtig abgeben, Bro Digga, wann hast du den Skin gewechselt? Ich denke, was jetzt in nächster Zeit alles ist Live-Event, Season Ich hab den Skin gewechselt GTA 6 Trailer Bro, das ist komplett geistig, was in nächster Zeit hier abgeht Ich hab den Skin während der Runde gewechselt Oh, hä? Oh, ich hab mir das Bro, das ist ganz eklig wieder gespielt hat Genauso bin ich auch drauf gegangen Ja, Bro, das sind doch Camper, Alter, hä? Genau so bin ich auch 1 zu 1 3 Leute haben mich so hops genommen Geile Round, Jungs Sehr geile Round Bro, die campen da uns ab, Bro Was soll man da machen, Leute? Direkt breit machen, oder? 9 zu 30 Achso, ich bin rausgegangen 9 zu 30 geht das Event los, Leute 19 zu 30, ihr wisst Bescheid Also 19 zu 30 Ich wisst Bescheid, ah Sind die Dings Online-Server, Bro Welchen Skin nimm ich denn? Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir keine Kill-Challenge machen, sondern einfach versuchen, Win zu holen? Wir können auch, wer länger überlebt machen Dann kann man halt safe spielen Nein, mit den Stream-Cyber geht das nicht, Bro Mit Sturm-Krankheit Nee, du kannst ja trotzdem immer mit der Zone mitrennen Einfach, wer länger auf der Karte überlebt Mit den Stream-Cyber geht das nicht, Bro, glaub mir Lass einfach versuchen, Win zu holen, hätte ich gesagt Nein, wir können auch Kill-Duel machen, Bro Okay Wir haben das gerade auch so die ganze gemacht Also, easy win ist am Start Aber ich habe doch gerade gewonnen, Kill-Duel Ach nee, war ja 5-Minuten-Regel, okay Nee, nee, jetzt Die Wunder hat ja nicht gezählt, Bro Wir sind ja early down gegangen Early 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 Bro, da kämpft der im Busch die Karte ab, Leute Checkt Bro, das waren drei Leute, ne? Hast du die anderen zwei gar nicht gesehen, oder was? Der eine war im Busch und die anderen zwei waren auch auf dem Berg Wann kommt wieder ARK? Das müsst ihr Stanni fragen Hä? Nee, Bro, ich bin ready Du hast doch nicht gesagt, dass wir streamen sollen Aber ich hatte auch echt viel zu tun, Freunde Deswegen wenig Streams in letzter Zeit Ja, ja, ja Aber ich hoffe... Was hast du denn so tolles zu tun? Kannst du uns noch ein bisschen Preis geben, ne? Von dir führe ich drei erfolgreiche YouTube-Kanäle Wow, beautiful Mega Okay, Loot Lake Willst du jetzt damit sagen, dass SU nicht erfolgreich ist? Komm, haus raus Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich Gehen wir jetzt Loot Lake oder ist das wieder ein Prank? Ich gehe auf jeden Fall Loot Lake Also ich bin safe Loot Lake Okay, okay, okay Was Stanni wieder für eine Aktion macht, kann ich nicht sagen Der Eklige Ich hoffe, er macht gar keine Käse Streamsniper am Ende der Runde zu uns, Bro Streamsniper am Ende der Runde Dann bauen wir mit euch eine Skybase Im No-Build-Modus Geil Feier ich Also ihr könnt alle beim Skin-Contest teilnehmen Ihr müsst einfach nur im Mitglieder-Chat kommen auf Discord Ich habe auch mal eine Akklingung Warum lügt ihr jetzt alle an? Wie? Das können auch alle mitmachen, Bro Bro, er lügt einfach wieder Oh, macht ihr einen Skin-Contest? Ja, ja Oha Ey, SU Willst du bewerten? Max bewerten Hey, Max Ey, wenn ihr einen Skin-Contest macht, dann werde ich undercover in den Skin-Contest reingehen Hä? Ne, ne, ich mache auch mit Also wir brauchen irgendjemanden, der Am Ende Am Ende, Bro Am Ende Am Ende Ja, geil Steini hat ein Spiel-Kill bekommen So macht er seine Kills also Ja, das ist halt, nur durch Stream-Sniper kann der gewinnen Nur durch Stream-Sniper kann der was Oh, du hast schon wieder einen Kill und gleich freust du dich wieder Oh, ich habe einen Kill mehr als ihr alle Ist doch immer dasselbe mit dir Oh, da unten ist einer Bro, bitte denk nach, bevor du redest Bitte, bitte, versuch nachzudenken Oh Oh Oh, 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 oh Oh mein Gott Ich habe den gar nicht gesehen Wichtiges Item, wichtiges Item Oh, wichtigeres Item Noch wichtiger Ist der Gegner bei dir? Der Rest ist Müll einfach Müllhausen Was geht denn da ab? Und der Idiot hat immer einen Grappler bei sich Ich gucke ihn an, er hat einen Grappler Er ist mit Grappler auf die Welt gekommen Bro, Max, was ist bei dir gerade abgegangen da? Bro, da ist einfach Einer hat mich angeschossen und ist dann abgehauen Hatte Angst bekommen Kam da irgendwas vom Hümmel runter? Nee Habe ich nichts mitbekommen Nee Nee, nee Hey Gartner Tasserei oder Ferner Batsche Oh Leute, ich bin so wenig Fußball interessiert Sage ich euch hart auf hart Das einzige, was Max interessiert Ist Minecraft Ich bin nur Minecraft Ich bin nur Minecraft-Fan Oh 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 Ich komme dir mal helfen Oh 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 Komm bitte nicht So, wo seid ihr schon wieder? Oh, vor die Pusten zwei Was auch für uns Vor die zwei, ne? Drei Leute vor dir Drei Leute Oh, das nehmen wir hier nochmal mit Zagt, Leute Beantworte einfach Ja, was soll ich denn sagen? Ich kenne euch beide Mannschaften nicht Nein Und wo denn, Leute? Was soll ich euch sagen? Bro, irgendjemand beschießt mich hier durch die halbe Karte oder was? Oh da, bei den Garagen Bei den Garagen Es ist hinter dir Ich verfolge dich, Es-U Er hat dicken Laser Aber jeder hat jetzt ein Kill Jeder hat jetzt ein Kill Nice Jeder hat jetzt ein Kill Nee, 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 nee Es war nicht abgeriffed, bro Ich muss aber, ich muss aber sagen Ich habe ihn mehr getätet als du Was? Na, was du, bro Bro, ich hab ihn doch ruhig mal geschlossen, ne? Bro, ich schlug dir auch kein Chuck-Chuck, Alter Bist du besoffen oder was? Bro, du hast mit den Chuck-Chuck gerade geklaut? Das war mein Gegner, den ich da gekillt habe Ja, denn, äh Mach doch eine Anzeige Okay, Leute, eins, eins Also ich habe ein Mad-Kit-SU Wenn du willst, kann ich dir das geben Nee, ist in Ordnung Weil ich will nicht, dass es dann heißt Oh, ich habe dir geholfen Aber okay Gut, ich habe es nämlich eh gerade selbst benutzt Guck mal, den Biggie lass ich dir sogar Bro, was für den Biggie hast du mir da gelassen? Du hast nicht mal Platz im Inventar, dass du den Biggie mitnimmst, du Idiot Biggie, Biggie, Biggie Alter Can't you see Biggie, Biggie, Biggie Oh mein Gott, war das dumm Oh mein Gott, war das dumm Ich habe gerade so gepennt und Fallschaden gekriegt Stark, ihr seid ja beide echt gut ausgerüstet Also ausrüstungsmäßig bin ich hier gut am Start Aber ich war nur noch ab hier HP So, erstmal noch einen schönen Biggie gefetzt, Leute Richtig und wichtig Oh, jetzt kommt noch der Gravler endlich am Stisselri-Dissel Oh Guck mal, wer der ist, Leute Das kann ich anvisieren Ist das Monkey Jojo? Herr Lammer Wollt ihr mal eine goldene Desert Eagle haben? Nicht von dir Okay Mhmm Herr Lammer Hätte ich euch eh nicht gegeben Geil Ist schon ein bisschen schade, dass Fortnite-Rotier jetzt schon wieder vorbei ist, ne? Muss ich echt sagen Aber angeblich soll 2024 das wieder rauskommen Jaja, 2024, haben wir schon gesagt 2024 Januar oder Dezember, nächstes Jahr Dezember wieder Weihnachtsgeburtstag geschenkt Das ist eigentlich geil, wenn ihr es Friege das jetzt so einmal im Jahr Das wäre echt geil, ich sag ehrlich Das wäre eigentlich krass, ne? Einmal im Jahr ein schönes Fortnite-OG Ruhig ein bisschen öfter hier, ne? Also ich muss ehrlich sagen Fortnite-OG kann man sich echt gut geben Fortnite Für Fortnite Für Fortnite Für Fortnite Für Fortnite Für Fritten Oh, zack Für die Fritten AK ist nix für mich Stani ist schon wieder irgendwo nach Kills zu suchen, ne? Ja Okay Der ist schon wieder ganz woanders Ein Kills Oh mein Gott, er hat zwei Kills Muss weg, Max Auf Wiedersehen Ich komm mit Woo Ein Kill könnte schon alles ausmachen Ja, das stimmt Hier muss man Gas geben Hier muss man Gas geben bei der Kill-Challenge Stani aber gleich wieder down Einen Schaderfahrt müssen wir zu dem Loot-Drop, sag ich ehrlich Wo ist ein Loot-Drop? Achso, dort Habe ich markiert auf der Karte? Hm, ich überlege gerade Schockwelle, Leute? Ne, scheiß auf Schockwelle Ja, hab ich Rebooten, Leute Das ist das Problem Oh, Stani hat den Key gar nicht bekommen Wichtig Die haben sich wiederbelebt Wichtig Ich gehe mir jetzt den Loot-Drop holen Wie er ohne mich reingeht Schade Airdrop Als ob da niemand beim Airdrop ist Oha, was ist das gekommen? Heavy Sniper Kannst du haben Deine Mutter ist der Heavy Sniper Der goldene Heavy Sniper ist doch crazy Ich werde jetzt hier der Sniper Profi So nimmst das mit Bro, was war das gerade für ein Blumen, Leute? Das kann ich machen jetzt so viele Leute da Nein! 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 Bro! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Was? Bro! Was ist denn los? Da sind ganz viele Oh nee Warte, Jungs, ich carry euch wieder Nimm die Karte rechts, rechts, rechts Hol SU, hol SU, Bro Das schaust du nicht Das schaust du nicht Boah, wollen wir DU Skin Contest machen, SU? Können wir auch Dann machen wir als DU mitran teil Können wir safe machen? Ich hab Bock Reki, ja, dankeschön Boah, das wär nice Wir finden safe irgendjemand, der wieder bewertet 100% Der müsste Max auch jemand haben Das wär eigentlich geil Du, Skin Contest, wär ich auch dabei Aber wen könnten wir da nehmen? Vielleicht Savile? Ist Savile auch irgendwie am Start? Bestimmte Savile am Start Savile, Bro Savile, seine Zeit ist aufer Savile hat sich ausgesavilt Okay, SU, hol dich wieder Ich hol dich da raus Boah, okay Ey, Bro, da ging ja gar nichts rein, Leute Max bewertet Das wär eigentlich auch geil Oder ich bewerte Das wär auch geil Das wär echt nice Du, Skin Contest, Max bewertet Max hat auch keine Ahnung Das wird lustig Was für, was für Ich hab keine Ahnung Was redest du da? Ja, so von Skins Er will damit sagen, dass du erst Runde rausfliegen Alle aktuellen Skins in Fortnite kennst Ja, es geht ja auch nicht um die aktuellen Natürlich Bro, so sind Skins, die man lange nicht gesehen hat Bro, da kommt Bro, die sind ja uns hinterher dran Hä, von allen Seiten, Bro Von allen Seiten Ja, rennen, rennen, rennen Irgendwo hin Dann in dieses Gebäude Da ist du rift Links, links, links Blau Gebäude Ja, das war's, Digga Das war's Ach, Digga Was war das denn jetzt hier? Ich hol die Karte von Stani Und dann kommen wir zurück Ja, ja Leute, wir sind die Runde mehr down als alles andere Du kannst meine Karte direkt bei, äh, dass die DIVO wiederholen, ne? Ja Ey, Bro, ich hab dir auch so viel wieder angeschossen, aber die... Ich weiß nicht Irgendwie hat die... Oder waren mehrere Teams, da waren vier, fünf Teams oder so Digga mit seinem Helikopter, Leute Helikopter, Helikopter Bro, nimm Dings mit Schack, schack Rechts, rechts, rechts Nimm vielleicht erst mal Schack, schack Oh, ja Sicher Nimm Schack, schack Wie war der? Ein Schacki, Junge Ja, Solo ist langweilig, Bro Duo ist doch nicht aufwendig Was ist das denn am Duo aufwendig? Wir brauchen doch nur ein Duo, Bro Aber habt ihr gute Leute, die daran teilnehmen und nicht irgendwie Streams nennen oder so? Ja, ja, safe Also ich würd' ich nur sagen Dann mach ich noch mal Oh, ja, ich krieg' ich Bock, Leute Dann mach ich mit SU Äh, boah, das wird geil Ich glaub, die gewinnen sogar Sucht euch mal ein Duo-Team Preisgeld machen war 100 Euro Boah Wenn ich gewinne, Leute, gibt's natürlich nix Und ich werd' das ganz bewerten, also Ich bin mal gespannt Ich werd' dann meinen Chat ausblenden Und ich muss erraten, wer ihr zwei seid Ich helfe, wir fliegen erste Runde raus Kann ja auch sein Ja, die Leute müssen bei Mitglieder reinkommen Oh, Leute, guckt euch das mal an Protection Also die Leute müssten bei 99 Leute reinkommen Ihr müsst euer, wenn ihr mitspielen wollt Müsst ihr euren Mitgliedschaft am besten Wir werden auch ein paar runterziehen Aber wir können nicht alle runterziehen, weil dann zu viel Kreuz dabei sind Das ist ja auch das Ding, Leute Ich geh mal zurück, Leute Kurz mal den Loot abchecken Das ist dann bestimmt noch was Geiles dabei Boah, oder was? Ihr müsst mich retten, Jungs Wir kommen ja hin Ja, ich komm ja gleich Kann man vielleicht noch jemanden AR oder so mitbringen? Ich hab' leider keinen Platz Wir können riften hier Rifte, du, ich fahr' mit Kugler dahin Geht genauso schnell Der Kugler Glaubst du, er ist jetzt schneller Safe Ich frag's, du kannst jemanden AR mitbringen? Nein, ich hab' noch zwei freie Plätze Bringt mir keiner AR mit, danke Ja, die sind dort Die sind dort Bleib hier auf Heiber, bleib hier auf Heiber Ja, ich bleib hier rechts Oh, wie ist es, Leute Ich kann den Einleicht lasern Ja, ich bin auf dem Baum Vielleicht können wir von oben Druck machen Pressure Oh, jetzt SU Jawohl Hä? Wegen diesem Scheißbaum, Mann Ich hab' jetzt keine Moon, Bro Ich hab' jetzt keine Moon Boah, SU macht den Helikopter Ba, 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 ba Boah, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist SU вспucht WVHP hat der, Bro Bitte Ich schieße halbes Jahr auf ihn Ich geh' nicht raus Ich kommenzieher, er weiß gar nicht, wo vorne ist Hast du nicht gesehen, wie viele Hits ich getroffen habe. Ich hab's doch gesehen, es hat mich selbst voll gewundert. Du hast ihn ja übelst angehittet. Da ging ja gar nichts rein. Ging alles rein, meine ich. Aber der hat überlebt? Das hab ich jetzt auch nicht gecheckt. Wie oft soll ich noch auf ihn schießen? Boah. Ey, der Typ ist ein Hacker. Bro, was? Du machst bei mir auch. Das geht gar nicht. Das war Realtalk der gleiche wie bei SU Digga. Das geht nicht. Das ist Hacker, Leute. Das geht, also RealRap Hacker. Machen wir direkt ready oder was machen wir? Also ich bin wieder raus, sorry. Mann, warum äffnet sich immer der Chat, Leute? Das ist ja voll scheiße. Ey. Lass mal Trio machen mit Ausführung. Ich hab ihm so viele Hits gegeben, da passiert einfach nichts. Lass jetzt einfach mal ne Runde gewinnen. Einfach mal ne Runde gewinnen. Ich hab zwar Killtile gerade wieder gewonnen, aber... Ja, komm, lass jetzt mal auf den Win gehen. Ey, warte mal hier. Mach dich bereit für den großen Knall. Bette Royale. Null Bauen. Rettet die Welt. Und Gruppenkeile werden zur Vorbereitung auf das heutige Event um 9.30 Uhr... Hä, die werden das um 9.30 Uhr deaktiviert? Deaktiviert. Ich dachte schon vorher zwei Stunden. Ah, krass. Alter. Oha, Leute. Aber wir können auch danach... Oha, Leute. Machen, Bro, nach dem Event. Oder geht ihr denn auf? Nee. Ey, je nachdem wie lange... Was meinst du? Was meinst du nach dem Event? Das Event wird 12 bis 15 Minuten dauern nur, Bro. Ach, krass. So kurz. Was willst du nach dem Event machen? Ich hab's nicht verstanden. Skincontest, meint er. Ey, das ist doch davor, man. Wir haben doch jetzt noch eineinhalb Stunden. Ja, lass echt davor. Wir können auch gleich... Lass jetzt Win holen und dann machen wir den Skincontest. Okay, okay, okay. Okay, okay. Bin mit dem Skincontest. Ja, ja, das ist gut. Ey, der offizielle Trailer wurde rausgehauen in Großformat, Bro. In Großformat. Vom Event jetzt... Ey, Max, hast du das gecheckt? Lamborghini Huracan STO kommt, Bro. Offizielle Lizenz? Nein, nein, nein. In Forte wird offizieller Lizenz, Junge. Was? Ja. Bro, oh mein Gott. Junge, es gibt Schalldämpfer optional, Rotpunktvisier optional, Griff optional und erweitertes Magazin als Waffenerweiterung. Was? Ein Lamborghini Huracan? Als Gleiter oder als Fahrzeug? Ja. Als Fahrzeug richtig, Bro. Offiziell lizenziert. Ich kann mit einem Lambo rumflexen. Und so Lookalike-G-Klassen gibt's, Bro. Lookalike-G-Klassen gibt's auch. Ey, ja, schade, dass Mercedes nicht die Lizenz rausgerückt hat, ey. Boah, Mercedes ist ja auch lustig. Boah, das ist so krass. Das ist echt krass. Also, ich sag, nächstes Season wird so heftig, Leute. Ich sag, Re-Rap, das wird echt schwer. Fortnite macht wieder ein paar gute Dinger hier. Bodenlos, ist awake. Bro, das wird dem. Bro, dieser Lambo sieht so krank aus. Ich check's nicht. Junge, sag mal, mein Lohs ist die Runde. Sieht man, was schon in dem Trailer? Ja, ja. Ja, siehst du das kurz. Boah, Leute, ich muss mir auch gleich mal den Trailer anschauen. Ich hab das noch gar nicht gesehen. Junge, seid ihr schon in der Runde? Ja, ja. Bro, wir sind schon bei Loot Lake gelandet, hä? Ach so, oh. Ja, perfekt, Digga. Es liegt mir Waffe ab, das war's. Ach, Digga, ja. Ach, komm. Wir haben ja gar keinen hier im Team. Hä? Bist du nicht in der Runde drin, Stani? Doch, 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 doch. Was war das denn, Digga? Ey, der landet bei mir, klaut mir meine Waffe, ey. Was hat er für eine Waffe? Tag. Tag, 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 Tag. Junge, ey. Jetzt krieg ich ein kleines Schildtränke, ne? Genau, das war der, das war der mit meiner Tag. Manchmal die spawnen einfach, die spawnen einfach irgendwo, Bro. Ja. Die spawnen einfach neben mir. Kannst du meine Karte noch aufsammeln? Safe. Ich hoffe nur, man kommt da dran, weil das war so in der Luft quasi. Oh, das könnte natürlich kritisch ausgehen. Nee, nee, nee. Oder fällt die dann runter. Ich möchte die Karte runterfallen, ja. Die fällt runter. Ist da noch einer oder was da unten? Die Karte ist unten, die Karte ist unten, okay. Alter. Äh, oben sind welche gewesen, ja. Ja, auf die YouTube Hinsel, Leute. Heute gibt es kein Minecraft, das ist only Fortnite. YouTuber Insel, das war, ja. Only Fortnite. Für Fortnite. Sollen wir Druck machen gehen? Ich hab keine Waffe, du hast keine Waffe gefunden. Du hast noch gar nichts. Nee, ich hab noch, die wurde mir geklaut, alles von Max. Das ist scheiße. Da ist ein Hund im Wasser. Da ist ein Hund im Wasser. So, er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Auf mich hat auch jemand geschossen. Warte. Die pushen mich. Let's go at you. Let's go at you. Hau ab, hau ab. Puschen mich. Das war doch ein Bot, Digga. Wie hat der mit dem letzten Schuss gegeben, ey. Ich checke das nicht. Hau ab, ey. Das ist das ganze Sieben. Das ist das ganze Sieben. Ich bin in Sicherheit. Kann man da eigentlich reinlegen? Nee, kann man nicht. Ich mag schon mal wieder blieben, okay? Ja, ja, ja. Ey, Jungs, wir müssen ja jetzt einen Win holen, sonst cringe. Warte. Ja, Waffenstillstand machen echt viele Leute, also. Das ist echt krass, ey. Das ist wirklich heftig. Wie, was für Waffenstillstand? Was für Waffenstillstand? Hier, Herr Anwalt hat auf TikTok halt so eine Challenge gestartet. Meinte, Leute, hier in Fortnite, letzter Tag, bitte greift euch gegenseitig nicht an. Ja, Bro, Herr Anwalt mit seiner krassen Fortnite-Community kann natürlich sowas starten. Hey, so, die sind freundlich jetzt wieder was? Ist Herr Anwalt krass in Fortnite? Ich wusste gar nicht, dass der Fortnite zockt. Kann ich dich wieder blieben, hier oben? Hier sind Streamcyber bei mir, die helfen, die helfen, die helfen. Ja, okay. Pass auf, da ist so ein Typ mit gelben Dingensklamotten, der ist richtig eklig. Er sucht mich schon. Vielleicht ist das ein böser Streamsniper. Meinst du dein Vater? Mein Vater? Der Vater ist grad hier, Bro. Nee, nicht mein Vater. Dein Vater ist grad hier. Krass. Bro, er macht hier auf ganz... Bro, er macht auf richtig dicken Max, ne? War der ja so Ehrenmann. Dicken Max? Oha. Das war nicht Herr Anwalt? Sollen die Leute im Chat? Dann gesagt, es wäre Herr Anwalt gewesen. Ja, das hat Herr Anwalt gesagt. Stanni? Hast du hier gerade wieder Fake News verbreitet? Ich habe nur das wiedergegeben, was du mir erzählst. Erstanden ist ein Quatsch. Ich bin jetzt wieder down. Bro, was soll ich machen, Leute? Ich hab keinen Dude, Bro. Ja, ich komm hier schon. Hä, du? Ich hab doch gerade gesagt, soll ich Max wieder beleben gehen? Ja, mach, 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 mach. Ich zitiere, mach, 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 mach. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Hab ich so gehört. Ich bin jetzt Matt geht und komm zu dir, mein Sohn. Nina, dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Dann belebe ich dich. Die Dreizackbrüder auf die Eins. Ja, Statement, Stanni. Der Stanni hat dich einfach in den Stich gelassen. Ja, nach dem Event werden die offiziellen Fortnite-Server offline sein. Ja, safe. Jetzt gibt's den neuen geheimen Orden. Der Widerstand. Wie heißt der so, oder das? Der Widerstand. Max, sei mal ehrlich. Du hast diesen Namen doch einfach random erfunden, ne? Ich hab einfach irgendwas... Ja, und die Leute so... Oh mein Gott, you, vertrau mir. Voll die gute Idee. Nennt deinen Clan Widerstand. Oder nennt euren Clan Widerstand. Widerstand. Bro, das ist einfach so random in der Aufnahme. Weil ich einfach irgendwas geschrieben, der Widerstand. Bro, die schreiben alle guter, guter Name. Widerstand. Ist auch ein guter Name. Nur weil es random ist, heißt ja nicht, dass es nicht gut ist. Ja, aber da sieht man einfach... Sie sprechen ja alles nach, Bro. Also, gibt's jetzt nicht mehr den Paul-Berger... Also, ich fand eigentlich den Paul-Berger-Orden am besten. Bro, es gibt... Paul-Berger-Ritter gab's. Wir nennen uns jetzt die Golden Boys. Also, seid ehrlich, Leute. Der Paul-Berger-Orden war der coolste, oder? Ja, wir brauchen keine Helfer. Die Golden Boys. Die Scope da erst voll Lash, Bro. Wer spielt die? Wir gehen jetzt Stunny Carrying. Wir gehen jetzt Stunny wieder durch Carrying. Oh, Reboot-Van hier. As you hast gehört. Sollen wir erst... Lass uns erstmal Stunny Vorsicht zerbrochen. Warte, warte. Ich bin gleich bei seiner Karte. Bro, du spielst wirklich die Scope AR? Krass. Wer? Äh, Pharao. Ich find die so Müll irgendwie. Oh, die fighten da immer noch. Guck mal. Äh. Scope AR OP. Kapi. Oh, da sind viele. Da sind viele. Geht da nicht hin, geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Geht fliegen, Geht fliegen, Geht fliegen. Geht fliegen, Geht fliegen. Warte, bis die abhauen. Okay. Bist du mit Scope AR Unreal, oder was? Spielen das da viele? Ey, kennt dich schon diesen Bart, Leute? Pass auf, das sind auch welche, Bro. Das sind welche. Ja. Kennt ihr diesen Bart, wenn ihr Kuchler benutzt und wenig Schild habt, dann kriegt er kein Schild zurück. Guck mal. Siehst du das bei mir? Mein Schild regeneriert sich nicht mehr. Hä? Was ist das denn? Die ganze Runde nicht mehr, oder was? Nee, bis mich jemand wieder anhintet. Also, mir fehlen jetzt 50 Schild. Hä? Das ist ja voll der Wack-Bug. Die sind ja immer noch. Guck mal, wie die da campen, Bro. Die werden von da hinten attackiert. Guck mal, was ich jetzt für den Move mache. Hol meine Karte und den Impuls weg, Bro. Habe ich vor, habe ich vor. Genau. Mit meinem lauten Helikopter einfach. Ja, der Helikopter ist echt laut. Und weg, Bro. Max, du kannst ihn jetzt wieder blieben gehen. Hau ab, Bro. Ich bin jetzt bei dir. Bro, hau ab, der haut der Mann. Ist gut. Die kommen gleich. Ja, alles gut. Ich habe doch mal eine Schockwelle. Warum soll ich jetzt wasting? Oh mein Gott, bei mir. Ja, die sind dort. Hast du die nicht gesehen? Nein. Ja, ach ey, ey. Wir sagen doch die ganze Zeit, dass da AI 10 Leute sind. Ja, Bro, ich weiß doch nicht, was bei euch da ist. Da, da, da. Ich war doch viel weiter hinten. Ich komme gerade angeflogen, ey. Ey, ne Leute, ich kann mit denen nicht spielen. Ich kann mit denen nicht spielen. Ich bin nur da rein. Ey, wirklich. Geht nicht. Geht nicht. Bro, wir gewinnen nicht mal eine Runde. Oh, wir schaffen das. Wir wollen jetzt gleich noch Max Kastner. Wir spielen so einen Müll die ganze Zeit zusammen. Also nochmal für alle Mitglieder, falls ihr mitmachen wollt, kommt in 99 Leute rein. Man kann hier nicht rennen in dem Wasser. Ja, ja, ach ne. Ey, wir sind wirklich so schlecht. Ey, wir schaffen nicht mal eine Runde zu gewinnen. Nicht mal, nicht mal so late game oder so. Nein, hol mich nicht. Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich. Nein, nein, nein. Da hinten. Ach Leute, ich bin hier gerade nur am wiederbleiben. Da hinten sind auch wieder Gegner. Geh Plessenpark, geh Plessenpark. Oder geh hoch da und dann. Geh da hoch und dann rechts. Bei Junk Jackson. Da müssen wir uns bei Max Karte holen. Ja, ja, ja. Da wird safe ein Rift sein. Das stimmt. Wir können Rüchten. Äh, kurz zur Erklärung. Wie kann man beim Skin Contest mitmachen? Für meinen Chat? Äh, also entweder erstmal im normalen Talk bei mir kommen. Wir ziehen ein paar Leute runter. Oder wenn man zu 100% dran teilnehmen will, dann Mitglied sein. Okay Leute, also ihr müsst Mitglied sein. Ne, 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 müssen die nicht. Müssen die nicht. Müssen die nicht. Also die können auch einfach. Ach so, müssen die nicht. Genau, also die können einfach hier auf dem Discord kommen und Talk. Hier auf den Stani Discord. Genau, wir ziehen ein paar Leute runter. Aber, äh, äh, wir muss halt gucken, dass viele Trusted Leute drin sind. Ja, ja. Weil sonst träumen wieder zu viele, weißt du. Ja, ja, ja. Also Leute, ihr habt's gehört. Stani Discord kommt. Ich kann ja mal hier einen Link reinschicken. 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 Leute, da könnt ihr auf Stani Discord kommen und dann geht ihr in Talk 1 oder in irgendein Channel rein. Und, äh, dann könnt ihr noch mitmachen, ja. Also wenn noch Platz ist, dann, äh, könnt ihr noch mitmachen. Duo Skin Contest, also ihr müssten mit einem Partner kommen, ne. Und dann müsst ihr euch noch ein gutes Teamkombinationen überlegen. Guck mal, wie man das jetzt so. Ich hole Max, ähm, Max Karte und dann komme ich wieder zurück und dann spielen wir mal 1, äh, 1 gegen 1, äh, zu dritt. Also, Bro, wenn wir die Runde noch gewinnen, dann presse ich den Besen, Digga. Hey, wir schaffen das schon. Hä, wir schaffen das schon. Hä, wir schaffen das. Ja, es ist so eine Müllrunde. Wir haben Müll-Loot jetzt. Wir sind fünfmal down gegangen. Was soll da jetzt noch draus? Nee, 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 nee. Wir schaffen das. Bro, du darfst jetzt nicht die Stimmung runterziehen. Ja, okay, okay. Wir schaffen das, Leute. Wir wollen hier Motivation haben. Motivation, Bro. Ja, okay, okay, okay. Guck mal, Standi kann ich jetzt aber dort wiederbeleben. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Max, ich finde, du hast dich ein bisschen verändert. Okay, wie habe ich mich denn verändert? Seitdem du deinen Bugatti da gefahren bist, bist du irgendwie anders. Hahaha. Check dir das, Leute. Max ist gestern einfach ein 4 Millionen Dollar, äh, Euro Auto gefahren. Mashallah, mashallah. Ja, also 3,5. 3,5. Das war wirklich krass, Leute. Ja, du kannst ihn da ruhig wiederbeleben, ne, Mr. Standi? Habt ihr vielleicht in meiner Insta-Story gesehen. Hast du Max gerade? Ja, schon längst, hab ich doch gesagt. Ah. 1500 PS-Wagen. Kommt auch die Tage im Video bei Omid auf dem Kanal. Da bin ich in den McDrive reingefahren. Äh, Bro, du musst aber zu uns kommen. Hier sind nämlich Leute. Ja, ich komme ganz schnell hier mit dem Flieger. Warte. Mit meinem Helikopter komme ich. Deine Mutter will dir kein Paul Berger Limo kaufen. Was? Sag einfach, sag einfach zu deiner Mutter, hast dich verändert, Mama. Ich fasse immer noch auf meine Lieferung, meine zweite Lieferung, Max. Hast deine erste schon weggesippt? Hab ich doch gesagt. Alter. So, Paul Berger Limo, Leute, wär jetzt schmackhaft. Also ich sag dir ehrlich, ST würde ich auch keine Paul Berger Limo zusenden. Boah. Dann kannst du die auch direkt, äh, weggippen. In die Mülltonne schmeißen. Gut, meine Freunde. Jetzt erstmal die Concentration und den Win holen, okay? Boah, hier sind noch zwei Kisten, wichtig. Möchte jemand eine goldene Diegel? Boah, ich könnte goldene Diegel spielen. Boah, ich weiß nicht, ob du dazu in der Lage bist, so wie du rumrennst. Boah, ich kann es auch gleich deinstatieren. Komm, Zone, 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 Zone. Boah, jetzt hier erstmal ein bisschen Loot, Leute. Vor mit Team SU? Erstmal ein bisschen Loot. Komm mal. Die gehen hoch mit Glöpfer da. Die gehen hoch mit Glöpfer da. Auf entspannt. Ich geh mal hier auch hoch mit, äh. Okay, was cruisest du da mit deinem Auto? Nimm ich mal mit. Nö. Der Loot. Der Loot. Er sagt zu uns, dass Teamwork macht. Bro, ich geh doch eh hier hoch. Nein, du hättest mich kurz abholen können. Sag mal. Ey, wir sind bestes Team aller Zeiten. Live-Chat, zeig mal eins in den Chat. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, wir gewinnen das jetzt noch zwei, wenn ihr denkt nicht. Ich glaub nicht, dass es so ist. Hey, also. Wir gewinnen das eigentlich easy, Bro. Sag mal ehrlich, wer denkt, dass wir das nicht gewinnen können? Boah, das ist, wir spielen einfach nicht mit dem Team zusammen. Ja, aber mit Schlannik kann man halt auch nicht als Team spielen. Geht nicht. Boah, aber wir schreiben eins. Viele belieben. Okay, Leute, ihr beliebt. Ihr habt mich wieder motiviert. Jetzt werde ich mich zusammenreißen. Rechts wirst du auch attackiert. Ich muss in den Nahkampf rein. Einer vor. Einer vor. Einer vor. Ja, ich geh da hin. Da sind zwei Leute, die auf die Tiefel sind. Voll weit hinten, oder? Der Potts, Bro. Du bist ein Potts. Lotti. Lotti, Karotti. Lotti. Lotti, Karotti. Oha, das ist aber kein Bot der Typ, der so eklig auf mich schießt. Wo schießt der, Digga? So, wo sind die jetzt hier? Ich nehm die Hopps, ey. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P er ist dahinter wo markier es sind dann hinter der brücke da wir sind nicht schlecht das war's wir werden niemals in den holen ich sag's euch geht nicht hey wir haben die runde noch nicht mal beendet wir gewinnen das noch lief ich glaube an das herz der karten mein sohn das wird so ein rekord das wird einfach so ein rekord für die meisten im tode die meisten revives in einer runde ich glaube auch noch dass wir das gewinnen werden ich kann euch spielst du gerade den flow schießt gehen das ding ist die drüben reinet launcher klinik anderes gebäude oha einkaufswagen fliegt einfach fliegt da stand stand hier der einsame krieger ich denke helfen uns durch die klinik nice shots oh mein gott jetzt kommt die ganze horde die ganze horde kommt haben wir gerade kurz oder warum sieht das so viel aus ja das ist wir spielen doch kurz nicht trio ich glaube ich weiß gar nicht ich dachte trotz muss kann ich das hier gibt die splashy stand und greif angreif angreif an die sich gegenwärtig noch einer glaube ich wichtig ja das war ehrlich das beste was jemals im fort nachgerissen hat also wirklich das war also das beste was in deinem leben jemals geschafft hast das war ehrlich strong nach dieser aktion muss ich gerade wirklich sagen stelle bei einer muss ja noch da sein ein ist ja noch leben von dem wohl einfach beide karten das sniper rauskommt ich hoffe als ob jetzt diese runde wegen so einem kräftigen kräftigen jetzt in den chat jetzt in den chat kommen ready also lassen wir noch eine runde jungs und jetzt ich bin jetzt schützt das können ich möchte schützt das können lassen wir jetzt wirklich ernst machen jetzt keine faxen oder das war also aua das war aber diese komplette ehrenentwendung so aus dem nichts aus dem nichts leute das habe ich aus dem nicht der arme stand ja also dass das hat mir sogar wehgetan wir haben wir waren so gerade wir dachten wir schaffen es wieder wir sind wieder im rennen und dann direkt er hat er auch geschafft er würde auch den anderen besiegen er hatte nur 100 hp was warum gibt er auch wenigstens hier 200 damage kopfschuss das war wirklich also geschafft leute wir hätten es geschafft das war echt feierabend guck mal suz der lieblings schwiegersohn das bin ich immer er sieht einfach aus sein skin wie eminem mit bart ich kenne doch die beiden eminem skins die es gibt das ist eminem nein ich kenne doch die beiden eminem skins die von epic games geschenkt bekommen habe das ist das ist also wirklich sagen dass er auch kein schach mag oder was das ist nicht eminem das ist ich muss schon sagen dass sie wirklich nach eminem aus das ding ist max ist ein arsch das hast du nicht gesagt alter hast du zieht die bombe getroppt zu weit mit euch hier ein paar minis auf logan leute auch block endlich mal ganz gut damit kann ich arbeiten damit kann ich eigentlich diese weihnachtsbäume ein weihnachtsbäume ist jetzt meine mutter ein weihnachtsbaum einfach so stehe ich nicht wo wäre das eigentlich cool wenn deine mutter ein weihnachtsbaum wäre so redest du nicht über meine also würdest du das cool finde aber ja nicht so cool so redest du nicht über meinen tannenbaum wäre schon cool also würdest du sagen ist es cool wenn meine mutter ein tannenbaum ist oder was er leute ich habe eine neue profi taktik ich weiß nicht ob ihr die schon kennen das ist eine brandneue e-sportler taktik weil dann erhält man einen hit mehr aus nein doch doch super mein gott war das knapp max das ding ist gerade du hast gerade ford revolutioniert wo sind denn die gegner mag sollen wir dir helfen helft mal bitte im haus oben haus oben ich habe ein da war schon da noch einer mag ich denke dann die kommt wo kam der auf einmal her der ist angeschlichen gekommen ich habe nicht gehört aber dank meiner brust ich sage ich konnte auch was ich hätte ich den bus nicht angehabt ich wäre gestorben real talk real talk kommen wir haben gerade gecarrie seid ehrlich läuft jetzt alan sagt das ist eminem aber älter was soll das heißen die älteste das ist der 40 jährige eminem gaming das geht mal lebt das mit disco angegeben das so ich bin keine runde ich kann es hat keinen disco dran geben wo sind meine team mit leute wir müssen jetzt jemand taktische absprachen machen wo seid ihr gerade ich bin gerade auf der suche nach zum typen der wirklich low ist also den versuche ich auf jeden fall ich habe gerade pro max geholt bro max geholt bei mir muss nachladen bro break ist man halt hat mir den jetzt geklaut ich habe gerade 90 der mensch gemacht 90 90 90 dann heißt ja dass ich die anderen 160 gemacht ja ok akzeptiere ich hätte ich den gönnend wieder da im was dann jetzt karten quadro kill gemacht das waren und er hat wieder das ist was du hast kann abbruch hier mit einer maschinenpistole gemacht das waren zapptrill trillion kill was ein trillionär kill und zappatron kill zappatron kill zapptron hat name man kann ja auch noch jungs wann kommt ihr denn zu mir hier wo bist du denn ich höre ja auch noch die ganze zeit ein rumfliegen vermisst du den pack der brauche das ist das vielleicht die nieder ist richtig laufen versteckt ist hier noch es übel ist ja wir haben schon gesehen wie könnte ich noch mal reingucken im trailer aber ich habe ihn noch nicht gesehen ist schon geil sieht schon gut dass aber viele sachen neue alter sehr sehr viele also die haben schon da ist niemand mehr der ist irgendwie am rumschimmeln aber scheiße ja er wird wahrscheinlich im stein hier hier bei mir bei mir bei mir die ganze zeit bei mir bei mir bei mir zwei zwei über mir die gdn oben hin die gehen um hin er ist gerüfte des griffes nach der jetzt haben sie wieder ab die wollen die karte von dem meter haben das war knappes ding die wollte auf dem gebäude auf dem gebäude jetzt mittlerweile karten ab es pass auf es ist da ganz alleine stand es hier ist was machst du denn wo ich kann da nicht rein ich kann da nicht rein das ganze team da hatte ich komme unter dann ich komme mal bitte back wenn da nicht rein die sind das ganze team da oben also ich glaube das kann man nicht vergessen der nein wir gehen jetzt hoch und holen dich komm hoch ich hole dich da raus ich habe ein rift stand ich habe bin in sicherheit oder so die sind auf dem dach stand ich weiß ich weiß ich weiß nicht ob ich dann überleben werde du kannst doch 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 wirst du wir kommen und erreichst vom unter ich konnte ok ok runter aber ist aber ist aber er kommt auch noch einer unten noch einer unten wo ich dann nicht zehn sekunden noch das muss jetzt schnell gehen 864 um mein gott strong strong wie strong lang ist direkt achten da kommt gleich einer zur helft doch mal ich hab den unter beschossen und hinten werden wir auch ab die jungs müssen hier weg müssen hier weg sind vor dem sandwich hier wurde eines trägte eines trägte eines trägte er kommen kommen die mitte kommen die mitte wo die kämpfe oben auf den links oben auf dem dach jeder nicht hoch die schimmeln die jetzt da unten ganz schwierig ist ganz schwierig soll mir einfach aufs dach alle hoch pushen das sind das zwei oder drei zwei jungen ich glaube es sind zwei ich mache ich bin noch nicht doch ich bin ich das ok dann hast du mir leistet liegen und dann auf einmal drei alle drei aufs dach der außen so ich bin jetzt auch im schluss einer mann hier ist einer versuch der schießt ist auch mich ist auch gut jetzt stark stark jungs erst morgen erst morgen erst morgen ist wo ein fußballspielerin ist egal erst kriegt wohl das noch hoch hier dass man kommen wenn dann jetzt alle drei leute die leute das nicht machen das nicht machen dass wir dann abbruch aber gute jetzt hier fliegt dann runter wo was also gehen attacken wir jetzt unten oder oben einfach erstmal jetzt mal einigen bei stammen überstanden versuchen meine karte zu holen versuch den schmude rein ja er bin weg bin weg kann man nicht man sich da gg passen vor die pressen die pressen versuchte die karte zu machen max geht pleasant die pressen wo die pressen mag es ist meine karte ist meine karte nein da vor mir sind aber auch leute schildern schildern schilder versteckt wieder mich wegläsert die seilbahn hoch siehst du wieder ist die hoch und dann kannst du wieder blieben ja oder geradezu und zum hotel das auch ja ich gehe geradezu machen wir eigentlich nicht baumodus dass meine baumodus danach machen baumodus ja noch schlimmer du willst doch unbedingt noch bild ist nein zum hotel bau geht zum hotel geradezu ich bin jetzt hier ist anscheinend niemand also ich glaube auf eigene gefahr ist hier in der nähe irgendwo so ein rift ist bei mir bin dabei dem hotel irgendwo dort müsste eigentlich ein rift sein ja keine ahnung aber wo bro egal ich gehe mit über loot lake ja fliegt einfach zu uns dieser fußball skin wie der auch überlebt hatte der war so auf one gewesen wo ich habe ihn über 100 damage gedrückt weil das könnte jetzt jemand win werden und auch wieder leute die sind überall hier nicht überall wo ich brauche nur loot und so nein hinter mir kann ich sie haben war das schimpfte das schimpfte wo kann ich die haben ich bin ich bin ich bin nur von zu kriegen alter hey das ist ja voll der ehrenmann hier was macht er max was macht er ich habe hier christian ronaldo getroffen was er gibt nein bloß nicht an ihm ne mache ich auch nicht mache ich auch nicht ich nehme nichts an von ihr er wird aber er kann mir hinterher laufen kommen mit hat er jetzt christian ronaldo skin wenn er fußball skin hat dürfen nicht hinterher laufen warum gesetzlich da eine regelung kommen jetzt mit kommt sonst wieder nicht er fragt aber du bist gewandt das ist eine regelung fortnite og player ich werde nicht gebannt hast du munition hast du munition ar munition für mich ar muni es ist mein brau komm mal her ich habe hier ein schack für dich du hast am ar muni ehrlich oh mein gott nein das ist das mp warte ich komme oh komm wir müssen weiter wir müssen weiter wo ist der chucky ich habe ihn da markiert bro jungs wo seid ihr aber hier ruhig zone hol den dir ich komme gleich ich muss erstmal ein bisschen mich hochheilen aber ich kann jetzt keine zone tanken weil ich sonst wieder schaden kriege er ist da unten ich muss erstmal zu den jungs mit unserem neuen brater also ihr sagt das ding ist die meter hier oder was leute das ding ist die meter hier stoben ich werde es jetzt mal spielen ich werde es jetzt mal spielen wenn pharao sagt es ist krass so ich werde angeschautet jungs hinter mir loot loot lake aber wir haben mich nicht getroffen ich brauche noch ein bisschen wir werden jetzt wahrscheinlich unseren bruder da unten erledigen aber ich kann ihm nicht helfen tut mir leidt bro ich wünsche dir viel erfolg wo riften die denn überall ich bin in tilted wo seid ihr ich bin noch außer der zone ich musste mich hochheilen nikex kuss bro danke was ist das für ein ding was ist das für ein roter radius der da kommt das sind so neue giftbomben ich weiß einfach schon wieder dass das scheiß gelaber ist was ist das leute das wird man was passiert da was passiert wenn ich in der zone drin bin kriegst du bonuspunkte habt ihr raketen ja die anhörungsmine ich spiele jetzt gerade mal dieses komische stromgewehr was die leute mir empfohlen haben aus dem chat don't trust the chat sind wir immer noch da oben auf dem haus oder das das ist die alles tun um zu holen max kann es ein bisschen rockets droppen ja rock ist man weil du es bist mein freund danke braten du kommst du mir ja oh lecker ja hast du noch mehr gedroppt bro ja ich habe noch mehr gedroppt in dem zimmer hey jungs du wirst langsam rotieren hier links links lang ja komm Sagt mir, wo Gegner sind. Ich habe diese Mine. Die wird direkt vor den explodierenden Fram. Boah, Leute, ich sage ehrlich, das könnte jetzt hier wirklich mal ein Win werden. Boah, die haben schon wieder Sniper. Der hat meinen Busch weggemacht, der Ehrenlose. Eigentlich krass, Bro, wenn man so überlegt. Die Waffe so... Die macht halt... Ja, lass da nicht langgehen. Leute, lass da nicht langgehen. Lass hier langgehen. Wir müssen hier anders langgehen, glaubt mir. Wir kommen da nicht lang. Die warten uns. Camp uns ab. Die erwarten uns. Wir müssen ja eh in die Zone. Lass einfach erstmal in die Zone rotieren. Dann müssen die zu uns kommen. Ich habe gebaut, ich habe gebaut. Geil. Oha, Treppe. Einfach im No-Bild-Modus. Geil. Dann ist ein Hacker, habt ihr das gesehen? Ja, die Chainsaw wirklich da oben. Ja, Bro, ist Gott, wo sie da? Ehrenlos. Oha, hat Brexit 50 Subs rausgehauen, oder was? Oh mein Gott. Kuss, 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 Kuss. Aber warum ich spam die mit Caps rein? Wo sind die Mods, was da los? Mods, 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 Mods. Habe ich mehr erwartet? YouTuber Insel. Von dir habe ich mehr erwartet. Frag ich dir. Ey, Brexit dritt immer durch, Junge. Der 50-Zahl, während der Runde ist halt immer ein bisschen schwierig, Bro. Da kriege ich immer nichts mit, ne? Habe ich auch nicht super viel gezogen, aber wenn, dann hat es Spaß gemacht. Jungs, ich sage ehrlich, wir gewinnen. Safe. Nicht. So, wir können hier landen und die abfangen, ne? Ja, komm. Lass das machen, sage ich ehrlich. Hast du noch einen Rift? Nee, ich habe keinen Rift. Nee, die sind schon weg, ne? Warte, 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 die müssen noch hier irgendwo sein. Aber lass trotzdem mal hier oben bleiben. Das ist sehr, sehr taktisch. Ey, die sind da oben, die sind da oben. Ey, da, 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 die sliden da gerade hoch. Aber lass nicht dahin gehen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nein. Auf gar keinen Fall, Bro. Ah, die haben eine Sniper, müssen wir aufpassen. Und wir müssen auch noch zu denen. Oh, die müssen in die Richtung von denen. Lass links runter, lass links runter, Jungs. Ja, ja, das weckt. Plasen, ppppp-plasen. Aber pass auf, Plasen können auch noch welche sein. Digger, ich fühle mich einfach mit diesem Skin unwohl. Warum? Weil es Eminems Bruder ist. Ja, so mit Eminem, als Eminem skin in Fortnite rumzurennen, fühlt sich nicht richtig an. Jungs, vor mir, vor mir, vor mir. Ja, du bist wieder ein bisschen weit weg, Bro. Ja, wir müssen aber hier langsam die Pose einnehmen, Bro. Achtung, Schüsse, Schüsse von rechts. Ja. Pass auf, Stani, in der Nier ist bei dir jemand. Ich weiß. Er hat direkt zwei Hits bekommen. Zwei Hits. Ich habe ihn auch, 70er. Sehr gut. Noch mal Hit, noch mal Hit. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Geht da nicht rein, ich bin noch voll drauf. Noch einer down. Noch einer down. Stark, 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 Jungs. Gefällt mir die Waffe nicht, Leute. Ich sage euch ehrlich, das ist nicht meine Waffe. Ich check nicht, warum man so drauf ist, aber... Die sind immer noch da oben. Snipes, ja. Ja, ja. Pass auf die Sniper. Mach sein Busch weg. Bro, jetzt ruf mich, jetzt ruf mich, jetzt ruf mich. Meint ihr, diese Rakete reicht bis da oben? Die Duos könnte ich schon move'n, wenn er Duos sind, aber nicht alle halt, ne? Nur wenn Mitglieder zum Beispiel ein Duo hat oder so, das könnte move'n, ja. Jungs, das muss jetzt hier ein Win werden. Jungs, dann lass mal, wenn das wirklich ein Win werden soll, sollte mal lieber gleich rotieren. Ja, lass rotieren, lass rotieren, lass weg von denen. Das bringt nichts hier. Lass mal hier, dann haben wir noch einen Bunker. Pass auf, pass auf. Ja, alles gut. Ich bin da irgendwie auf dem Berg gekommen. Nein, mein Busch. Obwohl ich hätte gar keinen Busch mehr. Ab einen. Leute, komm, das muss jetzt hier der Win werden. Hier, nimm mal hier die Seite. Wir müssen da den Berg hoch. Ich weiß aber nicht, wo die Zone endet. Die Zone da endet, haben wir eh Probleme. Wir Gegner sind noch, nur noch sieben Gegner. Oh nein. Oh mein Gott, Bro. Obwohl es macht gar keinen Sinn mehr. Ja, ja. Die haben jetzt wirklich God-Positioning da oben. Die müssen die da oben weghauen. Die schießen schon. Bro, haben wir Bunker, nee, ne? Ja, hier. Dahinter, hinter uns, hinter uns, beim Stein da. Ich weiß, ich weiß. Bro, das Problem ist aber die Leute oben. Das ist das Problem. Ey, die Leute müssen hier weg müssen. Wir müssen hier weg. Wir haben keine Bunker, ne? Ja, lass uns mal hier hinten zum Stein oder so. Irgendwo. Ach du, nicht selber. Da ist jemand beim Stein. Da ist jemand, pass auf, er ist hier, ne? Okay, okay, gut, das ist toll. Lass den beim Stein drücken, oder? Wir müssen dann da hoch, irgendwie. Aber die Zone kommt gleich. Die Zone moved doch danach, ne? Ja, das macht keinen Sinn, da hoch zu gehen. Wir brauchen erstmal Protection. Unsere Pose ist echt behindert. Boah, ich hab so einen dicken Hit bekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, von wo? Von welch? Nein. Von wo denn, Bro? Ey, zieh mich schnell hoch, zieh mich schnell hoch. Guck mal. Nein, 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 okay, ich werd angeschüttet, oh mein Gott, ey, eklig, 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 eklig. Digger, die lasern mich auf die Distanz, das gibt's doch nicht. Boah, das Problem ist, hier links sind auch noch welche. Das war's. Das war's, das war's, Jungs. Stani, ich komm, ich hab Rift gefunden, ich komm mit Rift, komm sofort zu dir und dann müssen wir all in riskieren. Ne, 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 wir warten noch, wir warten noch kurz, wir warten noch, das ist das Thema andere. Lass doch kurz warten, wo die Zone ist, hier links ist auch noch einer, das ist nur hinterm Stein da, der haut abgad. Der ist alleine, Bro, der ist alleine in dem Stein. Komm gleich zu dir, warte. Der ist nach hinten irgendwo, da hin, das ist der, komm erst mal zu mir. Ja, ist klar. Ah, der ist geriftet, Bro, der ist geriftet. Ist gut, ist gut, lass den riften, lass den riften. Hast du Schild oder so, irgendwas? Ne. Nein. Wir müssen einen oben hinten, sag ich dir ehrlich, Bro, wenn wir das schaffen, wenn es... Also ich hab einen Rift, falls was, können wir riften, ne? Oh, einer kommt runter, einer kommt runter, einer kommt runter. Okay, ich seh, ich seh. Wir müssen wir laser, Bro, laser den. Er hat gute Hits. Er ist crack, er ist crack. Oh, Rift, 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 Rift. Stark, Jungs, stark, stark, stark. Lass attackieren, straight. Das sind andere, Bro. Drei Leute sind da. Vorbei, geh nicht hoch, geh nicht hoch, geh nicht hoch. Können wir vergessen. Bro, ich dachte, das wäre ein anderer. Ist egal, lass hier unten hinterm Baum warten. Ja, die laser mich jetzt, Bro. Hä, ich dachte, das wäre ein anderes Team, Bro. Weißt du, wo der eine ist, den du attackiert hattest? Ja, der ist down, der ist down. Geht da nicht hoch, geh da nicht hoch, Bro. Oh mein Gott. Meinst du, ich kann zum AirDrop oder sehen die das? Haben die gerade einen Winkel drauf? Ich glaube, die sehen das, Bro. Oh, die müssen runter, Bro. Boah, ich glaube, die werden nicht da wegfetzen, Sjo, wenn die da hinwischen. Warte, die sollen runter, Bro. Stark, Stani, stark. Eigentlich, Sjo, du müsstest jetzt von hinten. Die sind gerade voll Fokus auf Stani. Ich versuche. Nein, 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 nein. Oh, ich versuche nix. Genau, wenn du pushst jetzt von hinten. Bro, die kann denn die Zone da enden? Ey. Nein, okay, das war's, das war's. Essie, wenn du das carriest, bist du. Gott, Gott, Spieler. Bro, die haben halt... Keine Ahnung, Digga. Die haben halt zehn, wenn du da hingehst, ist das Ende. Es gibt halt keine Versteckmöglichkeiten jetzt in der Zone. Nee, das Problem ist, Bro, die hatten halt einfach Zone. Da kannst du halt nix machen. Ja, das ist einfach, ist eklig. Und im Nobel, die da chillen. Die chillen, die kommen nicht mal runter, Bro. Es gibt nur noch einer und die kommen nicht mal runter. Das ist ja so krank, Alter. Der hat sich bedeckt. Aber warte, warte. Vielleicht machen die noch einen Leichtdinsfehler. Werden Creedy, jeder will den letzten killen, jeder will as you killen. Vorsporn. Jetzt. Jetzt schnappst du den ersten. Erster weg. Jetzt, äh, Ding, schnell weg, 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 weg. Ich musste den killen. Ich hab nicht... Ska mit der Ska, ey, scheiße. Schwierig. Was machen wir, Jungs? Schwierig. Keine Ahnung, weiter. Skin Contest oder noch eine Runde? Noch ein Try. Wir können auch Bauen versuchen. Ich glaube, Bauen ist doch noch schwieriger, oder nicht? Entscheidet ihr. Ich hab Bock auf. Mir ist alles recht. Schade, Leute. Schade. Schade, Mann. Wir waren doch so weit im Late-Game jetzt. Schade, Marmelade. Oder lasst es Skin Contest machen, Jungs. Lasst es Skin Contest. Wir können ja danach nochmal eine Runde tryen. Ne, jetzt nochmal eine Runde, Bro. Hey, wir können euch so aufhören. Also, Dingens. Hier, dann lasst aber Bauen, okay? Bauen. Oder wollt ihr nicht? No, wir waren doch gut, Bro. Ich denke, es wird im Bauen-Modus halt nicht besser. Komm gleich? Soll ich dir, wie es ist. Ich denke, das wird nicht besser. Ja, komm, wir probieren weiter. Wir probieren weiter, Leute. Und dann haben wir mal Skin Contest. Wir haben noch eine gute Zeit. Letzte Runde. Und dann Skin Contest. Ey, Leute, gleich 18.00, 19.00 Uhr, 30.00 geht es erst los. Ich habe voll falsch die Zeit vorgerechnet. Dann noch, jetzt sind es noch über eineinhalb Stunden. Also, ganz easy. Ganz easy können wir Skin Contest noch machen. Keinen Stress, Leute. Gar keinen Stress. Wie haben wir jetzt? Aber, Leute, lasst jetzt alle schon mal ein Like und ein Abo da. Glocke auch aktivieren, wenn ihr schon abonniert habt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Richtig und wichtig. Ey, Bro. Richtig und richtig. Also, wie viel Glück kann man die haben? Ich will das voll geil aus, Max bewertet, Leute. Tja. Haben die schon mal mitgemacht bei Max, wo er bewertet hat? Ja, ja. Das war vor lustig. Das war vor lustig, Bro. Habt ihr schon alle einen Partner, Leute? Wichtig, ihr braucht einen Duo-Partner. Aber wir müssen jetzt rück die letzte Runde machen, die, weil wir müssen uns noch vorbereiten. Ja, dann jetzt letzte Runde. Und während ihr euch vorbereitet, mache ich Solo-Rounds. Ja, nice. Wir bereiten uns schnell vor. Wir machen schnell. Zehn Minuten maximal. Ja, ja, easy. Ich guck mal gerade kurz, Leute. Wie viele Fortnite-Spieler gerade sind. Alter! Warum haben die Gegner auch immer Scar, Bro? Ich checke das nicht. Digga, das ist jetzt schon Rekord. Rekord ist jetzt schon. Was? Jetzt ist gerade 6,2 Millionen Spieler. Und zum OG-Start waren auch 6,3 Millionen oder so. Crazy, gehen wir Loot-Leg oder was? Ja, komm. Bro, es kommt jetzt schon 6,2 Millionen. Alter, und es sind noch... Junge, es ist noch anderthalb Stunden bis zum Event. Anderthalb Stunden. Das, ich glaube, heute haben alles Rekorde gebrochen. Heute werden alle rekordet. Over. War, 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 war. Stark, Max. Äh, SUV. Meister Proper. Meister Proper. Aber ein Down. Und der Arme ist disconnected. Da ist rausgegangen. Ja, ist klar. Ich kriege direkt Grenade Launched. Ich catch a Grenade Feuer. Bro, hier ist ein Chuck Chuck. Ah, nee, ein Biggie ist hier. Seid ihr noch oben, Jungs? Nee, ich bin unten gerade. Ich bin unten. Da ist einer mit Chat hier. Da sind viele unten. Pass auf, Jungs. Bam. Zweiter Kill, Jungs. Uh, ich habe goldene Minigun. Nein, das war die ganze Zeit. Ich bin fett. Nein. Nein, nicht. Ich bin fett. Nein, das ist Neymar, Bro. Nein. Neymar ist derjenige, der die ganze Zeit geflogen ist. Der Arme, Bro. Er ist die ganze Zeit geflogen, ey. Der Arme. Fett, die. Jungs, hat noch jemand irgendwie, äh... Schild? Ich habe noch einen kleinen Schiff dran. Da ist ein Biggie. Biggie wurde markiert. Wo ist er hin? Max, wenn du zu mir kommst, ich kann einen Chuck. Bro, hier fliegt auch die ganze Zeit einer rum. Ich bin gerade unten. Einen Chuck. Hier hast du, wo bist du? Oben oben, bei Stani. Okay, ich komm. Ihr löscht den Typ, Leute. Sorry, ich bin fett. Löscht dich. Ich habe vergessen, ich habe den Stream vergessen, Bro. Du musst dir einen auffälligeren Skin holen. Ich liebe eigentlich die Waffe, die hat immer so wenig Muhen, Alter. Okay, ich bin bei dir. Hier. Guck mal, ich gebe dir einen Biggie dafür. Danke, Bro. Auf Ehre. Oh, ich sage ehrlich, ich bin gespannt, ob die Server das mitmachen. Oh, ich kann mir vorstellen, dass irgendeiner von uns wieder disconnected ist, wie damals. Was war Tiltetower? Das kann sein. Tiltetower, also ich habe vier Dinger damit können. Oh mein Gott, Marlon, was machst du da auf Level 3, oder was? Puh, Kuss. Bro, ich spreng jetzt das Haus weg. Ich spreng jetzt das Haus weg. Hat jemand MP-Munition, die er nicht braucht, Leute? Leider nicht. Ich kann mir dir gleich was geben. Aber, Bro, guck mal, guck mal. Komm mal mit, S.U. Komm mal mit, komm mal mit. Ich bin bei dir. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. I am with you, my friend. Oh, okay, 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 okay. Okay. Was macht da? Ja. Das ist das Haus weg. Lass uns das Haus abbauen, hier. Hausabbrisskommando. Guck mal, das Ding ist, Loot regnet sogar wie OPS. Alter, das war ich immer so. Das war ich immer so. Das wusste ich gar nicht. Warte, ich bin dran. Ich bedient euch. Jungs, baut mal ab, hier, ich muss abbauen. Ja, pass auf. Hier, die, 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 die Wände abbauen. Die letzte Wand. Bam. Und der Tiltet wird abgerissen. Ja, von oben kommt es gut. Ich habe vier Bunker von uns, Jungs, vier Bunkers. Geil. Vier Bunker sind gut. Aber ich muss die Bunker da lassen. Was sagt die Zone? Okay, wir sind gut in der Zone, Jungs. Gute Zone. Nichts Bunker mitnehmen. Ja, lass uns jetzt Richtung Story gleich gehen. Hat jemand Drift? Nee, ne? Ich habe einen Drift. Ja, das Drift. Ja, komm zu mir. Achtung, wir haben angeschossen. Schießen auf uns. Vor wo, vor wo, vor wo? Ah, jetzt ist mein Busch auch weg. Lass den holen, bevor wir wegriffen. Die Rifter auf uns, die werden auf uns rifften, Bro. Ah ja, da, da, ich sehe, ich sehe. Vor uns hier. Die sind dort, Jungs, vor uns. Die pushen dich, Essie, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, hat Hit. Hit. Einer oben auf dem Big Ben Tower, pass auf. Ich rüfte einmal, Jungs. Granaten, Vorsicht. Nein, er hat mich, Jungs, er hat mich. Oh mein Gott, die machen Action. Please, please. Oh, ey, Digger, ich habe doch keinen Bock mehr auf dieses Game. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Da drinne, bei mir im Gebäude. Schwierig, schwierig. Oha, die sind alle drei bei mir. Na, einen habe ich gequillt. Wir Zeit fürs Game Contest. Vor, ich muss weg. Guck mal, die bauen jetzt da, die bauen jetzt ab. Vor, ich muss hier weg. Ich sterbe. Warte, warte, warte. Bauen die dich gerade ab? Nein. Jungs, ready, jetzt was ready kommen. Ihr müsst durch zusammenreißen. Keine Ahnung, was ihr da macht. Ja, ich wollte eigentlich... Bro, die Grinden, die Junge, die sind 168, 120, 132. Lass ich lieber Trio machen, Gott. Das ist zu kompliziert. Lass Trio machen, Bro. Ja, ich bin die ganze Zeit auf Squad. Ja, ich habe eigentlich random auffüllen. Nein, da kommt niemand rein. Ich wollte eigentlich mich so hängeln, aber die hat mich eh abgebaut. Ich wäre eh gestorben, also von daher. Also wenn wir jetzt Trio nicht gewinnen. Ich sage ehrlich, wer als erstes down geht, der größte Hund. Okay. Okay. Ich spiele einfach Trio dann. Bro, nein, der erste, der down geht, muss bellen, weil er so ein großer Hund ist. Okay. Okay. So richtig laut. Okay. Mach mal einmal vor, Bi. Nee, ich mache es jetzt nicht vor, aber... Esju, hast du gehört? Ja, können wir machen. Ja, Stani, wenn du jetzt nicht vormachst, dann weiß ich ja nicht, wie du meinst. Ja, richtig herzhaft, Bro, als wärst du so ein Hund halt einfach. Toll mit Freunden. Erst du bereit machen? Ach so, warte, 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 jetzt. Jungs, Sop, gerade einfach 1,8 Millionen Spieler Battle Royale. Ach, du Heidegger. Ey, wo kann ich denn, äh, wo kann ich diesen Trailer sehen? Diesen Eminem-Trailer? Ja, auch Twitter. Oder ich glaube, Eminem-Trailer, hä? Achso, ihr habt doch vorhin irgendwas gesagt mit Trailer Irgendein Trailer oder so Für die neue Season Ich dachte hier zum Event Ne, ne, kannst du auf YouTube, glaube ich, gucken Okay, Leute, wenn die Jungs sich gleich ausrüsten Dann reagieren wir mal auf den Trailer Gucken wir uns mal an, was da nächste Season passiert Big Big Bang Big Big Bang Also wenn wir jetzt nicht schaffen Dann müssen wir bellen Ey, Jungs, überlegt mal Wir kriegen heute einfach Das, äh, äh, äh Nach zwei Jahren Überlegt mal, das letzte Live-Event war dieses Müll-Event gewesen Weißt du noch? Das war doch dieses Rumfliegen, ne? Dieses Rumfliegen, das Müll-Event Das war echt alles, danke schön Bro, das richtig krass Also das letzte Das letzte krasse Event, was so wie heute sein wird War das letzte Mal vor zwei Jahren, Leute Vor zwei Jahren, Alter Was war das für ein Event? Was so krass war Äh, ich weiß gar nicht, was war das Boah, ich weiß gar nicht, was das letzte Event war Lass mal entspannt, lass mal ein bisschen was entspanntes machen Lass mal Shifty Komm, wir gehen mal Shifty jetzt Ich gebe jetzt hier Calls Ich gebe jetzt hier die Calls, damit wir mal gewinnen Wir haben ein Shifty Chefs Ja, das machen wir gleich, Leute Alles gut, alles gut Was war denn, was war denn, was war denn dieses letzte Event, was so krass war? Nee, das letzte Event war Müll, das war so ein Da musste man so, das hat gar keiner verstanden so Da konnte man so eine Map exploren oder so Da mussten die Leute irgendwas Ah, das war voll der Müll gewesen Das letzte, was doch krass war, war doch dieses mit Raumschiff Wo man da in einem Raumschiff da so schießen konnte, oder? War das das? Galactus, oder? Genau das war doch wohl langweilig, oder nicht? Hä, nee, das war doch voll krass Nee, nee, das war geil, das eine Das war doch so 15 Minuten lang Action, so rumgeballert und so Da verwechsel ich wahrscheinlich irgendwas Oh, da sind wieder so viele Leute überall Bei mir, hab einen Ich glaube, wenn gleich einer bei mir landet, bin ich down Oh, das war glaube ich ein Streamsniper Nett, das Streamsniper IWN, super SW hat den Eilber gefehlt IWN Oh, ich wusste nichts Leute sind doch selbst schuld, wenn die hierher kommen Es wird ihn einfach gequillt Oh, ich hab ihn einfach klick-zack-schuss Bei STUNY, bei STUNY Oh mein Gott, STRONG STUNY Das ist noch einer, Bro Nein, 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 nein Er hat mich, er hat mich Oh mein Gott Down Oh mein Gott Double rest, double rest, double rest Double rest, double rest Steps, 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 steps Einmal sind noch Steps hier Ja, ist auch passend Kuss Hier, Matt Wurst Oh, Dankeschön Jungs, so muss das sein Gutes, eigenspieltes Team hier So könnten wir Fortnite-WM gewinnen Schüsse hier vor uns Ja, warte, ich werfe Dings hin Ja, ich geh nicht hin Ja, ich werde strumm drehen, Bro Ach nein, ich hab doch Oh, was war das denn für einen Schluck Ich bin so schlecht, Alter Bei den Bundesjugendspielen hast du auch so geworfen, ne Und dann Loser-Ehrenkunde Habt ihr sowas nicht gehabt? Das gibt's ja gar nicht mehr, diese Ehrenkunde und Teilnehmer-Ehrkunde und Urkunde und keine Ahnung Das ist schade Das haben die abgeschafft, ich find das auch voll schade Ist doch voll geil Also, ich hab nix Du, hier ist ja alles leer schon, Leute Geil Hier ist ja alles leere Haufen Ne, hier ist noch eine Kiste Leere Haufen Chill, esst du, ne? Ich hab nix Gegner bei mir, alles gut Ja, Bro, ich hab nix Ja, ich sag nur, dass die welche sind Ich brauch Blue Life Ich bin wieder bei euch Max hat kein Blue Life Wir haben alle kein Blue Life Ja, ich bin Pushen die zu uns, oder? Ne, die sind irgendwo dort Ich werf da Airdrop hin Die 1 Das Hausbeide wird zerstört Habhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabhabha Hilfe, 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 bei mir ist hier Bei dir ist einer? Ja Ich komm Komm her Ja, er hat noch Hit, Bro's stream siper, stream siper Wie viele, wie viele sind da? Einer, einer Warte auf mich, Max Ist hier unten? Bro, er hat noch guten Hit fressiert, aber Zehn 40er Ja max kann man wusste nicht so der war meine karte nein achtung achtung das war's das war's die zurück sich zurück er sagt ja jungs das war's das war's ja guck mal da ist wieder gespawnt hinter mir das ist echt schade leute das gehen ja ja leute macht euch keine sorgen machen auf jeden fall gegen contest bevor das event startet immer ganz entspannt immer ganz locker leute 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 von heute ich freue mich auch schon wenn diese eine eine mühle war voraus ist alter ich habe kein problem was gegen contest mit last round egal ob jetzt los oder nicht aber wir haben auch schon viele leute 99 leute so auf old school basis ging contest zu bewerten ja ich weiß auch wenn ich den konfeste damals ausgelutscht hat sollen das jetzt heißen road mark jeden tag marx 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 je wenn mich dazu gehighlighted ja jede woche ein zweimal du hast jeden tatsch ja bro das max hat gesehen skin contest geht ab was macht ihr macht jeden tag stream skin contest skin contest skin contest irgendwann hat es keiner mehr geübt weil es nicht besonderes mehr war ich und essi haben schön einmal die woche gemacht weil das geil ist dings max hat es ausgelutscht okay und ihr seid jetzt die skin contest polizei oder was? wir waren die skin contest polizei damals gewesen ja also ihr ihr wollt sagen dass ihr das regelt wie oft leute skin contest machen? nee ist ja egal aber bro ist halt ihr wisst ja leute wenn es einer so auslutscht hat scheiße und max hat halt so was schlecht gemacht bro es ist ja immer so auf youtube wenn irgendwas gut ankommt kommen leute lutschen es aus und in dem fall war ich halt der der ausgelutscht hat ne guten alten zeiten aber das geile wird gleich sein wir machen sogar 2 skin contest das wird nice das ist hier lang warum frosty bro bro frosty ist geil bro das ist echt guter loot haben wir nicht in irgendeinem cup dort mal gespielt? boah tobi kuss 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 wie lange ich hier schon nicht mehr in frosty flights war ne? boah ich war ich glaube ich war in diesem monat noch nicht einmal dort ne ich auch nicht ich auch nicht ich war da damals einmal in season 8 oder so als die flugzeuge neu kamen guck mal hier haben wir unsere ruhe jungs schön looten und dann easy wir müssen jetzt mal wirklich auf safe machen sonst wird es hier langsam cringe diese melodie ich werde jetzt only mp challenge machen nur mps werde ich jetzt spielen er sagt gerade auf serious lass auf serious machen guck mal hier fliegt die landen doch schon wieder einer oh hier landet schon wieder einer jungs waffenstillstand 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 guck mal was der da macht hauptsache waffenstillstand wir sind essy's mutter wenn er mit essy meckert essy, komm mal zu uns, komm mal zu uns meine mutter, warte ja wo ist diese kiste? gibt es hier eigentlich noch flugzeuge? ne leider nicht mehr sind die schon wieder raus? die waren kurz drinnen essy, komm mal her ja warte hier ist die kiste kurz waren die da was willst du? ja leute jetzt letzte runde dann skin contest real rap real rap leute geil hab ich den im mode auch? nein ich hab den nicht oh my god loser der ist ja voll cool hä? ist der gegner oder was? nein magst du einfach schlecht du magst einfach schlecht bitte 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 ey ey leute nein das war ehrlich cringe lass nicht drüber reden lass nicht drüber reden bro ich will an dieses zipline springen und ich springe einfach dran vorbei weil du ein Zip bist zipline ey das war ehrlich das seid aber jetzt ehrlich live chat das ist jedem von euch schon mal passiert das ist jedem schon mal passiert mir nicht ja ok stand ich gut also uns ist das noch nie passiert ja ja ist ok ist ok sag ich ehrlich ihr seid noch nie daneben gesprungen ist ok mir ist sowas noch nie passiert mir auch nicht oh geil wir können uns hier alle baller nehmen in der garage lass mal die baller gang machen die ballers ey wir sind einfach die ballers die ballers ey ich muss aber leider sagen die da nur Müll loot ich hab nicht mal ne pump gun gefunden ich zitiere lass uns hier ankommen Frostyfly ist immer guter loot ja hier ist auch viel loot aber ist nur Müll loot immer guter loot immer guter loot ja kann man das mit den ballers abziehen wisst ihr was ich nie checke wie Gegner immer so ne goldene scar haben ich checke das nicht ich checke das nicht die haben immer ne scar ne goldene one pump im late game Jungs wir sind bei den ballers ich checke gar nicht mehr wie man diese ballers steuert das ist gut ah jetzt ah ich hab's wieder raus ich hab's wieder raus lass uns zu den baller au bei mir ist Gegner was ein botball also wenn das kein stream sniper ist wer kommt denn jetzt hier nach Frostyfly ist Digga der Typ dort das ist ein stream sniper hast du ne da oben da oben da oben da oben nein nein hier ist gar keiner hochgesiplined hier oben hier oben ja ich bin gar nicht mehr bei euch Jungs ja komm zurück wo bist du denn ich bin weg ich bin weg ich komm auf diese ballers nicht klar ne ich kann die nicht steuern wie funktioniert das denn nochmal komm zu mir ich markiere wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt komm zu mir warum kommst du nicht zu uns ich schaff's einfach nicht diesen Berg hoch zu kommen Maxi hat grad Fahrrad fahren ja ich lerne grad diese ballers ne ich konnte das mal aber ich kann's nicht mehr auf alles dem hast du den 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 hast du aord ich komme LSpiel Bro jetzt zu spät du Affe alles gut hab ich warte du ich reboot dich кос scvos Digga, was machst du denn, Greasy? Ich warte hier. Stand nicht ganz woanders. Stand nicht ganz woanders. Ich warte hier. Nein, es sind keine 11 Millionen Leute. Und ich guck mal grad, wie viel On sind. Es sind gerade online 6,4 Millionen Leute. 6,4 Millionen Leute. Und das ist sogar Rekord. Das ist diese Season. Es sind grad so viele Leute online, wie zu keinem Zeitpunkt der OG-Season. Krass, das ist schon mal ein sehr, sehr krasses Zeichen. Also... Ich denke mal... Ich muss sagen, Fortnite sehr, sehr smart gemacht. Guck mal, Fortnite, wenn wir mal ehrlich sind, Leute, Fortnite-Hype war weg. War komplett down. Ne, 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 Bro, das kann man... Das denken immer viele, aber ich sag, Spielerzahlen... Ja, Bro, Hype um Fortnite war schon... Ja, klar, Bro. Spielerzahlen. Natürlich, Fortnite... Fortnite ist ein geiles Spiel, kostenlos auf allen Plattformen. Fortnite wird's immer geben. Natürlich immer gute Spielerzahlen, aber... Bro, du weißt selbst Hype-mäßig... Guck dir doch mal die ganzen Fortnite-YouTube an. Ja, YouTube-technisch. Also Hype-mäßig war vor der OG-Season tot. Ey, bei mir ist jemand, standen die Fußspuren, Fußspuren, Fußspuren. Ich hab noch nicht so guten Nut. Wo bist du denn? Komm her, komm her, komm her. Oh, oh, zwei Leute, zwei Leute. Komm zu Vater, komm zu Vater. Bei dir, SU? Ja, bei mir, bei mir. Ah, ich seh. Einer down. Strong. Wo denn? Der andere kommt. Hier um das Haus herum. Nächster down. Da ist noch einer. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich fahr mit der Simmer rum hier. Der Simmer. Grüße von hinten, hier oben. Nee, Bro, ich glaube... Ja, hier. Ich denke, die West. Ich glaube persönlich, Bro... Young Support, Support, Support. Das ist der, der mich gekillt hat vorhin. Ach, hä, den hab ich doch gekillt. Achso, ja, das stimmt. Äh, also ich glaube, wir werden heute einen neuen Rekord sehen. Ich glaube, Live-Event, weil... Wir haben jetzt noch anderthalb Stunden... Ich sag, Live-Event werden wir... 12 Millionen bis 12, 15 Millionen. Irgendwas in dem Dreh. In einem Spiel. Komm mal hier zum Rift, Jungs. Kill-Challenge. Date mit Max? Ja, Max, carry du uns einfach. Mir war schon klar, dass ich die Kill-Challenge gewinnen werde. Kommt rein, Jungs. Wohin? Rift hier. Ja, Bro, warte, warte, warte. Spawnt eigentlich nicht immer wieder, Leute? Das spawnt doch immer wieder, ne? Kann sein. Aber ich warte auf euch. Weil ich ein Pro bin. Bist du ein Pro? Das ist ein Ehrenvatern. Dein Bruder ist in Elina verliebt. Was? Oh! Mein Bruder ist in Elina verliebt? Ich wusste es. Abfahrt, Jungs. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, Leute. Ey, du hast gar nicht auf mich gewartet. Bro, weil du dann auch looten gehst. Ja, ist doch kein Verbrechen. Ist du hier? Ja. Looten ist kein Verbrechen, Leute. Bro, looten ist ein Verbrechen. 12 Millionen ist aber bei weitem kein Rekord für Fortnite. Der ist ja auch nicht. Aber 12 Millionen ist trotzdem krass. Okay, 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 Bro. Trink, 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 trink. Dieser kommt, dieser kommt. Rocket Launcher, Achtung. Oha. Jetzt werde ich mal chillen. Nehmen wir hier kurz die Luke auf. Bro, brauchst du ein 50er? Komm her, hier. Alles gut. Wir sind dort, Bro. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Das hört krass. Ey, was für stark. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach du, hast du das kriegen geschwissen? Ne, ich hab gar nichts gemacht. War unbedingt white life. Da sind noch andere, Bro. Ja. Ich brauch doch die 50er. Ich hab schon getrunken. Okay, easy. Hier hinten, Jungs. Genau dahinter. Ja. Ich hab einen Rift, sollen wir riften? Dann können wir die von hinten attacken. Lass die, lass die. Ja. Hier rechts. 75, Bro. Das Puschel, das Puschel. Das Puschel, das Puschel. Das hat nichts für Distanz, Leute. Nein. Oh Gott. Ich bin rum. Ich bin jetzt rauf gegangen. Ja, ich auch, Bro. Ich auch. Wo sind die, hä? Hä? Der haut ab, der haut ab, der haut ab. Da, da, da. Nein, bei mir. Jungs. Ey, der hat's gepasst. Komm mal, ist der da drin, ne? Hier, hier, hier. Ich hab's mitgegeben. Oh mein Gott. Ich komm, ich komm, ich komm. Ey, der E-Kriege. Achtung, seine Mates kommen von hinten. Seine Mates kommen von hinten. Da sind zu viele wieder. Bro! Bitte lass einmal mit Bound spielen dann, Digga. Lass einmal mit Bound spielen. Ich sag ehrlich, Alter. Ich drehe gleich ab, Junge. Das kann doch nicht sein, dass wir keine Runde gewinnen, Jungs. Bruder, wir werden wirklich so ehrenlos hockchen. Alter! Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Jetzt reicht's mir hier, Junge. Ich hör nicht auf, ich mach beim Live-Event nicht mit. Ich sag ehrlich, wenn wir keine Runde gewinnen, spiel ich beim Live-Event nicht mit. Hast du Bau-Modus ausgewählt? Ja, Bau-Modus ist, Bro. Jetzt geh rein hier. Junge, Bau-Modus gibt doch noch schlimmer werden. Nein, Bau-Modus ist zu einfacher. Ja, was macht Stani, Mutter da unten? Bleib da unten! Rein mit dir! Schade, Digga. Ja, also Leute, wenn's nach mir geht, können wir das Ding contest machen. Aber Stani will noch nicht. Hast du sein Vater wieder mit der Badewanne unterwegs? Ja, warum hast du so geile Emoge, Bro? Kenn ich gar nicht. Das ist der Vater wieder mit der Badewanne, Leute. Erstmal auf Arbeit. Ich drehe gleich durch, Leute. Ich drehe gleich durch. Bro, wir schaffen hier... Junge, wir haben noch... Wir haben den Stream gestartet, wir haben noch nicht eine Runde gewonnen. Wir sind der Größte für die Truppe überhaupt. Bro, wir haben eine Runde gewonnen. Max hat mehr Dings... Wir haben die erste Runde doch direkt gewonnen bei der Channel. Ey, ich glaub, ich hab seit es No Build gibt keinen Bau-Modus mehr gespielt. Boah, 6,5 Millionen Leute sind grad live. Yo! Kann ich noch 90s? Ich weiß gar nicht. Bro, du musst einfach nur Brücken bauen. Brücken. Ich bin der Brückenbauer. Ich guck mal, ob ich überhaupt noch was bauen kann, Leute. Ich bin Brückenbauer. Ich bin ein Brückenbauer. Leute, ich glaub, dieses Bauen in Fortnite ist wie... Das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt's nicht. Man verlernt's. Guck mal. Okay, fast eine Insel. Ja, YouTuber-Insel. Ja, okay, wir machen jetzt YouTuber-Insel. Save, ja. Guck mal, YouTuber-Insel. Die haben halt den Greedy grad gemacht. Wo gehen wir hin? Loot Lake? Ey, Leute! Wollen wir... Wollen wir... Während dem Live-Event einfach auf die YouTuber-Insel? Boah, ich würd's feiern. Lass mal den Paul-Berger-Orden angreifen. Einzel-Chat, wer YouTuber-Insel will, zwei-Chat-Live-Event. Ey, aber Leute, jetzt mal Realtalk... Aber da musst du Titel auch ändern. Ey, Leute, Realtalk, das wird aber wirklich langsam letzte Runde, wenn wir noch Skin-Contest machen wollen. Ja, es wird auch letzte Runde. Oh, hier landen einige. Oben, oben, oben sind welche. Aufpassen. Ey, pass auf, oben im Haus sind welche, unten sind auch welche, SQ? Ja, lass uns ins Haus direkt. All in. No risk, no fun, my friend. Aber wir hatten genug Risiko die letzten Runden, das hat nie funktioniert. Das sind echt welche. Okay, ich push auch mit rein. Esti, du bist nicht alleine. Danke, Bro. Ah, mit Bauen. Ja, nicht vergessen. Warte. Ach du Heilige. Oh, die fangen jetzt schon wieder richtig anzuschützen. Bro, ich kann das schon, ich kann das gar nicht mehr mit diesem Bauen, ey. Wieder mit diesem Trappen, Mappen. Ich hör's dir, die machen jetzt hier schon diese Tactics. Hey, hinter mir! Ich komm mal. Bro, er schießt durch Fenster. Geh nach rechts, geh nach rechts. Steine, du musst kommen. Wo, 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 wo? Komm hier rein, komm hier rein. Er ist down, er ist down. Er ist down, er ist down. Oh, guck mal, was passiert hier. Was passiert hier? Was passiert hier? Ey, ne. Bau-Modus wird besser, haben sie gesagt. Bau-Modus klappt bestimmt, haben sie gesagt. Bruder, direkt hier. Ey, Sonja, dankeschön. Hier, Mann. Hier, Mann. Hier ist n Busch. Hier ist n Busch. Hier ist n Busch. Hier ist n Busch. Nimm den. Ich kann die Busch nicht nehmen. So, Jungs, jetzt gewinnen wir. Mit Sky Bays. So, meine Damen und Herren. Wir bauen die Skybase bis zu über die Wolken, jetzt. Komm mal, Bro. Okay, man muss hier wieder Metz fahren, Leute. Ich hab das wirklich verlernt. Ich kann das nicht mehr. Okay, jetzt lass uns einfach direkt gekillt werden. Komm. Komm. Hey, hat der nicht mehr Blut? Nee, nee, hol dir mal ein Blue Life. Hä, was macht ihr? Ja, wie sollen wir Blue Life aus dem... Ja, wo denn? Aus den Nasen noch hervor. Hier unten, Bro. Da ist noch ein Biggie. Hier ist ein Biggie. Ey, yo, ey, yo. Wenn die Blue Life braucht, kommt zu mir. Wir bauen Skybase zum Himmel. Uns gefällt mir hier. Ey, yo, ey, yo. Okay, ich bin bei dir, Drop. Okay. Hä, im Build-Modus hat man ja gar nicht diesen Schild. Nee, nee, haben wir. Wir haben leider nicht. Wir haben den Schild weniger Leben, Bro. Das ist so ein Dicke. Ey, Dicke, was geht? Paul Berger auf die 1. Paul Berger auf die 1. Hab leider meinen Paul Berger schon leer heute. Bro, hast du eigentlich dein Paul Berger Club T-Shirt an? Nee, das ist mir leider viel zu groß. Passt mir nicht. Ich muss mir mal noch eins holen. Aber dir passt gut. Ich sage ehrlich, steht dir vor. Ja, ich weiß. Junge, weißt du was? Ich hatte letztes Mal das T-Shirt an, ne? Ja. Ich hatte letztes Mal das T-Shirt an, geh einkaufen und auf einmal sagen die, oh, du bist zum Paul Berger Club und ich habe alles umsonst bekommen. Krass. Ja, das kann auch mal passieren, ne? Hater würden sagen, ist fake deine Story. Aber wir sind keine Hater. Wo gehen wir hin? Tilted, oder was? Tilted, Tilted, ja. Ach du Herrleger. Warte, ich mache hier noch zwei Kisten auf. Wenn ich da die Gebäude schon wieder sehe, die da gebaut wurden. Wenn ich die Gebäude da schon wieder sehe. Uh, leckerer Lug. Also ich sage jetzt mit Ankündigung, Tilted wird jetzt hier unser Ende sein. Wir werden aus Tilted nicht lebend rauskommen, sage ich jetzt mit Ankündigung. Bro, hier ist doch gar keiner mehr. Ja, dann sterben wir durch Fallschaden alle oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist schon komplett cleared. Hälfte schon weg. Wir werden hier nicht lebend rauskommen. Rediction. Hat jemand Rift, ne? Ne, ich bin noch Loot Lake übrigens. Komm doch mal, ist Tilted, Bro, hä? Ja, warte, warte, warte. Ich musste doch mich kurz hochheilen. Oh, lecker. Hey, was war das? Ach, der Stehststand. Ja, okay, tut mir leid. Ey, der Boxboy, 5 Euro, danke schön. Kuss, kuss, kuss. Jungs, Waffenstehststand. Danke, Bro, danke. Aber ich kann leider nicht jeden adden. Nimm es mir nicht übel. So, hat jemand Rift, ne? Ne, Bro. Ja, gut. Das reicht jetzt auch langsam mit der Rift. Komm mal mit, komm mal mit. Wohin? Magst du mal hier einen Biggie? Komm mal her. Ja, wir haben rebooted bei Shifty. Reboot, reboot. Soll ich das mitnehmen hier? Na, komm, komm, wir nehmen blaue Ding. Will jemand Chucky mitnehmen? Ja, ich kann einen nehmen, ja. Obwohl ich hier, ich gebe dir großen Schildtank, Max. Du brauchst eh noch Schildtank. Ey, nein, oh mein Gott, ich werde gelasert. Von hinten, Hilfe, Hilfe. Ja, von da, von da, von da, Bro. Alles gut, ich warte. Ich fühle mich erst mal voll. Ey, hast du den Chucky noch? Obwohl, das macht mehr Sinn, ja, hier. Ich darf halt nicht, Leute. Ist one hit, ist one hit, ist side by hit. Random übelster Laser bekommen. There's one, there's one, there's one. Wir können hier einen pushen. Lass da hoch, Sju. Komm. Warte, warte, warte. Wo gehen wir hin? Wir gehen da hoch, wir pushen ihn. Okay. Stark. Nein, fast da rein. Lass hoch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier bei mir. Lau, lau, lau. Ist tot. Hab sie. Okay, nice. Ey, Jungs, 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 wir werden gepusht, wir werden gepusht, wir werden gepusht. Aber das müssen nur noch zwei Leute sein, ne? Bei mir ist einer. Oh mein Gott, Bro, diese Schwitzer. Der hat sich schon so... Eminem. Bruder, er ist E-Sportler. Ey, er ist E-Sportler. Dieser Eminem wird uns alle hops nehmen. Ja, ey, wir fighten, Bro. Ne, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Er geht nicht mehr. Ich hole dich, ich hole dich. Ich sag's mit angenüben. Ich hab den gesehen. Ich wusste, Eminem wird uns hops nehmen. Ne, ehrlich, Bro. Ey, der Typ, dieser Yusuf Blaze, Bro, der ist hier gerade angeflogen gekommen. Ich wusste schon, der wird uns auseinander nehmen. Ey, Stani ist gar nicht bei uns. Doch, Bro, ich bin doch bei euch. Ich bin gerade weggegrappelt, Junge. Schau da. Das war das letzte Mal, dass ich Bildmodus gespielt habe, Digga. So ein Ding ist das. Ach, Leute. Das war doch echt das letzte Mal, Leute. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Na, mach dich auch noch. Leute, komm, wir machen Skink-Contest. Das wird langsam echt peinlich, ey. Das wird hier langsam echt peinlich. Ey, Leute, ich schwör. Eine Runde, ich will Solo, ich will direkt gewinnen. Wir rappen. Eine Runde, ich will gewinnen. Ja, Solo ist auch irgendwie echt einfacher. Ja, Solo ist auch einfacher, Bro. In Solo gewinne selbst ich mit 10 Kits. Ich hab dreimal hintereinander heute zweiten Platz gemacht. Okay, egal, Skink-Contest. Bro, das krägt meine Ehre, Leute. Ich kann nicht Skink-Contest machen, Bro. Ich muss einmal gewinnen. Bro, die Leute warten auf Skink-Contest. Dani, bleib ruhig. Ich geh wieder rein. Hey, mit dir. Ja, mach dir jetzt Skins, oder? Komm, lass Skink-Contest machen. Wurde einfach nicht in Klum aufgenommen. Schade, Digging. Schade. Wohin? Macht ihr jetzt Skinnen, oder was? Ja, komm. Will ich noch eine Runde Solo. Also machen wir jetzt Skink-Contest? Wo ist denn Stani jetzt schon wieder? Stani Blaze. Ja, der geht runter in Channel 99. Ja, ich hoffe, jeder hat sein Duo und, äh, ja, wir müssen jetzt noch ein, SPV müssen jetzt noch ein Skin auswählen. Hallo? Wo sind die denn? Hallo, SU? SU? Hallo? Ja, rede doch, Bro. Nee, ich bin erst jetzt reingekommen. Ja, was machen wir mit dem Skin, Bro? Oder lass mal in, äh, äh, nochmal in Link-Skin auch oben gehen und unsere Skin auswählen. Besser? Ja, komm. Irgendwie runter. Hallo? So, was für Skin nehmen wir, Bro? Lass mal überlegen, ein Skin, wo Max auf jeden Fall sagen würde, krank, oh mein Gott. Bro, hast du vielleicht hier viel Skin? Lass uns Mutter-Vater-Skin machen, Bro. Hast du Bock? Mutter-Vater-Skin? Ja. Das passt sogar zu dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Irgendein Skin, du hast doch diese eine Mutter, nimm diese Mutter und ich versuche dann irgendwie so ein männlichen Skin zu nehmen. Bro, lass doch lieber Thema Monster machen oder so, was er krass findet, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er bei Mutter-Vater, Bro, ob er das so versteht. Das ist Max, Digga. Das ist jetzt, das sind nicht wir, verstehst du? Also irgendwas richtig dummes Simples. Hast du einen Roboter-Skin oder so? So ein Roboter, vielleicht irgendwas mit Roboter oder so? Ja, zeig mal, warte, warte, warte. Ich glaube, meine Mutter-Vater, Bro, wird der nicht checken. Roboter, okay. Warte, nimm den. Ich guck mal, was ich für Roboter-Skins hab. Oder, weil, ich kann ja mal gucken, aber... Ja, ich hab den, Bro. Was ist das denn? Oh, guck mal, ob er das gehen, Bro. Weiß. Ja, kam... Oha. Oder zwei Dulli-Skins, so, weiß ich auch nicht, Bro. Zwei Dulli-Skins, irgendwie. Hm. Das wird er nicht checken. Ja, zwei Dulli-Skins, würde er vielleicht so witzig finden oder so, weißt du? Also, sag du, Bro, wollen wir zwei Monsters... Ja, alles, lass, erst mal, guck mal, wir gucken erst mal unsere Spins an, unsere Skins und dann schauen wir mal, was du ins Auge fielst. Vielleicht auch hier, Bro, so ein in männlich und du nimmst den einfach in weiblich, weißt du? Bro, hast du diesen Clown-Skin? Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ja, ja, klar, Bro, ich hab alles... Hä? Bro, als ob du irgendeinen Skin hast, den ich nicht habe. Ja, ich weiß, hier. Lass mal gucken, ja, ich finde... Weiblicher Skin und männlicher Skin. Ja, 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 ja. Männlicher Clown und weiblicher Clown. Ja, finde ich aber jetzt gerade nicht so special, Bro. Er mag Clowns. Das sind seine Lieblingsfiguren von damals gewesen. Wirklich? Bro, er ist doch selber ein Clown. Komm. Bro, oder warte mal, warte mal. Bro, krass wäre auch... Ah, ich weiß halt nicht, Bro. Nimm du mal Mr... Hast du Mr. Me6? Mr. Me6? Oh mein Gott, Bro, das wäre auch krass. Hier. Mr. Me6 da? Also, wenn ich Mr. eingebe, passiert dann nichts. Äh, Bro, guck mal, hast du, äh, 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 den gibt's in zwei Farben, Bro, den gibt's in zwei Farben. Nein, den hab ich nicht, den hab ich nicht. Sicher? Der heißt... Wie heißt er, wie heißt er? Manischer Mochi. Mochi. Mit M... M-A-N, M-A-N, M-A-N. Nee, hab ich nicht. Äh, warte, 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 warte. Das, Digga. Wir können eigentlich so auch so Skins nehmen mit zwei Skins da jetzt. Das wäre eigentlich auch lustig, weißt du? Naja, lass mal irgendwas richtig krasses suchen. Bro, ich sehe gerade Skins, die ich noch nie gesehen habe. Epic Games schenkt mir echt zu viele Sachen. Einfach Mutterskin wieder. Ey, Bro, guck mal, guck mal, guck mal, das wär krass. Wenn du, äh, den Glide Guy nehm ich und Mr... Gib mal Mr. ein, M-A-N, Mr. M-A-N, hast du den hier? Einfach M-A-N. M-A-N, Mr. M-A-N, dieser blaue Typ, Bro, ist so ein blauer Typ. Nee, hab ich nicht, Mr. M-A hab ich nicht. Hast du Glide Guy? Glide hab ich auch nicht. Wie heißt der, warte mal, Leute, wie hieß der nochmal? Wie hieß denn der nochmal? Wie hieß denn der nochmal? Hast du G-I-L-D? G-I-L... Giltart. Ja, hast du den? Ja. Digga, guck mal, diese Kombination da, nimm mal, nimm mal. Hä? Hä? Ich sag Giltart, er sagt ja. Der heißt Giltart. Monkey, ey, wieder. Der heißt echt Giltart. Ja, wahrscheinlich irgendein anderer Bummi-Skin, der so ähnlich aussieht wie sein Skin. Hätte ich den, wäre safe geil. Wunder Pro. Ich würde auch so ein Bummi-Skin gerne nehmen wollen, aber habe ich halt nicht, ne? Klo Kim. Marsha. Maschino. Marsha nevermore. Den hast du doch gar nicht, Bro. Den hast du doch gar nicht, orangenen Typ, Bro. Ja, ich weiß, habe ich jetzt gesehen, aber der heißt echt Giltart. Achso. Ja, ist ja wenig Zins, Leute. Das ist das Ding. Anna. Was sind das für Skins? Jack Skeleton. Bro. Ja, aber ich finde den nicht geil. Also, wir können ihn spielen. Ich glaube, den gibt es auch in verschiedenen... Dann auch Thema Weihnachten. Hm. Bro, oder ich nehme den Weihnachts-Skeleton und du den normalen. Aber das, ich weiß nicht, ich finde den jetzt nicht so krass. Das ist jetzt auch nicht so. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hat mir gerade ins Auge gefallen, aber... Hm. Was mit diesem Muskel-Fisch-Skin, den kennt Stingens noch gar nicht, glaube ich. Nee, der ist schon scheiße. Hm. Komm nie mehr, nee, Mann. Hast du Terminator? Bro, ich habe alle Skins, laber mich nicht voll, Bro. Nimm Terminator. Ey. Digga, kann es sein, dass du dumm bist? Guck mal, nimm einen Terminator. Du könnt... Er mag doch safes zu Terminator. Dann nimmst du diesen einen komplett... T-800, nimm ich den. Checkt ihr das aber? Der ist der T. Das checkt er aber wahrscheinlich nicht. Ich habe diesen T-800-Skin, ja. Ich weiß gerade nicht. T-800, also heißt der. Omni-Man als Story. Son Goku und Black Son Goku. Nee, lang... Hast du Iron Man Zero? Hast du Iron Man Zero? Guck mal. Iron Man feiert da, Bro. Iron Man feiert. Das ist ein guter Fall. Marvel. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Lass mal das machen. Er feiert Iron Man. Oh, da nehme ich normal Iron Man. Okay. Warte mal. Ähm, ich kann auch mit Helm aus, ne? Ja, ich überlege. Oh, da müsste ich die normalen... Eigentlich schon krass, Bro. Eigentlich schon. Guck mal hier. Warte, ich kann auch Helm ausziehen, oder? Nein, lass den Helm an. Lass den Helm an. Das ist doch geil so. Warte, warte, warte. Ich überlege gerade. Hat denn so ein Helm? Aber nicht Rainbow, auf gar keinen Fall. Boah, das ist schon geil, das ist geil. Der feiert das Safe, Bro. Boah, das ist schon geil, oder, Leute? Das ist schon geil. Das Ding ist, Helm an. Okay, dann lass die nehmen. Und jetzt einfach nochmal backblicken und Dingens auswählen, okay? Ja, backblicken, was da immer was passendes, was dazu passt. Aber nicht set, oder? Ja, lieber nicht set. Meckert ja rum, Leute. Okay, irgendwas passendes. Mach auf schneller, wenn er... Boah, das sieht wirklich geil aus, Leute. Das sieht auch geil aus mit Superman Cape of Iron Man. Bro, das sieht echt geil aus. Aber nicht, dass er uns Minuspunkte dafür gibt. Kann auch sein, das sagt er. Passt doch gar nicht. Aber was machen wir so für Story, Bro? Ja, einfach so ein bisschen... Wir können improvisieren. Einfach so Thema... Action, Maction, Superhelden. Weißt du? Wir müssen uns schaffen, dass er auf jeden Fall erstmal überzeugt ist vom Skin und sagt, wow, beautiful, krass. Bro, ich komme gleich. Ich bin gleich wieder da, ja. Such so lange Spitzhacke und Backbling. Bis gleich. Fortnite hat gerade... Boah! Sieben Millionen Spieler, Alter. Season Top ist geknackt, Leute. Also das ist ja echt krass. Junge, so. Ist hier irgendwas Iron Man-mäßiges? Ja, das war aber als Set, Leute. Boah, die würden krass aussehen, Leute. Ich sage euch ehrlich. Die würden krass aussehen mit Iron Man. Also mit Fool Iron Man. Iron Man mit Roller, Bro. Boah, ich habe eine geile Idee. SU fährt mit dem Motorrad und ich mache dieses Zeichen, dass er da nicht langfahren darf. Das wäre doch ziemlich lustig, oder? Aber ich weiß auch nicht, wo es hier ist, Bro. Sollen wir jetzt langsam kommen, weil ich will jetzt hier auch nicht Max so lange warten lassen. Hier standen, hier hast du schon dein Backblick, oder was? Bro, hast du dieses Motorrad-E-Mode hast du ja, ne? Motorrad bestimmt, safe. Ich gucke mal gleich. Ich muss mir alles nur mit Namen dann gleich sagen, okay? Bro, ich kenne das doch selber nicht alle. Ja, aber du kannst doch draufklicken und dann... Ach so, ja, das mit dem... Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe dann so ein Stop-Schild, Bro, wo du dann fährst. Oh, das sieht geil aus. Und ich mache dein Stop-Schild, Bro. Ja, das ist das Schild von Bianca. Oh, das sieht geil aus, Leute. Mach Emotes, mach einfach so... Bei Emoticons war einfach so rot, Emotes, Iron Man. Ja, safe, easy. Mach gleich. Ich bin gerade noch bei Spitzer. Aber nimm auf jeden Fall das Motorrad-Emote, Bro. Jo, mache ich. Das könnte eigentlich passen, Leute. Die Gitarre sieht optisch geil aus, passt, aber... Ich mach mal Facecam weg, dann könnt ihr mehr sehen. Bro, ich bin gleich echt gespannt, wie Max... Links macht das, glaube ich. Ich glaube, wir sind aber... Bro, ich denke, erst Runde Iron Man direkt weiter. Ja, safe. Das... Ey, Leute, ihr dürft uns aber jetzt nicht nachmachen, ja? Ja, wer uns nachmacht, wird gekillt. Also, falls jetzt irgendein Team noch uns nachmacht, wird er nie gekillt. Boah, was ist das für ein Schwert? Ey, du hast auch Superman Cape genommen? Ja, ja. Bro, ich wollte das auch nehmen und dachte, hm, vielleicht doch nicht. Oh, sieht doch geil aus, lass nehmen, das weiternehmen. Ja, dann lass das nehmen. Ich gucke mal ein paar... Dann lass doch gleich die Schwitzsacke nehmen. Ne, würde ich nicht machen, Bro. Schwarz, häuschen. Bro, ich mach dieses Fusion, dieses Dragon Ball Fusion, das ist geil, Bro. Das ist geil. Oh, das ist top, 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 strong. Äh, Leute, wie heißt noch mal dieser eine Mode, wo die Spitzsacke gezeigt wird? Ich mach mal kurz hier, Skin Contest mit Stani Absprechern. Ach, geht gar nicht, wenn wir nur Skin Contest. Meine Cam ist extra aus, damit ihr hier alles sehen könnt. Gerechtigkeit? Ne, ne. Ja, wo diese Spitzsacke so nach vorne gestreckt wird. Boah, schön geiles E-Mode, wenn wir das beide machen, Leute. Es wäre mega lustig, wenn alle, die mitmachen, den gleichen Skin haben und mag es prinken. Ja, das wäre auch krass, aber da müssen wir alle wirklich den gleichen Skin nehmen. Ja, aber Bro, dass alle den gleichen Skin haben, ist unmöglich. Ey, wie heißt diese Spitzsacke? Boah, ich habe ein geiles E-Mode, Bro. Ich esse so diesen Proteinsnack und dann verwandle ich mich in den richtigen E-Mode. Unmissverständlich, danke. Ja, jetzt wird die Spitzsacke nicht angezeigt. Ist ja auch schlecht. Können wir kurz mal in eine Runde reingehen? Ne, Bro, ne, ne. Ich will gucken, wie meine Spitzsacke aussieht. Hm. Das ist es, Juh. Was sagt ihr, Chat? Passt die Spitzsacke? Safe. Hm. Bro, ich nehme sowas von das. Ich nehme das, ja. Bro, ich habe so ein Trommel-E-Mode. Hast du da irgendwie so ein krasses E-Mode, wo du so heftig läufst oder irgendwie deine Muskeln zeigst? Ja, bestimmt. Warte. Hier, das halt mit dieser Dingens. Ich gucke mal, das lustige ist, ich habe eine Hantel als Spitzsacke. Das sieht voll geil aus. Ich habe ein paar echt geile E-Mode, Bro. Ich sage dir, ich habe echt ein paar geile Sachen. Äh. Wir können ja auch in-game eh gucken, ob wir das so kommen, wie wir das kombinieren. Also du musst auf jeden Fall einmal das Motorrad, dieses kleine Motorrad mitnehmen. Und einmal irgendwie, wo du so krass läufst oder so. Ich habe nämlich so einen Trommel. Dann mache ich so einen Trommelwirbel und dann machst du irgendwie was krasses oder so. Ja, ich mache hier das mit dem, mit dem, ähm, Gewicht hochheben. Okay, okay. Das ist geil. Äh, 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 ja genau. Dann mache ich so einen Trommelwirbel und dann machst du so das Gewicht so. Das ist ganz geil, denke ich. Wie heißt das mit dem Motorrad, Leute? Wisst ihr das? Gib mal Roller ein. Oha, das hat auch was. Also, oder ein Fahrzeug, Bro. Auto geht auch, Auto geht auch. Bro, 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 warte, 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 warte. Etwas, was er nicht kennt, etwas, was du auch nicht kennst. Das lädt gerade bei mir. Warum lädt das so lang? Bro, guck dir das mal an. Das habe ich noch nie gesehen. Was denn? Mach mal deinen Trommel und dann mache ich das hier. Warte. Hä, nee, das ist doch voll scheiße, Bro. Wieso findest du das scheiße? Das sind die Trommel, Bro. Das sind die Trommel. Oha, die Trommel sieht ja voll krank aus. Ja, ja. Hä, wie geil sieht das denn bitte aus? Und da musst du irgendwas machen, Bro. Ja, dann mache ich das hier, dann mache ich das hier. Bam. Passt ja zum Skin so. Ich bin so der stärkere eine. Bam. Geil, geil, geil. Und dann habe ich einmal hier. Und dann habe ich einmal hier dieses Stopp-Zeichen, wenn du so. Da kannst du mit dem Roller fahren, Bro. Da kannst du mit dem Roller fahren. Und ich mache dieses Stopp-Zeichen. Okay, okay, da machst du Stopp. Nice, nice, nice. Da habe ich noch dieses Feuer-Emote einmal. Das kannst du auch von mir nachmachen. Das hast du auch. Oha, das sieht strong aus. Hier. Das kannst du auch von mir nachmachen. Ja, dann nimm es einfach mit. Ist egal, ich gucke jetzt nicht. Ich suche gerade raus. Nimm es mit, nimm es mit. Scooter soll ich schreiben? Ja, den anderen bauen wir jetzt nicht mehr. Ein Scooter reicht ja. Ja, ein Scooter reicht, Leute. Scooter. Ich habe eh das Spiel auf Deutsch, Leute. Oh, das ist noch geil. Das können wir nehmen. I do the same. Nene, 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 nene. I do the same. Flott unterwegs. Hast du noch von den Farben? Müsste man eigentlich trotzdem irgendwie mitnehmen. Ich habe zu viel, Leute. Das ist das Problem. Ich habe einfach zu viel. Das fackt mich selber ab. Bro, lass den Rest improvisieren. Oh, Story und alles. Ich feiere das, wenn wir improvisieren. Ich mache das ja voll oft. Lass einfach spontan. Hoh, schon mal Max rein. Wo ist denn der überhaupt? Soll ich ihm jetzt Bescheid geben? Ja, ja, das will kommen. Okay, ich ziehe ihn rein. Nichts mehr sagen über unsere Skins. Da mache ich einen auf Kampf. Bist du ready? Block mal Dings. Dein Chat ist ready. Nicht mehr Chat, guck mir jetzt. Sind ihr ready? Nee, ich gucke nicht in Chat. Ja, wir sind ready. Also Leute, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen nicht auf den Chat achten, falls Leute mich spoilern wollen. Aber SUV, wir müssen einen extra Call machen oder einen extra Channel reingehen, Bro. Dein Discord. Ich weiß nicht, wie du das hier immer machst. Ich weiß nicht, wie du das hier machst, Bro. Hey, wir können auch einen extra Channel gehen. Ach, du meinst, ja, privat, ja, safe, safe. Ja, weil wir müssen ja uns absprechen. Okay, Bro, wir machen das jetzt so. Warte mal, wir machen das jetzt so, Bro. Oder wir reden im Game. Kriegst du das hin? Aufschneider würde, dass du im Game alles einstellst. Dann können wir Max hören. Ich kann im Game reden. Ja, ich kann im Game reden. Ja, dann lass im Game reden. Wo waren das, Leute? Dann müden wir Discord, sodass wir Max hören. Und machen dann halt unseren Stuff. Gut, alle anderen, also ihr könnt mich auch hier komplett muten und mich nur über den Stream hören, ne? Das machen ja auch, also wird ja auch gern, wie ihr wollt. Äh, 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 Dings. Äh, kannst du deine Sicht aufnehmen, Max? Jaja, klar, nehm ich auf. Äh, okay, Leute, wir müssen das jetzt so machen. Äh, erstmal müssen alle diesen Code, äh, diesen Code hier, äh, äh. Warte, ich lass mich noch hier kurz einmal sterben. Warte, müssen wir machen. Oh, abbrechen, abbrechen nicht, Anni. Äh, äh, hä, wie cool, Bro, guck dir das mal an. Ey, warum finde ich denn jetzt hier keine Gegner? Bro, den Code schreibt ihr mal hier in den Chat rein, Leute. Alle, die gerade im Discord sind, ihr müsst den Code hier reinmachen. Also eurer Gruppenanführer muss den Code reinmachen. Versucht mir jetzt hier schnell sterben zu lassen. Eurer Gruppenanführer, äh, Max, du musst auch sterben jetzt, ne? Ja, ja, ich versuche, ja. Weil die Leute sollen mal auch den Code bei Max in den Chat reinschreiben, Leute. Ihr müsst den Code jetzt reinschreiben in den Chat. Also, äh, ich achte jetzt nicht auf den Chat oder so. Ne, 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 ich sende dir den Code privat. Send mal jemand aus dem, äh, Moderator oder so in den Chat, äh, den Code rein, weil ich sende ihn privat. Okay. Ich darf ja nicht mehr auf den Chat jetzt schauen, Leute. Damit das hier natürlich alles ledget ist. Ich will auch selbst daraus finden, wer ihr seid. Bin gespannt. Bro, ich bin jetzt nicht. Wir sind nicht mal befreundet, Bro. Auf Discord, wie krass ist das denn? Wir sind nicht befreundet. Danke für die Donation, Bro. Ich lese aber auch jetzt nicht die Donation, Bro, äh, vor. Tut mir kurz leid. Aber ich kann nicht gucken, weil am Ende spoilst du mich hier und dann... Doch, wir sind befreundet. Ich hab fake-Eye-Crime. Ey, komm mal runter bei 99 Leute auch rein. Bei den Jungs hier, bei den Leuten hier. So, ihr müsst jetzt alle den Code eingeben, den ich gerade im Chat reingesendet habe. Ich sende jetzt nochmal hier im Chat rein, bei mir. Äh, Max, hab ich den privat gesendet. Die sollen doch runterkommen, Bro. Die sollt doch runterkommen, hab ich gesagt. So, Max, du musst jetzt mal rauskommen. Ja, ja, ich bin schon im Loading-Street. Du musst jetzt den Code eingeben, den ich hier gesendet habe. Ja, ja, ja. Und, äh, diesen... Wo hast du mir den geschickt? Ich hab ihn hier privat gesendet auf Discord, Bro. Hm. Okay, okay. Are you the same? Are you the same? Äh, null bauen, äh, solo, oder was? Nee, du, du, nur bauen. Äh, ja, ich... Genau, warte, warte kurz. Oder mit bauen. Bro, das ist der Code, den ich dir gesendet habe. Das ist ein Map. Du musst den Map-Code eingeben. Ach, das ist ein Map-Code. Ja, ja, ja. Ach so, ich dachte, das ist ein Private-Lobby-Code. Nee. So, 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 okay, okay. Sorry, 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 sorry. Wehe mal die Map aus, Bro. Wehe mal die Map aus und gib... Äh, mach already as you. Already as you. Yes. Ähm, dumme... Ah, hier, mach nur das, okay. Und dann, Bro... Ah, jetzt hab ich das... Warte mal, jetzt hab ich das Passwort vergessen. Oh, ich bin Idiot. Dumm Kopf. OG Playground, Bro. Ey, Bro, das haben die auch so scheiße gemacht mit den Dings hier. Mit dem Code jetzt eingeben. Ist das richtig so, dass OG Playground kommt? Ja, 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 ja. Und dann musst du ein bisschen runterscrollen, Bro, und dann kannst du ein Code eingeben. Ey, dann kannst du das Passwort eingeben. Benutzer definiert ein Code. Ey, Jungs, versucht auf gar keinen Fall zu disconnecten gerade jetzt, ne? Ja, ja, safe, 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 safe. Ich merk schon, ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Fehlermeldungen von Fortnite. Du hast sieben Millionen Leute gerade online, all peak. Ey, Max, checkst du das? Du musst einmal ein bisschen runterscrollen, dass du die ganzen Games siehst. Guck mal bei mir in den Stream, bitte. Bro, nein, hä? Warum sind wir drinnen, hä? Ich hab nichts gemacht, Bro. Bin ich vielleicht Kuppenleader? Drück drauf, hier. Auswählen, oder? Warte mal kurz, warte mal kurz. Ah, und jetzt, und dann Private Match. Ah, oder? Hey, wieso sind wir gerade reingekommen? Bist du auch drinnen? Ich bin auch drinnen, ja, aber lass mal raus. Ich glaub, wir müssen öffentlich machen und dann, äh, Dings, das war doch öffentlich, Bro. Wir müssen öffentlich machen und dann... Ey, sicher, war das nicht privat? Ne, 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 es war nicht privat, es war nicht privat. Hm. Aber das Problem ist, Bro, dann können wir ja Leute nachjoinen von den anderen und die respawnen. Wir können das nicht so machen. Wir müssen das auch in der normalen Runde machen. Ja, wir müssen das in der normalen Runde machen, Bro. Das ist das Ding. Ist egal. Wir machen das in der normalen Runde. Jetzt geht's ja gerade noch. Also, äh, Max, bist du da? Ja, ja, ja. Passwort bleibt gleich. Ranked Duo. Weißt du, wie man überhaupt einen benutzerdefinienten Schlüssel eingibt? Äh, ich früher wusste, ich weiß nicht. Du bist einfach runterscrollen, in der Lobby runterscrollen, dann rechts unten benutzerdefinienten Schlüssel. Du musst ein bisschen öfter runterscrollen. Ja, ganz, ganz unten rechts, oder was? Achso, hier, benutzer. Achso, okay, ja, 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 ja. Und dann aber... Das passt doch, was ich dir gegeben habe. Mach mal Ready, S2, ready, S2. Und welcher Modus, was für ein Modus? Duo, Bro, Duo bauen. Duo bauen. Duo bauen. Brauchst du meine Haaren hier los? Du bist ja jetzt Friseur. Das ist ja auch so wie ein Rabauken. Okay. Hallo, meine kleinen Rabauken. S2, ready, ja. Yes, sir. Ah, okay, 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 warte, warte, warte. Das Ding ist, wir können gar keine Custom Games mehr machen, Bro. Sicher? Oder hast du gerade schon gesucht, Max? Steht irgendwas bei dir? Ja, warte, warte. Nee, Bro, wir können gar keine Custom Games mehr machen. Warte auf Beginn, der Spieler sucht. Hä? Das geht gar nicht mehr. Warte zum Server, wird bereitet vor. Jun, wir können gar keine Custom Games mehr machen. Das haben... Nein. Nein. Nein, also ich starte jetzt hier unter allein, oder? Ja, wir können das Ding ja speichern. Hä? Hä, ich bin jetzt in der normalen Runde drin, obwohl ich das Passwort eingegeben habe. Ja, Bro, ich teste das mal kurz. Oder warte, oder so. Bro, die haben es, die haben es gesperrt, Bro. Die haben es gesperrt, man kann keine Custom Games mehr machen. 100, Bro, ich habe es gerade gemacht. Das ist trotzdem. Ich stecke das gerade gar nicht. Bro, man kann keine Custom Games machen, Leute. Das geht nicht mehr. Ruppenkeile, schreiben Leute. Ruppenkeile? Ja, aber das Ding ist... Wie willst du Wartezeit gerade? Wie viel ist denn die Wartezeit gerade? Nee. Wir können keinen Custom Games machen. Die haben uns... Die Funktion schon deaktiviert, Bro. Ach. Das ist das Ding, Leute. Ungefähr verbleibend 16 Stunden und 17 Minuten. Was sagst du? Dein Leben mit meinem... Ja, es geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Ich habe mich vergessen. Ach, miese, Digga. Ich habe mich vergessen, mein Freund. Da würde ich mal sagen, da müssen wir die Challenge schon vollen weitermachen, bis wir den Win holen. Ey, das gibt es ja gar nicht, Bro. Wie schlecht ist das denn, Leute? Das haben die aber früher schon immer so gemacht. Das war früher schon so. Nee, ganz früher ging es über Custom Games. Da haben wir doch die Live-Events noch in Custom Games mitverfolgt. Komm, dann lass ich jetzt eine vernünftige Runde machen. Und jetzt aber richtig... Ja, ja, Marcy, die Einstellungen sind episch. Also weiter versuchen, Win zu grinden, oder was? Ja, aber no build. Save no build, Bro. Save. No build, let's go. Ey, Bro, wir hatten so einen geilen Skin, ne? Ja, wir können das ja irgendwann einfach, morgen vielleicht sogar. Ja, save. Ja, morgens ist es noch ein Season, Bro. Morgens ist noch ein Season. Hebt euch den auf. Speichert euch den. Ich habe gespeichert, ja. Aber warte, bevor du bei Max reingehst. Bro, das Ding ist, das Ding ist... Bevor du bei Max reingehst, nicht, dass er den sieht, warte. Nee, ich habe ihn gerade geändert. Bro, das Ding ist, ich merke das schon. Äh, die Server haben übelst Probleme, ne? Übelst, ich meinte das auch. Äh, Asu, ich habe dir Beitrittsanfragen geschickt. Warte, 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 noch nicht reinkommen. Hab dir nur Anfragen geschickt. Hä? Die Server haben gerade echt übelst Probleme und wir sind gerade mal 7 Millionen Spieler. Bro, ich kann meinen Skin nicht mehr ändern. Bro, ich kann den gerade auch nicht mehr ändern. Jetzt, 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 jetzt ging's. Oh mein Gott. Bro, die Liste hier, Leute. Wie viele Leute sind online? Max, ihr müsst nochmal machen. Ja, warte, ich lade dich ein. Bro, es sind so viele Leute online. Ich scrolle hier eine halbe Stunde runter. Okay, Leute, ich muss einmal kurz Pinkelpause. Bin gleich wieder da. Schade, ja, sorry an alle, die gerade Skincontest mitmachen wollen, aber es geht halt einfach nicht. Bro, ich finde Asu nicht, Leute. Wo ist der? Max, der hatte mich gerade. Dann lass du über Max. Ja, dann geh rein, Max. Ah, hier ist er. Hier ist doch AFK. Komm rein, komm rein. Komm rein, kleine Maus. 7,1 Millionen. Bro, oh Gott, das sind übelst viele gerade rausgeflogen. Bro, aufpassen. Ich hab kein Bock auf das. Server machen jetzt schon Probleme, Alter. Server machen jetzt schon Probleme, krass. Und gerade mal 7 Millionen Leute. Nein, der Modus kommt um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, Leute, ganz gechillt. Also eine Runde, Leute, da geht das Live-Event los. Und morgen einfach neue Season. Wie geil ist das, bitte? Wie geil ist das? Neue Season. Ey, das ist nicht geil. Ich sag ehrlich, neue Season. Nee, Tridam, wir können keinen Skincontest machen. Wir können keine Dings mehr machen. Wir können keine Custom-Games mehr machen. Das ist das Problem. Custom-Must-Sim. Bin seit Minuten in der Warteschlange. Oh, MoBro ist sogar seit Minuten in der Warteschlange, Bro. Seit wie viel? Seit einigen Minuten. Das heißt, er wollte sich gerade einloggen und kommt einfach nicht mal rein. MoBro, ich hab dich aber auch gewarnt, du. MoBro, nicht in die Situation einstolen. Eine Runde Sport, ja, kommt rein, Tridam. Da haben wir nichts Tridam dabei. Tridam ist ganz gut. Tridam ist ganz gut. Ey, Leute, wir machen auf jeden Fall, wenn Max öfters jetzt sofort live-streamt. Ja. Machen wir das im nächsten Stream auf jeden Fall. Lass mal Aufnahme gehen, Jungs. Mal live, live, live. Dann machen wir das nächstes Stream. Also, falls ihr euch jetzt vorbereitet habt, ist es nicht ganz umsonst gewesen. Steini, musst du Discord? Hey, good morning, Tridam. Hallo, hallo. Was geht ab, Jungs? Seid ihr hyped? Hi. Was geht, alles gut bei dir? Ja, selbst, Jungs. Endlich mal zum Guten. Boah, ich bin sehr gehalten. Ich bin sehr gehalten. Ich freue mich aber morgen halt auf die neue Season. Das wird halt auch krass, ne? Danke fürs Muchen, Bro. Wäre sich geil. Bro, da sind 100 Leute im Channel. Wie soll ich dich da rausmuchen? Ey. Bro, das sind... Ich mache jetzt einen geilen Emote für euch, damit ihr ein bisschen mal ruhiger werdet. Ja, stein ihr da, Rettner, mach ja nicht. Ready. Ich hatte gerade ready gemacht. Also, geht mal. Moin, moin. Ready, ready, ready. Yeah, yeah. Mach mal ready. Mach mal ready. Yeah. Mach mal ready. Mach mal ready. Mach mal ready. Für Fortnite. Warum ist Stani nicht mehr auf YouTuber-Insel? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine exzellente Frage. Das will ich mal von ihm auch gerne mal wissen, dass er einige Brüder im Stich gelassen hat. Was ist da los bei dir? Äh, mein PC kann kein Minecraft mehr. Oh, okay. Das ist natürlich... Oh mein Gott. Wenn du das früher gesagt hättest. Bro, mein PC kann kein Minecraft mehr. Hättest du das doch direkt gesagt. Wir sind doch für dich da, Bro. Anywhere ist auch für dich da. Sag nichts Falsches. Ich fand das übelst krass, wie dein TikTok viral gegangen ist, Esju. Ey, safe. Übelst. Ey, Jungs, ich komm nicht mehr rein. Hä? Ich bin raus. Nein. Wir sind aber alle drin. Jungen, ihr müsst rauskommen. Auf gar keinen Fall gehen wir jetzt für Stani raus. Spaß. Ja, Solo würde ich wenigstens gewinnen. Also es sinkt gerade auf jeden Fall. Also die Dings hier wird auch... Backt hier gerade rum schon, die Anzeige, Leute. Ja, es ist ja... Es ist nur noch 35 Minuten, dann geht's los, Leute. Checkt ihr das? Nur noch 35 Minuten. Habt ihr... Ist schon Warteschlangen, um in Fortnite reinzukommen? Ey, mir kribbelt's schon in meinen Fingern. Ist schon Warteschlangen? Weiß das jemand? Also ich will's nicht ausprobieren, ob Warteschlangen ist. Lade mich nur ein, Jungs. Live-Chat, schreibt mal rein. Ist jemand noch nicht in Fortnite drin gerade und hat Warteschlangen? Schreib das mal. Also Robert schreibt, bin in den Warteschlangen schon seit 13 Minuten. Was? Ja, es ist Warteschlangen. Ganzer Chat-Schrift, ja. Oh mein Gott. Also, ey, Jungs, lass Fisch-Squad machen. Fisch-Squad. Nein, du bist ein... Nein. Henry, jetzt... Aber überlegt euch das. Das geht ja erst in 35 Minuten los und es jetzt... Einer schreibt, er hat 23 Minuten. Ach, du Heilige. Ja, vorbei. Ach, du Heilige. Jetzt 23 Minuten schon, das ist am Arsch, sag ich ehrlich. Also jetzt ist wirklich allerletzte Eisenbahn. Wer jetzt noch nicht drin ist, Eisenbahn vorbei, Eisenbahn ist abgefahren. Guck mal, nee, nee, jetzt 23 Minuten, dann ist es ein bisschen Viertel vor da. Dann hast du noch 15 Minuten. Also jetzt, wer selbst dabei sein will... Wir kommen nicht mehr mit in die Runde rein. Einige wie Crazy Maximilian, die sind schon seit 14 Uhr online eifern, nur damit die nicht später diese Probleme haben. Boah. Ich sag dir, wir werden in keine Runde mehr reinkommen. Wir werden in keine Runde mehr reinkommen. Jetzt schon Server-Mayday-Probleme. Das werden... Guck mal, jetzt... Es spielen gerade aktuell 7 Millionen Leute. Aber ich denke mal, in den Lobbys werden noch mehr Leute warten, weißt du? Das Ding ist, ich hab das Spiel ready. Ich hab ready, bro. Ich hab ready. Bro, das Ding ist, es werden jetzt schon über 10 Millionen Leute ingame sein. Nee, einer... Oh mein Gott. Die schreiben teilweise so in 30 Minuten Warteschlange. Ja, feier. Also wer jetzt 30 Minuten hat, schafft es nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Ihr braucht es... Also jetzt braucht ihr es nicht mehr zu probieren. Das Ding ist, es gibt sogar Leute, die kommen nicht mehr in die Warteschlange. Die starten das Spiel und da passiert nichts. Krass, krass, krass. Ja, hier schreibt jemand, komme nicht mehr in die Warteschlange. Jerome, du bist am Arsch. Das war's. Hä? Wir sind wieder nicht... Ich bin nur mit Tridan. Hä, ist so, bis dahin um zu zweit. Hä, was geht nicht ab, Jungs? Bro. Die müssen wieder raus. Ey, Mann. Server ist jetzt schon kaputt. Bro, ist jetzt schon alles kaputt. Überlege mal. Einer von uns kommt nur in die Live-Events. Ey, Mist. Kuss, Kuss, Kuss. Motto-Show. Guck mal, ey, jetzt komm ich rein. Hä? Hey, Bro. Jetzt bin ich auch drin. Hey, Bro. Jetzt bin ich auch drin. 0-1. Jetzt bin ich auch extra. Hä? Nee, ich bin nicht drin. Jugo, bei mir packt alles rum, Jungs. Hä? Ich bin echt drin. Hä? Ich bin nur raus. Die kommen raus nochmal. Lass nochmal alle raus. Wenn nicht, lass kurz warten. Lass mal kurz nochmal eine neue Gruppe machen. Ich sag, ey, ich lade dich nochmal neu ein. Das ist irgendwas. Also entweder jetzt schon... Ey, ich lade mal in eine Gruppe liegt, Digger. Kommen in die Gruppe verlassen. Alle Gruppe verlassen. Kommen in die Gruppe. Ja. Kommt jetzt alle in die Gruppe rein. Ich lade nochmal neu ein hier. Sue hat nochmal neu eingeladen. Machen wir Beitrittsanfragetriebe. Ja, ich muss dich kurz hinten. Oh, ist das Startskill. Kuss. Da wird er erstmal angeschrien, der Monkey, die Donkey. Ey, jetzt noch eine schöne Runde, eine schöne lange Runde win. Ja, jetzt gewinnen wir nichts. Ja, jetzt gewinnen wir nichts. So, wenn wir jetzt einen Win machen, das ist jetzt die letzte Chance vorm Live-Event. Dann aus. Aber das geht nix mehr. Es ist alles over. Es ist alles kaputt, Junge. Es ist alles kaputt. Ey, Jungs, jetzt alle ready. Lass mal eine Sache machen. Wenn wir jetzt wirklich schaffen, in eine Runde zu kommen, dann lass mal bitte irgendwo... Langsam, ernst und am Rand. Ja, ja, lass irgendwo am Ende der Welt landen. Richtig geil lang die Runde ziehen. Easy win holen. Dann sind wir wirklich perfekt mit dem Live-Event. Boah, krass die Idee, Max. Das wär geil. Max, für deine geilen Ideen feier ich dich. Ja, Bro, Stani, wenn's nach dir geht, würden wir wieder Loot Lake gehen, dann tiltet und sterben. Ich mach jetzt in fünf Sekunden euren Lieblings-Emoot. Schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sag ehrlich, das ist mein Lieblings-Emoot. Ich hab irgendwas gemacht. Guck mal, wenn Stani am Boden liegt, mach ich so. Boah. Boah. Wenn Max am Boden liegt, mach ich den auf, Max. Stani's Vater in der Badewanne. Ey, du hast den auch nicht gewonnen. Stop, SU. Stop. Ja, Verzeihung. Ey, komm jetzt bitte in eine Runde. Lass uns in eine Runde rein. Das ist die letzte Chance für einen Win. Ich will Loot Lake gehen. Ja, ja. Ich bin Loot Lake. Seid ihr alle Loot Lake? Alles Green? Bro, ich sag ehrlich, wenn SU jetzt nicht drin ist, scheiß auf SU. Oh. Keiner wird zurückgelassen. Jürgen, live event, Leute. Live Event. 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 Was ist der Chat? Also, Bro. Wir machen jetzt ein... Max macht jetzt ein Live Event. Like Hype, okay? Boah. Los. Nee, wenn wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde gewinnen. Nur wenn wir die Runde gewinnen. Nur wenn wir die Runde gewinnen. Wenn wir die Runde gewinnen. Like Hype, Leute. Leute, darf ich mir was wünschen, wo wir landen? Darf ich mir was wünschen, wo wir landen? Sag, sag, sag. Ich will auf absoluter Oldschool Basis. Flush Factory. Nein. Willst du den Flatten fliegern? Bro, ich war da seit... Er wird auf Klo, Junge. Bro, ich war da so lange nicht mehr gewesen. Nein, 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 nein. Ja, okay, dann macht ihr. Dann macht ihr. Dann macht ihr. Nein, Bro, ich hau dir gleich eine ins Gesicht, Alter. Dann gehen wir Paradise. Dann gehen wir Paradise. Junge, Lonely Lodge gibt's kein Loot, Bro. Dann gehen wir Urlaub. Paradeus. Paradeus. Der Schleif hat recht. Der Schleif hat recht. Alle einmal bitte einen Kasse, Sieben, danke. Paradeus. 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 Oh mein Gott, neues Update. Das Update ist klar. Es kommt mir den Schlaf. Ohne Fortnite kommt mir klar. Nein, Leute, wir kommen einige mit. Check, check. Wir kommen einige mit. Jungs, das Abdrehen, oh mein Gott. 20 Minuten warten. 220. Geschieht ihm sowas von recht, ne? Tridan, du Sound, Tridan, du Sound. Tridan, carry mal bitte. Tridan, carry mal bitte. Tridan, down, Tridan, down. Ich hab sie und geholt. Oh, ich hab Minigann, Jungs. Geil. Boah, first kill, first kill, first kill, first kill. Bam, 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 easy, easy. Minigann. Warte mal. Tridan, down. Nein, Tridan, ich dachte wie du, carry so und so nicht andersrum. Streamsniper, man. Sehr gut, Tridan. Ja, ich denke, Streamsniper, that item will. Was? Oh, nee. Boah, nu, ey. Wie, Leute, wie? Bro, ich hatte Minigun. Sorry, Bro. Ich war cool drauf. Sorry, ich kann jetzt hier keine Risiken eingehen. Mach keine Risiken. Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apoch. Oh mein Gott. Stani, ich kriege deinen Kato. Oh mein Gott. Mich stoppt kein Risiko. Oh oh. Ich sehe den Killer von Stani. Oh mein Gott. Nicht da rein, da hast du keine Tür. Sackgasse. Das war's. Rechts, links, Uppercut. Rechts, links, Uppercut. Gut, Max. Zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Max regelt das. Ich wiederhole, Paradise Pomp. Ja, Bro, das ist schon ein StreamCyper. Ihr müsst doch direkt... Ich hab Töne uns grad. Da kommt der nächste StreamCyper. Das ist echt cool mit StreamCypern gewesen. Ja, ja. Bro, 1, ob. Max hat das, Max hat das. Ja, Bro, das war's. Boah! Ja, der Schade. Macht direkt, richtig, richtig, richtig. Macht hier direkt, richtig, 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 richtig. Man, die ganze 1 HP. Man, so, danke schön. Hallo, Freunde, was geht's? Leute, ich sag euch ehrlich, wenn wir Flush gelandet, wär das nicht passiert. Bro, mach Flush-Vactory ist nicht für vier Leute genug Loot, Bro. Das macht gar keinen Sinn. Ready, 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 ready. Wir können ja ready machen. Ready, 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 ready. Ready, 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 ready. Ready, 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 ready. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist Street dann schuld. Wenn wir jetzt nicht reinkommen, ist Street dann schuld. Nein, da steht Suche nach Match. Wurde abgebrochen, Spaß. Jungs, sollen wir mal alle Vollcam, äh, Fullfacecam machen, damit die Leute nicht sehen, wo wir lachen? Zu spät, zu spät, Leute sind drinne. Leute sind drinne. Modus kommt erst um 19.30 Uhr. Modus kommt erst um 19.30 Uhr. Modus? Modus, wir sind im Modus. Modus. Modus Mio. Modus Mio. Lass mal alle bitte Facecam groß machen, wenn wir gleich wo landen. Ja, okay. Ja, okay, okay. Lass, lass, ich will jetzt mal wirklich eine Runde Series haben. Das wäre so geil, wenn wir jetzt kurz vor knapp noch einen Win holen. Wie geil wäre das für dich? Seid ihr auch noch in der Suchding? Ja, ja, ja. Schaut ihr auch gerade dem Spider-Man zu? Nee. Ja, der hat gestreamt sein. Peter Parker. Peter Parker. Bro, Max, wie krass wäre für dich das, wenn wir jetzt noch einen Win holen würden? Bro, ich sag ehrlich, das wäre so das Highlight meines Lebens. Also würdest du sagen, dass es das Schönste wäre, was dir jemals im Leben passiert ist? Ja. Okay, ich erfüll dir den Wunsch. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn wir jetzt einen Win holen, ist es sogar schöner, als wenn man sein erstgeborenes Kind in der Hand hält. Boah, das ist das, ey, bro. Camp, 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 camp. Man, für dich, weil ich jetzt so über die Schreie habe. Bro, wo will ich essen jetzt auf einmal den Duli, Alter, ingame. Bro, ich will jetzt alle camp, 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 camp. Ich markiere, wo wir landen, okay? Ich markiere, wo wir landen. Wer jetzt camp nicht groß macht, ist ein 30er. Kierenos. Ach, Digga, meinst du echt? Nee, bro, das glaubt mir, das ist gut, oder? Safe, safe, safe. Also ich sage, er hat das markiert. Ich, ich, ich. Also wenn Shani das markiert hat, dürfen wir da nicht hingehen. Er hat keine Ahnung. Bro, halt deine Klappe. Lass hier hin, lass wirklich hier hin. Lass hier hin, verpasst mir. Nein, ich gehe nicht da hin. Wohin? Wohin? Hier hin, hier hin. Ja, okay, lass da hin, lass da hin. Na, echt jetzt? Ja, ja. Hey, da war ich auch schon so lange nicht mehr gewesen. Allein der Name sagt das schon alles. Camp noch nicht groß. Camp erst groß, wenn wir gelangen sind. Geil, Alter, jetzt endlich wird mein Wille durchgesetzt. Ey, was tanzt ihr hier so rum? Wer hat das hier rum? Der Idiot da hinten. Leute, das könnte jetzt unser letzter Versuch sein. Checkt ihr das? Ja. Ich glaube, ihr checkt das gar nicht. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, let's go. Ladies and gentlemen, get up and down, up and down. Das ist geil. Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wo wir landen, ihr kleinen Stream-Sniper. Schnell, alle im Chat, wo landen wir? Schnell, 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 schnell. Loot, leg, loot, leg. Der, der es errät, der kriegt von Stani eine PlayStation 5 gekauft. Geil, das stimmt wirklich. Bestätigt. Confirmed, confirmed. Die goldene von ihm Friede sind da. Also, wenn ich rausfliege, dann kriege ich Herzkasper, glaube ich. Weiß nicht, ist das? Wenn ich rausfliege, Herzkasper, ich sage ehrlich. Ich bin gespannt, ob es jemand weiß, wo wir landen. Ich glaube aber nicht. Boah, wie alle richtig erraten haben. Okay, Jungs, 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 Jungs. Wir können jetzt Camps los machen, glaubt mir. Jetzt Camps los. So, wer hätte dann... Ladies and gentlemen, we are going to Lucky Landing. Ey, das Ding ist, ich habe wirklich kein einziges Lucky Landing gerade im Chat gelesen. Niemand hat damit gerechnet. Das ist echt schade. Das ist schon zwei Stream-Sniper, oh oh. Also vom Chat hätte ich sowas nicht erwartet. Das können keine Stream-Sniper sein. Geht gar nicht, dass das jemand wusste. Oh, einmal lande ich wieder, wo ich markiere, direkt war der Loot. Geil. Da oben ist er? Aber ich habe hier noch gar kein Loot. Wir haben echt gleicher, ne? Ne, ich spiele jetzt ernst, Leute. Oh, die landen auch alle vier später. Also, ich kriege jetzt den Ernst, die ist für den Jungs, heute. Bei mir ist auch einer. Wie kann das sein, dass hier jemand landet jetzt? Oh, die kommen jetzt alle nach, Digi. Die haben wir gesehen, wo wir landen und fliegen hier nach, weißt du? Über der Stani im Haus, über der Stani. Ja, ja, ja. Da oben, hier auf Dach, hier auf Dach. Da markiert, hier auf dem Haus. Oh, das ist auch so eine Drohne, der landet. Habt noch einen? Das ist schön. Das ist richtig schön, Jungs. Richtig schön, Fünfer Hits hier. Guck mir das Ganze mal von oben an, ob ich da noch jemanden sehe. Na ja, da. Bei Tridan. Was macht der da, Leute? Bei Tridan wird Gift gemacht. Gift, Gift, Gift. Was hast du denn gemacht? Gift? Gift, Gift. Okay, zu. Ah, du wirst schon fuller, okay. Ich werde jetzt so aufs Safe spielen. Ja, hier, Max an mir. Leute, wir müssen Max seinen Willen erfüllen. Das ist Max letzter Wille. Max letzter Wille ist das. Max letzter Wille. Max Beutel. Dankeschön für Doni. Max Beutel. Aber Stani will, glaube ich, dich nicht grüßen. Max Beutel, Grüße gehen raus an. Oh, er hat es noch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt cool ist, von Stani. 25 Minuten Warteschlange, bro. Over, over, over. Also wer jetzt noch nicht drin ist, ist over. 25 Minuten Warteschlange, bro. Du bist zu spät, aber es ist offiziell. So ist es offiziell. Du hast verschlafen. Du hast leider einfach verschlafen, bro. Du hast verschlafen, bro. Jungs, ich fahre mal ein bisschen mit uns. Geh mal mit uns. Aber in Chessie, danke. Boris, danke schön. Wie, heißt die Paul-Bergerin Jessi? Der heißt Paul-Bergerin Jessi. No, die hat sich ja von Paul-Bergerin Laura den Namen geklaut. Ja, kann sein. Paul-Bergerin Laura Statement. Jessi, hast du ihren Namen geklaut? Jetzt ist der Moment, um die Wahrheit zu sagen. Was machst du eigentlich, wenn du angelogen wirst von deinem Chat? Wie fühlst du dich dann? Wie ein Haufen Elen? Wenn der Chat mich anlügt, gehe ich offline. Ich hätte nicht anlügen, ja. Wir müssen doch seinen Traum heute erfüllen. Das ist seine Schau. Aber ich sage ehrlich, das wird die Runde. Das wird die Runde unseres Lebens. Überleg mal, du wirst dich am Ende so sehr freuen, dass du... Und wer die Runde jetzt verpasst, der hat was für sein Leben verpasst. An alle, ich bin der größte Duli. Ich bin seit drei Uhr in Fortnite. Ja, wir sind auch seit drei Uhr in Fortnite. Ist doch normal. Wer nicht... Ey, überleg mal, du bist den ganzen Tag jetzt schon in Fortnite online und kriegst jetzt ein Disconnect. Das ist doch damals bei uns passiert. Ich weiß noch ganz genau. Wir hatten sogar diese ähnlich... Wir hatten, glaube ich, sogar die gleiche Konstellation. Weiß gar nicht. Doch, Stani ist disconnected. Dann bin ich disconnected und Max war der Einzige, der da noch übrig war. Ja, ja, ja. Da hatte ich übrigens meinen Livestream-Zuschauer-Rekord gehabt. Ich hatte auch da meinen Rekord, Digger. Ich freue mich so, alle Disconnecten, alle kommen rüber zu mir. Ich mache 30.000 Zuschauer-Rekord. Boom, direkt 50 Minuten später auf. Bro, ich hatte da einfach... Das war ja diese absolute Fortnite-Halbzeiten. Und bei Stani, der hat ja sowieso immer so drei Millionen Live-Zuschauer gehabt. Und bei Stani ist gecrashed. Digger, dann sind gefühlt alle zu mir rüber. Haben das geschaut. Selbst Stani hat meinen Stream gestreamt. Und dann hatte ich 180.000 Live-Zuschauer. Das war mein Rekord gewesen. 180.000 hattest du das? Bei dieser... Wo dieser Wasser-Tsunami da war. Wo diese Welle-Zorne seitdem war. Ich weiß nur, wie Stani da richtig sauer war. Junge, im Live-Event wir sind drinnen. Ich war schon drinnen, Leute. Und auf einmal crash. Stani, du läufst da sehr weit alleine vor. Ja, aber ich bin aber auch Profi. Ja, es ist nichts Neues, dass er mal alleine hier rumrennt. Junge, down, 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 down. Ich bin auch mal richtig krass, vielleicht bei sowas. Wenn es um neue Season geht oder so. Kein Ding, Maxi, mein Besser. 16,5 Minuten könnte knapp werden. Gegner hier? 16 Minuten. Ist auch Prat fahren. Prat night battle pass. Stani braucht zur Hilfe. Stani fast down. Stani down. Stani hat wieder Box gekillt. Stani lowlife. Fußbohren. Das sind Bots, glaube ich. Ist mir egal, dann hole ich mir die Kills. Kills, Kills. Ich glaube, die sind hier unten drin. Ja. Bro, das ist ein Rüsch-Boss. Hä? Hä? Hä, Bro, ich konnte hier gerade nicht abschießen. Was soll das denn? Was nennt man Bug? Ein Fortnite Bug. Leute, ich hab doch cool drauf, oder? Weil ich einfach reingetubt hab. Hä? Hatte man Raketen für mich? Ah, ja. Leider nicht, Bro. Ey, Jungs, unten Rift, unten Rift, damit ihr Bescheid wisst. Unten Rift, unten Rift. Jemanden Grappler? Ja, nimm's mit. Abschauen. Ist Stani? Stani, wir sind geriftet. Stani down. Stani gleich wieder down. Was sagt Zone? Rakete, Rakete, Jungs, noch 49 Minuten. Komm, wir gehen zur Rakete. Rakete, Leute. Aber warum neun, was geht? Achso, in 49 Minuten geht's los, aber man kann schon in 20 Minuten rein in den Modus. Bro, vielleicht startet die Rakete jetzt schon bei uns vorher. Das wär krass. Wenn wir vielleicht alle empoten und tanzen, dann startet die für uns, glaube ich. Wir sind Creator, bei uns gibt's Bonus. Guck mal hier hoch, guck mal hier hoch. Das ist tanzen, dann klappt, dann startet die schon. Für uns extra, Live-Event. Wie seht's mir jetzt hier hin? Bro, bei mir geht's los, bei mir geht's los. Au, au, ich hab Schaden bekommen. Die Rakete hat mir was gesagt. Bro, hä? Die Rakete redet mit mir. Was, was sagt sie dir, die Rakete? Neue Season kommt, Bro, neue Season, sagt sie grad. Jungs, 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 Dein Gegner, Dein Gegner, Dein Gegner, Kommt zu uns. Wo? Gegner? Gegner, 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 Gegner. Boah. Komm, mir noch Tünder. Der macht da, der macht da richtige Kickflips da oben, Alter. Seilbahn, Seilbahn. Bro, der leckt bei mir voll. Nummer 30. Bro, der leckt, wie es. Ah, ja. Der ist am Stein. Nee, du war weiter mit dem. Mit der Rakete. Ich push ihn, Jungs. Nein, Stani, pass auf. Oh, Stani macht der Leingang, Stani gleich down. Bro, anderes Team hier, anderes Team hier. Ich helfe ihm, ich helfe ihm. Kommt, Jungs. Rechts auch noch, pass auf. Hoverboard kommt. Bro, was macht ihr da? Der macht nicht richtig Tricks, Bro. Ja, Hoverboard weg. Abgeht. Es wohne, es wohne, es wohne, es wohne, es wohne. Es wohne, es wohne, es wohne. Ach so, er kommt noch einer. Achtung, es ist noch einer. Da kommen welche. 30, 100, abhin. Stark, stark, stark. Ja, äh, Reds, Reds. Da kommt noch welche. Ich geh mal, ich geh mal auf, Reis. Mach W Reds. Äh, Max. wir müssen die weg alles gut kannst du haben wir müssen uns zurückziehen dass ich habe auch dass das taktisch das taktisch das müll was wir gerade machen wie das ist viele leute in der mitte das war wie das unnötig risiko okay stark achtung da linke seite nein 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 von allen seiten beschossen dann kommt zurück die dann kommt alle zum stein alle zum stein zurück einer muss mich hochwerten rechts 2 auf die boden jungs das noch einer hinter die hintere ja das kriegt da ist jetzt go let's go let's go boys muss ja noch irgendwann da soll die jackson haben wir was schönes für uns jungs 18 jetzt schon ja liegt am server digger jungs das tomato tomato temple in den drei bäumen sind immer noch gegner gewesen ja ja die hat die kommt zu uns die kommt zu uns 34 noch mal 34 noch mal 34 das ist jetzt runter richtung fluss hinterher links er macht kaputt und geht keiner rein ich schicke dass man jetzt von stark stark jungs was das für eine runde das ist eine gottlose und es sind nur noch nur noch zwölf gegner deswegen passiert hier passiert hier noch irgendwo im wasser oder fliegt einer ich bin das 34 auf den hinteren 27 wir haben beide irgendwo hier liegt noch einer oben auf der insel oben auf der insel es hier post den schon etwas passiert hier wo ist er hinterher ist ja ich glaube er ist oben über uns was auch ich muss rein 60er noch ein 60er haben zurück 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 ich muss mich kurz einer dauerung stark stark ja hier wird ja der mini ist hier oben oh mein gott ist noch jemand das ist das das ist die frauen die frauen frauen noch einer noch ich brauche ich brauche ich brauche guck mal meiner pediger ja aber du bist schlecht du bist nur im heavy sniper wo ist das das ist das verklingt ja nicht nur da kippen wir für gut gehen wir für gut alter leute diese runde darf dafür alle mann like und auch bei mir bei mir 37 27 oder ich sehe nicht mehr noch mal hinter den bäumen ganz hin bei der steinschlucht er ist aber weggeküppelt ganz weit weg glaube ich schon vielleicht ist auch unten und kämpft aber gleich geht es los wo ist der kleine ein bisschen los links und links sagte ich ohne gröppler ist so langweilig das ist wirklich so dumm und jetzt das ist das beste item damals schon immer gewesen aber nächstes diese gibt es ja auch so einen haken aber das halt nicht ja aber das fühlt sich halt an wohl allein dass du keinen fall der mensch bekommst und so aktiv zwischen kann gerade geschossen wieder ich habe geöffnet ich habe es doch sind die bei tomato action oder das heißt wo die sind ich weiß nicht wo die sind die sind bei der leute habe ich auch das gefühl auf der insel wieder jungs hier bei mir auf der insel und hier unten fliegt da läuft auch noch einer rum bin stuck in der lobby hatte ich vorhin auch das gefühl gehabt ich sag dir ehrlich wenn du jetzt raus fliegst du bist over leute bei mir ja zwei leute hier minus 38 es sind schon mehr leute online das sind schon ich schätze gerade bei mir ist einer bei einer mit baller einer mit baller hier was wollte er brauchen also die dann kann you come to me please ich komme ich komme ich komme ja und ich jetzt auch einer was das für ein bananen kopf minus 80 banane stark macht man mag noch pressure stark stark ich bin hier auf der anderen seite komm mal da raus wie hast du das denn bekommen gegner da hinten danke ja fischkopf larry ich hätte noch eine runde rein ich hätte ich habe schon sind ja auch nicht gegeben brauche ich glaube ist das der letzte nee ne gar nicht da ist hier lass mal schnell beenden dann können wir echt noch in eine runde rein da ist mir das wo war nicht der letzte das war ich glaube bei mir ist der letzte der ist 170 einer fehlt noch einer fehlt noch töten der neue runde dann kommt ich will der waffenstillstand jungs ja vielleicht will er waffen schützen ich hatte vor eine runde ich habe das waffenstillstand für euch das war so geil an den letzten wir machen waffenstillstand waffenstillstand bs deaktiviert jungs BRs deaktiviert jungs wir bleiben jetzt in der runde wir machen waffenstillstand wo waffenstillstand ich aktiviere ok alle modis deaktiviert jungs alle modis deaktiviert alle alter crazy ja aber jungs wie geil ist das letzte runde jetzt der win okay ich habe ihn gesehen ich habe ihn gezähmt ich habe ihn gezähmt du kannst du kopieren ich sage stop mit schach mit mir nicht stoppt mit schach mit mir geil ich sag dir ehrlich ist du lass das ich werde schach mit dir spielen wo die ist gut die ist gut oha gg's leute gg's wir haben es geschafft endlich mal ein win was dafür jetzt mal ein like und ein abo da leute wir haben doch gesagt wir machen like hype ich mache jetzt alle haste gleich in den chat oder macht das like 321 jetzt gleichzeitige jetzt liken wochen stream raus freunde leute jetzt jetzt ist der zeitpunkt gekommen für die neue season für eine erfolgreiche kunde der leute stellt euch mal vor der letzte wäre jetzt noch so übel skrackt und wird uns noch einfach jetzt alle kill nein was das für ein geiler im mode den ich nicht habe ich habe den glaube ich gar nicht kommen lasst uns die band aufmachen kommen wir fusion wir fusionieren uns max fusion fusion Wow! Ja! Alter! Wow! Crazy! Jogi, let's go! Erstmal ein paar Proteine gönnen. Ich sag stopp! Okay, wir machen jetzt ne Band und ich bin der Gitarist. Nein! Ich bin der Saxophonspieler. Wo will der hin? Nein! 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 Rette ihn! Nein! Nicht kill! Nein! 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 Bro, wir machen das! Mann, Max, ey! Ja, Bro, der wird doch sowieso sterben. Nein! Lass ihn! Max, was sich verändert! Max, Junge, ich beschütze ihn! Nein! Feierabend! Du ehrenloser! Feierabend! Ich bin enttäuscht! Also, das zählt für mich nicht, wenn wir so den Sieg weggeben. Ey, Junge, da bin ich so enttäuscht grad von Max! Bro, ich hatte keinen White Life mehr, ich musste den killen, sonst wär ich dead gewesen am Ende. Nein! Jungs, zurück, zurück, zurück! Jetzt geht's los! Ey, Leute, das war unsere letzte Runde auf der OG-Map! Checkt ihr das? Ja, oh mein Gott! Das war die letzte Runde auf der OG-Map! Ey, der große Knall, Jungs! Der große Knall! Der große Knall! Wo, wo, wo? Es geht los, es geht los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir können nur zu viert rein! Wir können nur zu viert rein! Wir können nur zu viert rein! Dankeschön, auch mutig gleich für das Geschenk, Bro! Kommt, Discord, Finsky! Zieh dich hoch! Danke, Bro, danke! Zieh ihn doch nicht runter! Der arme Junge! Noch 30 Minuten, Jungs! Checkt ihr das! Max, du musst Ready machen! Ja, Bro, ich kann hier grad nix machen! Die Emote kommt hier immer wieder! Warte jetzt! Max, kick, kick, kick! Nein, 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 Bro! Warte, warte, warte! Jetzt, oh mein Gott! Ey, ich dachte grad, ich muss Fortnite neu starten! Wegen diesem Emote! Ey, Leute! Ich dachte grad, ich muss neu starten, weil es laggt! Ey, das wärs gewesen! Good morning! Ey, Ubei! Ubei, dankeschön! Subgift! Buzzer! Subgift! Kuss, kuss, kuss! Ey, ich guck jetzt, wie viele Leute online sind! Ich guck jetzt, wie viele Leute grad in Fortnite sind! Ja, check das mal! Check das! 31 Minuten ist einfach das Event! Kann man das Live-Event wirklich nur zu viert spielen? Ja! Ich glaube nur, also, wir kommen in den Lobby rein! Leute, das Live-Event geht los! Es sind gerade weniger Leute online als eben! Aber ich glaub, die Leute kommen einfach nicht ins Spiel rein! Das ist das Problem! Und viele haben Disconnect bekommen, Bro! Wirklich! Viele haben Disconnect bekommen! Chat, schreib mal rein, wer von euch hat Disconnect bekommen! Habt ihr den Modus schon ausgewählt? Oh ja, die müssen jetzt rein! Nein! Warte auf den Beginn der Spielersuche! Boah! Warte ich lange 40 Minuten! Verpasst einfach das! Geisteskrank! Leute, ich geh jetzt rein! Juck, 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 juck! Was ist hier? Alle Schlachtenbusse sind weg! Was ist das jetzt hier? Ready? Ich geh rein! Ich geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Leute, ich kann nicht mehr, man! Ich bin so aufgeregt! Bro, alles wird gut! Chill einfach mal ein bisschen! Ich bin so hyped! Winski, freut mich, dass du bei diesem schönen Moment mit dabei bist! Nein! Nein, das dauert schon zu lang! Da stimmt was nicht! Da stimmt was nicht! Bei mir geht's auch noch so lange! Oh mein Gott! Ich warte auf Beginn der Spielersuche! Ich sage euch, da stimmt was nicht! Es geht los! Alles gut, danke! Kommst ja nicht! Wenn jetzt keine Fehlermeldung kommt, dann wird's abgehen! Dann fliegen wir mit dem Brust zum Live-Event! Ey, Finski, ich hätte nicht rausgeschmissen! Wenn du jetzt rausgeschmissen wirst, Finski, dann war's das für dich! Alter, dann war's das! Wenn du jetzt rausgeschmissen wirst, kannst du das Spiel installieren! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Oh oh, Finski! Nicht rein, okay? Es gab Spielabbruch! Nochmal! Wir kommen nicht rein! Wir kommen nicht rein! Was war's? Wir kommen auch nicht rein! Wir kommen auch nicht rein! Ich komme auch nicht rein! Ich komme auch nicht rein! Warum lädt das denn schon so lange? Ich bringe uns rein! Ja, wieder Fehlermähnung! Nein! Nein! Stani, mach bereit! Schnell! Alle bereit machen! Schnell! Ich weiß, was... Es fehlt was! Bro, es fehlt was! Ja, ich bin drin! Ich glaube, ich bin drin! Nein, warte! Die Schlange ist voll! Bitte um Geduld! Nein, ich kann keine Geduld haben! Bro, wir sind auch hier alle nicht geduldig! Bist du nicht mal ein Fortnite-Finn findest du, oder was? Ey, vorüber! Gib mir mal Rechte, Bro! Dein Internet spinnt! Ja! Mach ich zu meiner Hauptaufgabe! Wieso sind alle Warteschneiden jetzt? Leute, wenn das hier... Ready machen! Ready machen! Etsy, Etsy! Du bist nicht ready! Nee, nee! Ich hab schon ready gemacht, wirklich! Bei mir bist nur du nicht ready! Ja, egal! Aber ich hab jetzt auch gerade Corona bekommen! Ey, du! Ich hab schon ready gemacht! Und du mach ready! Hab's dabei auch! Oh mein Gott! Suche Mesh! Oh mein Gott! Das wird jetzt nach mir machen! Bro, wenn du 29 Minuten Warteschange bist, ist es over, Bro! Ey, willst du mal schauen, dass du tweeted hast? Was? 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 Die werden das Event dreimal Instagram spielen, also abspielen lassen, für die, die grad nicht reinkommen! Oh mein Gott! Also es gibt noch zwei weitere Shows nach der Main Show um 8 Uhr! Fühl ich nicht! Ich will nur ein einziges Mal haben! Und die, die reinkommen, haben Glück gehabt, die, die nicht reinkommen, Pech gehabt, wie wir damals! Ja, Bro! Wir hatten damals auch Pech! Das macht das Event doch besonders! Ja, genau! Aber ist ja schon korrekt von Fortnite! Was für Show, Bro! Nein, wir sind nicht korrekt! Wir sind böse! Wir sind ehrenlos! Niemand soll das erleben! Bro, niemand sollte es sein wie wir sehen, außer wir! Ich bin ja auch nicht drin! Ich bin ja auch nicht drin, Leute! Sehr gut, Finnsky! Wartet auf Beginn! Mann! Ey, das dauert schon wieder zu lang bei uns! Was ist das? Finnsky, sei mal ehrlich! Was würdest du machen, wenn du jetzt einfach diskonnect ist? Würdest du weinen? Dauert das schon wieder so lange? Ich würde so ausrasten! Ich verpasse das beste Live-Event dann! Ich will jetzt Eminem live hören! Kannst du mal kurz in das Zimmer von Stani gehen und bei ihm einfach Larenkabel rausziehen, bitte? Einer schreibt, er wart seit eine Stunde! Ey, Stani, warum spielst du nicht mit deinem Sohn im Team? Okay, Bro! Ich hab Fehlercode wieder! Nein! Ey, das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert! Max, wusstest du, dass Stani gelegt hat, dass Finnsky sein Sohn ist? Nee! Alter! Ja, ja, Finnsky, er hat das selber auch erzählt! Ja, ja! Warum hast du mir das nicht erzählt? Danke schön! Finsky, geh mal bitte in das Zimmer von deinem Vater und zieh sein Larenkabel raus! Nein, jetzt deine Knappe, Mann! Sorry, dass ich das geleakt habe! Bro, du machst die ganz schlechte Rides, Mann! Nein, mach ich nicht! Warte auf, beginn! Warte auf, beginn! Bro, wir kommen jetzt nicht gleich in die Runde und du da warst du Scheiße! Ich glaube, es geht gleich los! Nein! Schau rüber! Mann! Nein! Nein! Direkt wieder ready! Direkt wieder ready! Ich hab's schon ready gemacht! Nein! Nein! Mann, das ist Ari, danke, Bro! Danke, danke! Komm! Live-Chat! Ja, Spielersuche wieder, diesmal ging's schneller, wenigstens! Warte auf, beginn der Spielersuche! Das stand gerade eben noch nicht da, das stand noch nicht da gerade eben! Der muss jetzt gönnen! Das ist ein gutes Zeichen! Das ist ein gutes Zeichen, Leute! Warte, Schlange ist voll, bitte und Geduld! Nein! Nein! Bitte, 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 bitte! Finsky, hörst du das, wenn dein Vater gerade in die Küche geht und sich Essen holt? Hä? Ja! Wie wäre es mit... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schon wieder der Fehlercode! Bro! Nein! Bro! Also... Oh mein Gott, Leute! Morgen um 8 Uhr, Leute, werden wir auch die neue Season streamen! Morgen um 8 Uhr wieder live! Jetzt geht's um alles! Ich werd morgen auch streamen! Auf jeden Fall neue Season! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Leute, werden wir es schaffen! Let's go! Werden wir es schaffen, rechtzeitig reinzukommen! Es ist so wichtig, Leute! Mann! Warte, komm! Wir gehen in der Spielersuche! Freunde, bitte glaubt daran! Alles wird gut! Wir müssen reingehen! Wir müssen dran glauben! Ich glaub doch dran! Aber glaubst du auch dran? Die müssen jetzt mal alle leiten, Alter! Die müssen jetzt mal alle leiten! Bitte jetzt nicht wieder eine Fehlermeldung, Livechat! Bro, es wird nichts! Ja, bitte um Geduld! Wir sind geduldig! Hast du Geduld? Hast du Geduld für uns? Bro, wir brauchen nur Eminem! Ich hab grad keine Geduld! Ich hab grad keine Geduld! Ihr müsst einfach nur... Manche schreiben, sie werden schon drin im Chat! Ja! Ihr müsst einfach nur... Am Event dran teilnehmen! Hier! Wenn man dabei ist, Leute, schalten wir hier für einen exklusiven Style frei! Also einfach nur dabei sein! Nur dabei sein! Und natürlich gerne Creator-Coach Stani, SUI-Crimex oder irgendjemand eintragen, Leute! Oder Tridan! Oder Tridan! Oder Finski! Oder Finski! Oder Lofti! Finski! Ja, okay! Suche nach mir! Ja! Nein! Ey, das geht doch nicht! Diese Meldung... Wer ist schon drinne, Bro? Wer ist drinne? Warte, Jungs, ich mach... Wir kommen jetzt rein! Ich mach kurz ein Emote! Reiß den Gun! Reiß das Observer, Jungs! Wir gehen rein! Es geht los! Wir gehen rein! Wir sind drin! Wir sind drin! Ey, ich bin nicht drin! Ey, ich bin nicht drin! Leute, seid ihr drin? Ich bin noch nicht drin! Ich bin auch nicht drin! Also bei mir ist... Da steht noch bereitet vor! Nein! Bei mir steht Warte, bis Marky Sue bereit ist! Oh mein Gott, ich hab meine Kopfhörer rausgesteckt! Ich hab meine Kopfhörer rausgesteckt! Ey, bei mir ist Ladescreen! Die Reise zum Observer wird internalisiert jetzt! Nein! Bei mir ist Ladescreen! Bei mir steht immer noch Wartet auf Beginn! Ja, nix drücken! Nix drücken! Ich drücke nix! Ja, ja, ja! Ich bin im Ladescreen! Ich bin im Ladescreen! Ich bin im Ladescreen! Ich bin im Ladescreen! Nein, was ist das Leute? Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt? Optimiere dein Spielerlebnis! Du musst Start drücken, Shami! Ich bin drinnen! 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 Du musst wirklich warten! Da ist Fehlermeldung! Dieses Lama... Irgendwas stand da! Du musst alle... Start alleine, Max! Start alleine! Start alleine! Du musst alleine rein! Bleib aber hier! Lass uns nicht im Stich, Bruder! Ey! Der große Bang! Da ist die Rakete! Was mach ich hier? Oh mein Gott! Metsfarm! 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 Okay, lasst ihr euch hin zu holen! Wir müssen alleine, Leute! Nein! Leute! Oh mein Gott! Bei mir ist es verbuggt! Nein! Finski, du musst noch nicht hier reinkommen! Ey, was ist das jetzt? Ey, ich krieg die ganze... Metsfarm! Kann man nicht fahren, Bro! Ihr habt aber noch 30 Metz, ne? Ey, bitte! Ja, ich hab 30 Metz, ja, ja! Ey, lasst oben zubauen! Okay! Äh, noch nicht, noch nicht! Lasst die Metz noch nicht wasten! Vielleicht kriegen wir die ja wieder! Leute, ich hab grad... Ich weiß nicht! Ich will die nicht Waste noch nicht! Ey, so schade, so schade, dass ich jetzt nicht bei euch in der Lobby bin! Ey, das ist übelst... Ich hab Angst, dass wir nochmal neu starten, Bro! Können wir nochmal neu starten, riskieren? Nein, 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 nein! Ich muss neu starten! Ich hab Fehlercode! Riskiert nicht wegen mir! Riskiert nicht wegen mir! Doch! Ihr riskiert wegen Max! Ich kann nochmal, ich kann nochmal versuchen! Spielen! Gönn jetzt! Der muss man gönnen! Aber eigentlich müsste es klappen, Bro! Wenn wir nochmal riskieren! Wie lange haben wir jetzt noch? Wir haben 22 Minuten! Ich sag ja nicht, Bro! Ich hab Fehlercode! Ich hab Fehlercode! Ich kann nix machen! Warum kommt aber Finski alleine nicht rein? Das macht mir Angst! Dass Finski nicht mal alleine reinkommt! Also Finski, du kommst nicht ran, oder was? Ja, bei mir steht hier... Ich krieg die ganze Zeit einen Fehlercode! Chat, was sagt der Chat? Wer ist drinne? Ich komm nicht rein! Ne, wie könnte ich rausgehen? Leute, ist das normal, dass das hier schon wieder so lange steht? Bereitet vor? Wie könnte ich rein? Wir können... Oh mein Gott, Max! Probier mal kurz selber alleine reinzugehen, wenn das nicht geht... Ja, versuch ich ja! Ich bin aus der Gruppe raus! Bist du auch in unserer Lobby? Da steht auch... Da steht die ganze Zeit breitet vor... Nee, nee, ich bin raus aus der Gruppe! Ich bin raus! Ich komm nicht mal voll allgemein rein! Also, weil er jetzt neu startet, ist es verloren! Das ist komplett over! Ja, wenn du neu startest, dann ist es over, Leute! Nein! Also, wir können Fortnite jetzt nicht mehr irgendwie was... Einstellungen nix mehr machen, nix mehr! Nein! Ich... Ich geh auch nicht mehr in den Einstellungen rein! Nein! Ich hab Angst, dass ich das Game auf höchste Qualität habe, Digga! Also, wenn das ohne Problem gleich klappen sollte, erleben das bestimmt geil! Was soll ich machen, Livechat? Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich werde safe diskonnecten! Bitte! Komm, ich bin echt rein! Jetzt! Ey, ich drück euch die Daumen! Ey, bevor wir sind die Einzigen, die drinnen sind! Ey, das sieht so schön aus hier, ne? Einer ist diskonnected hier! Oh mein Gott, der ist für uns diskonnected! Oh oh! Boah, das ist zu hart, Leute! Nein, wieso machen die das kaputt, die Tuteln? Nein, wieso machen die das kaputt, die Tuteln? Fortnite hat eine Stunde Warteschlange! Was? Ja! Eine Stunde! Ja, Leute, ich komm, glaub ich, rein! Wie viele Spieler haben die gerade? Wie viele Spieler haben die gerade? Die Server sind so überlastet, Server sind so überlastet! Maximal überlastet! Ich bin drin, Leute! Ich bin drin, Leute! Spielereinbruch! Spielereinbruch! Ich glaub, irgendwas läuft nicht richtig grad! Dani, du kannst doch sehen, wie viele Leute online sind! 2,5 Millionen, Bro, von 7 Millionen, das trackt nicht mehr! Alles ist überlastet, Bro! Es trackt nix mehr! Es trackt nix mehr! Es trackt nix mehr! Oh mein Gott, dann ist das gar nicht! Das dauert schon wieder zu lange! Das dauert schon wieder zu lange! Bei mir steht verstrichen zwei Minuten von... Verbleiben eine Minute! Ich bin drin, Leute! Ich glaub, es könnte klappen, Leute! Ich glaub, es könnte klappen, Leute! Oh mein Gott! Ich glaub, das ist richtig so, oder? Ist das richtig so, wenn das so steht? Hä? Passt du deinen Regler an? Ja, Bro! Guck mal schnell bei mir im Stream! Ja, ich gucke, warte, 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 warte! Guck mal, ist das gut so, wenn das so da steht? Ich gucke, bei mir kommt erstmal Werbung bei jeder Sekunde! Leute, ich bin drin! Ich bin drin, Leute! Wo seid ihr? Bro, wir sind doch in einem ganz anderen Lobby! Ach ja, stimmt! Oh mein Gott! Ja, es sieht richtig gut aus! Warte auf Beginn der Spiele-Suche! Du musst jetzt warten! Ich bin bei der Rakete! Ich warte einfach! Ich fass nix an, Leute! Ich warte! Nichts anfassen, Bro! Du musst jetzt einfach warten! Wir haben dann auch danach noch zwei, drei Minuten gewartet! Oh mein Gott! Ey, der hat null Kron-Siege! Man kann nix abbauen! Oh, CC! Nein, Mann! Das ist... Oh mein Gott! Reisen zum Server! Let's go! Oh mein Gott! Ja! Wir kommen rein, Leute! Wir kommen rein! Dann könnten wir vielleicht sogar nochmal... Wichtig! Loading-Screen! Bro, wir könnten vielleicht nochmal probieren, alle reinzukommen! In eine Runde! Wir könnten dann sich nochmal probieren! Let's go! Findest du jetzt jede? Dann lass alle raus! Seid alle einverstanden! Raus! 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 Wir schaffen das! Wir schaffen das! Ja, ich geh raus! Ne, du nicht! Ich glaub, die können nur zu viel reinfinden! Ey, ich hab irgendwas bekommen! Ich hab Emile mit Magma Style schon bekommen! Ja, okay! Direkt anstehen! Noo! Charles, danke, danke! Kuss, 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 Kuss! Wart dann geh ich jetzt auch nochmal raus in die Lobby! Ich bin grad... Ey, wenn ich jetzt rausgeschmissen werde, ne? Oh mein Gott! Boah, man sieht kaum Unterschied, Leute! Das ist ja voll wack! Dankeschön, Charles, für 5 Euro, Moin! Jeder hat hier fast Eminem's genau zu reden! Das ist ja voll wack, Bro! Man sieht kaum Unterschied, ey! Guckt euch das an! Oh! Der hat einfach nur so ne Narbe im Auge, ne? Der hat doch nur so ne Narbe! Ja, Bro! Das ist so wack! Ich hab den auch schon gesehen! Weil ich hier so ne Fehlermeldung hab! Das ist ja echt wack! Ja, das ist ja echt wack! Okay! Ey, mein Gott, das ist ja die ganze Zeit! Ja, bei mir auch! Aber das musst du ein paar Mal wegdrücken! Ja, 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 ja! Bro, warte mal! Ich lad's jetzt ein, Max! Welchen Skin hab ich jetzt bekommen? Okay, lad jetzt ein, lad jetzt ein! In Stream Shady Skin, oder was? Ja, aber der sieht voll lame aus, Bro! Das loh ich ja gar nicht, Leute! Ja, das war ein Reinfall! Er fällt bei mir abgestürzt! Okay, Max jetzt rein, 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 rein! Okay, alle bereit! Alle bereit! 2,6 Millionen Leute sind da grad drinnen! Ey, Jungs, aber ehrlich Ehre, dass sie mich nochmal mit reinnehmen! Kuss, kuss, kuss! Let's go, Junge! Wir schaffen das! Das sind wahre Bratans! Wir sind Brathähnchen! Das sind jetzt schon 2,6 Minuten! Leute, es geht in 20 Minuten geht's los! 20 Minuten! Ey! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das diesmal ein geiles Event wird! Weil die letzten Male war es echt nicht so heiß! Boah, ich glaub das wird crazy! Das wird crazy, crazy! Das letzte Live-Event war so low, dass... Wenn Gamecrash, Leute, wäre over! Wenn Gamecrash wäre over! Ich hoffe nicht, Bro! Lass lieber nicht darüber reden! Kann man die Rakete abbauen? Nein! Bei Crazy Maximilian ist abgestürzt! Der arme Junge! Oh, oh! Nein! Bro! Ey, Epic Games kriegt schon was auf die Reihe! Es sind zu viele Leute, Leute! Es sind zu viele Leute einfach! Die Leute bauen die Raketen zu! Ja, sollen die! Sollen die! Sollen die! Dann können wir nicht... Die sollen die Rakete abbrechen! Dann bleiben wir in der OG fliegen! Oh my god! Bro, warte, die Schlange ist voll! Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich bin auch auf der Rakete! Ich bin auch auf der Rakete drauf! Nur keine Panik! Wir haben 17 Minuten! Wir kommen schon rein! Wir haben 17 Minuten noch Zeit, Leute! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Wir sind noch mal raus! Wir lassen hier kein Brat hinter dem Stich! Achso! Es ist irgendwas abgebrochen, Bro! Ja, ja! Ja, ja! Mach nochmal, ready! Ja, das passiert! Oh my god! Hä? Hm! Bro, die beiden nehmen mich hier fest! Ich muss hier raus! So! Ey, Bro! Ich bin so hype! Ich starte es bis später! Ich bin so unnormal hype! Ich bin so unnormal hype! Soll doch schon klappen! Oh, okay! Sehr gut! Sieht gut aus gerade! Hey, man kann keine Metz fahren! Es ist alles unzerstörbar! Boah! Ich habe gerade was gehört, Leute! Aber ich weiß nicht, ob ich das public sagen kann! Ich habe gerade was gehört, was krasses, Bro! Ich habe gerade wirklich was sehr, sehr krasses gehört! Von wem? Aber jetzt musst du es sagen! Äh... Du weißt es! Ich... Nee, ich kann es gerade nicht sagen! Ich muss gerade kurz checken, ob ich das sagen kann, Leute! Okay, okay! Frag immer! Äh... Ich frag gerade! Schreib mal DM! Boah! Das ist krass, Bro! Das ist wirklich krass! Ich gucke, ob ich das jetzt sagen kann, Leute! Oh my god! Reise zum Server wird initialisiert! Sehr gut! Sind alle drinne! Ich bin ausscreen! Ich bin ausscreen! Ich bin ausscreen! Let's go! Let's go! Let's go! Geil! Also, Leute! Ich hab gehört! Das wird geisteskrank! Bro! Jetzt haltet euch wirklich fest! Was hast du gehört? Jetzt haltet euch wirklich fest! Fortnite hat alles hochgenommen! Wer bist du dieser Dings-Ding? Nein! Doch, doch! Ich dachte schon! 18 Millionen Spieler sollen wir schon im Game drin sein! Oh my god! Oh mein god! Krass! Alle drinnen, Jungs! Alle vier drinnen? Ja! 18 Millionen Spieler, Bro! Lass du oben treffen! 10 Millionen! Ach! Das ist Rekord, Bro! Das ist so viel! Bro, das ist Rekord! Das ist Rekord! Das ist Rekord! 18 Millionen, Bro! Das ist Rekord! So viel! Zum Live-Event hatte Fortnite! Das krasseste Live-Event war das Travis Scott-Event, Bro! Da waren es irgendwie, Leute, 15 Millionen, glaube ich! Waren das 15 Millionen? Jetzt schon gebrochen, oder was? Boah! Das Event ging noch nicht mal los! Die Rekorde sind jetzt schon gebrochen! Nein! Überleg mal gleich! Eminem einfach Live-Performance! Ja! Eminem Live-Performance! Leute, die Ereignisse überschlagen sich! Ja! Ereignisse überschlagen sich! Ey! In 17 Minuten geht's los! Guck mal, da unten sind die ganzen Leute, wie viele Leute hier in der Lobby sind! Alter! Slim Shady! Oh mein Gott! Wir fliegen einfach auf der Rakete nach oben! Ey! Das Ding ist, ich hab Angst, dass ich sterbe, wenn ich hier auf der Rakete... Aber eigentlich... Ja! Ich hab auch das Problem... Oder ich denke irgendwie, dass wir disconnecten, wenn wir hier Faxen machen! Ey Leute! Sollen wir auf der Rakete starten? Wer sich traut, klickt ihr das an! Oh mein Gott! Ach du heilige Leute! Ach du heilige! Seid ehrlich! Eigentlich suchst du da schon auf der Rakete sein! Das wäre ein cool Risiko! Ich sag ehrlich! Ey, das sind 18 Millionen! Das ist... Ey Jungs! Das Ding ist, die anderen können jetzt gleich nicht mehr herkommen, ne? Ja, stimmt! Guck mal! Die werden jetzt nicht durchpacken! Okay, Bro! 19 Millionen Spieler jetzt im Fortnite! 19 Millionen! Nein! 20 Millionen ist neuer Rekord! Alter Bro! Wie alt ist Fortnite jetzt? 6 Jahre? 6 Jahre! Krank, Bro! Das ist auch ehrlich gesagt! Krank, 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 krank! Ja Leute, ich freu mich! Da muss man wirklich sagen, Fortnite ist halt einfach ne... Das ist so krass! Muss man einfach sagen! Überleg mal! Fortnite kam einfach aus dem Nichts und hat alles auseinandergenommen! Ja, Bro! Das ist einfach, weil das Spiel, das ist so greifbar für jeden! Ist kostenlos! Jeder kann spielen! Das ist einfach... Bro! Überleg mal! Das Game ist 6 Jahre alt! Oder 5 Jahre! 5, 6 Jahre alt! Und Bro! Die haben nach neuen Rekord, Bro! Neue Spielerzahl Rekord gemacht gerade! Das ist krank, Bro! Das ist krank! Das ist krank! Und das wird heute, ich sag ehrlich, die Server werden brechen, Leute! Ich glaub, die Server werden brechen! Ich hab's predigte 15 bis 20 Millionen! Die Server werden brechen, Leute! Ich glaub mir leid, ihr kriegt keiner mit der Leben! Der Bunker brennt richtig, Leute! Der Bunker brennt richtig, Leute! Bei Fortnite, die Server laufen gerade auf Feuer! Also ich sag euch, alle, die hier gerade anwesend sind, egal wo, ihr erlebt gleich was krasses! Ja, safe safe safe! Wo ist eigentlich der Countdown? Von wo kann man denn den Countdown sehen? Da oben! Über uns! Ah, über uns! Über uns! Habt ihr diesen Emote? Äh, ja! Aber nicht alle diesen Emote! Warte, ich kann nicht auswählen! Machen wir sonst direkt! Für Fortnite! Für Fortnite! Ey, ich kann nicht auswählen, weil da so ein Dulli vor mir steht! Du kannst bei Max kopieren! Ah, hier! Alle den Emote! Alle die Flagge! Für Fortnite! Ey, Leute, stattdessen bin ich mit Rot! Das ist die Fortnite-Dings, ja! Ich hab Rot! Ich kann, dass die anderen das nicht haben! Let's go, Leute! Ey, please stand up! Please stand up! Ey, überleg mal, wir fliegen mit der Rakete zu den Aliens hoch! Zu den Aliens! Das wär krass! Aber... Wer... Wer... Ich denk mal, ihr alle spielt dann morgen Fortnite! Aber die neue Season heißt ja Underground! Ey, der Rakete startet und knallt wieder unten! Ey, warte, warte, warte! Ich... Leute, wollen wir uns kurz noch einmal... Morgen um 8 Uhr werden wir natürlich auch wieder live sein mit der neuen Season, Freunde! Wir gucken uns jetzt den offiziellen Trailer an! Und zwar für die Leute, die es nicht mitbekommen haben! Jetzt werden wir Live-Event... Äh, jetzt geht das Live-Event los! Gleich! In 15 Minuten! Dann... Werden wir... Äh, wird es morgen weitergehen... Oh Gott, ich kann grad hier nix machen, Leute! Äh, wird es weitergehen mit... Äh, was ist das hier? Ey, 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 was ist das hier? Hallo! Ey, hallo! Ey, ich kann nix mehr machen, Leute! Was ist das denn jetzt hier? Warte mal! Hä? Bro, jetzt hab ich... Nein, ey, ich dürfe hier nix... Bro, ich dürfe nicht aus dem Game gehen! Ich hab Angst, Leute! Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Menschen reisen täglich... Ich mach hier irgendeinen Müll, Leute! Oh Gott! Ich mach grad grad Risiko! Ich mach grad so Risiko! Junge, wenn ich rausfliege, ich krieg nen Anfall! Ich mach grad Risiko kurz, Leute! Also, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben... Jetzt geht gleich das Live-Event los! Morgen startet die neue Season in Fortnite, ja? Die neue Season in Fortnite startet morgen! Wir werden morgen ab 8 Uhr live sein! Und wir werden uns jetzt den Trailer angucken, Leute! Der Trailer zu der neuen Season... Da ist er! Ah, ich seh den gar nicht! Gut, ihr seh den gar nicht! Wir werden reingehen! Ab geht's, Leute! Das ist der Trailer! Da geht morgen... Morgen geht's direkt los! 8 Uhr! 8 Uhr, Junge! Guckt euch das an! Thema Underground! Neue Waffen-Attachments! Mündungsfeuerbremse! Rotpunkt-Visil! Erweitertes Magazin! Laser! Alles! Das ist so krass! Das ist so krass! Das ist so krass! Komplett neue Karte! Zug, den man einnehmen kann! Ich check's alles nicht! Ich check alles nicht, was hier abgeht! Movementsystem neu! Das ist so krass! Das ist so krass! Das ist so krass! Das ist so krass! Geh krass! Das ist so krass! Lookalike! oh mein gott junge das wird so krank morgen wird krank morgen wird krank ich sag ehrlich ich bin so oder so ich wollte ja minecraft machen aber wir können auch erst fort und und dann minecraft also ich denke leute meine prediction also die server sind hier nach offline die ford server die auch epic games modis und alle offline creative geht noch aber epic games server sind offline downtime also server werden es elf zwölf schon offline sein dann wird das komplett fort nach runter gefahren und ich denke chapter fünf wird gegen zwölf und verfügbar sein spätestens spätestens aber es könnte auch früher sein dass ich meine auf jeden fall zehn minuten noch jetzt als erleute checkt ihr das noch zehn minuten er macht in dem mode jungs recht klick macht dann welt sieht ja auch an so eine sicht anvisieren 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 ja an roll ist wenn die rakete so anvisieren ja 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 das ist so das cinematic mode voll geil das ist so das cinematic mode das ist so das cinematic mode voll geil das ist geil jetzt guck Leute alter das hier das letzte mal auf der unten drückst du also wenn du aufhörst du also anvisieren anvisieren ja ein bisschen geht man halt hoch ne ja man guckt halt so auf die rakete dann das war das beste was nervt er denn hier die ganze zeit so zack mache ich eure dinge halt auch kaputt jungen ich sag dir ehrlich ich werde auf der rakete stehen bleiben ich werde mal den im ort von eminem nach ich werde das ich werde das ich kann ihm damage zufügen ja ja sie werden nicht down geht so habt ihr davon dass ich weg mit ihm weg mit dem geiles positioning da überlegt man die leute würden wirklich nicht kaputt machen dann könnte man hier alles zubauen kannst du dich die ganze zeit ein stopp schritt hier aktivieren okay ich aktiviere das stopp schild leute die haben hier wirklich besten blick hier die haben sich hier noch ich brauche ich brauche ich brauche jetzt halt das stopp schild ins gesicht das ist hier der prime mal bei max klappt das auch die bauen ja auch bei ihm bei ihm ja hier sind die leute korrekt wo ich gerade bin ja ich habe die leute die leute checken die rakete komplett alles hier zack geht lieber auf den berg das wäre krass ja aber der berg der berg ist schon zu weit weg ich habe es gerade getestet das sieht man voll klein nur das irgendwie nicht so geil ja aber damals haben wir auch auf berg gewesen das stimmt schon aber ich glaube die leute die rakete wird starten und dann wenn wir irgendwie teleportiert oder so irgendwie so ein ding wird sein kann sehr gut ja die bauen das hier hat ich guck mal wie es auf dem berg ist wenn ich schillig auf dem berg wir gucken uns mal nur noch leute und ihr seid alle live dabei darauf noch einmal like leute oder like leute macht jetzt hier mal alle noch mal ein like abo glocke aktivieren push die streams raus der code von uns auch nicht lassen krass leute fort gebrochen gleichzeitig überlegt mal der rekord wurde gebrochen der rekord wurde gebrochen ihr checkt sich alle rekorde also wenn man hier auf dem berg ist schon sehr weit weg und wisst ihr noch wie die leute drunter gemacht haben fort mit ist tot und so und jetzt brechen die einfach neue rekorde und weg in the game nein ich bin runtergefallen ist auch leute og season kommt back og season kommt 20 24 und überlegt mal wie krank das wäre was sie machen würden die bringen die og season back und dann jede woche live event die alten old school live events also leute ich sag euch ehrlich da wo wir gerade eben waren was am besten da oben da oben die 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 ich sag euch ehrlich da sieht man alles komplett hier ihr seht ihr mein flummi wenn ich den schmeiße wir könnten uns sagen stabile jungs aber das ding ist ich vielleicht nicht viel mit der rakete mit fliegen ich will mit der rakete wenn wir unterbauen kommen wir auf die bühne gehen magst du meinen flummi sehen wenn ich den schmeiße ich werfe okay jetzt gibt es eine wasserbombe oha macht keine bühne dann ist unser trommler ich mache ich spiele links an die spannungs trommel leute geile geile ich hoffe ich hoffe ich bin draußen seid ehrlich ey crazy leute crazy 6 minuten die letzten 6 minuten leute das dürft ihr nicht verpassen ich fahr orla auf pakete nein gleich geht es los freunde ich bin geheilt das dürft ihr jetzt hier nicht verpassen leute ihr dürft nicht oh mein gott gleich sagen okay alter kein oh mein gott das hat aber nicht geklappt ja weil alle immer oh mein gott sagen oh mein gott das passiert wenn ich zusehe jetzt geht es los was soll das denn jetzt geht es los Leute man prankt hier ich schreibe dir gerade einen liebesbrief ich schreibe dir auch eins der prankt Junge pranks die zu weit gingen 5 minuten das ist halt das problem dass immer Leute kommen die das wegbauen wird drauf kaputt zu machen ach ey Digger kannst vergessen die pranken immer das sind ja alles kleine pranker wir Leute wir gehen einfach auf zur Rakete das bringt es uns nichts die bauen das immer ab die bauen das hier leider immer ab ja ich komm zu euch hier sind gerade Plätze frei geworden wo auch krass wäre auf ich glaub hier ist am krassen hier ist am krassen auf dem Meteorwerk krass Meteorwerk auch krass aber ich glaub hier ist das ist hier wie das ist hier First 3 Bro das ist erste Reihe weißt du ich meine das ist hier First Class hier guck mal hier für dieses Ticket 10.000 Euro wir sind oben 10.000 V-Max musste ich für dieses Ticket bezahlen Alter Leute das ist jetzt hier das sind hier die First Class Tickets Junge das sind First Class so'n Ding ist das Bro das Live Event mit einfach 15 Minuten geht checkt ihr das da kommen Laser da kommen Laser wow Bro das ist vom Live Event das ist vom Live Event Bro oh mein Gott die Rakete redet die Rakete redet Hallo wir sind da wo das Live Event her kommt von da hinten hier spricht einer von Fortnite wir werden gleich das Event starten was ist das für ein Laser für SEO und Aquarex oh der kommt von oben oh sind es schon zwei Laser Alter noch zwei noch ein Laser Drei Leute es geht los es geht los es geht los oh mein Gott bei mir ist Live Event bei euch auch oh mein Gott bei mir ist Feuerwerk Leute bei mir ist Feuerwerk das Live Event Feuerwerk Leute jetzt müsst ihr rechtsklick drücken mach mal alle Feuerwerk Eminem macht so'ne krasse Show Eminem hat krasseste Effekte auf seiner Kopfschule mach mal hier Dings hier kopieren 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 Junge kopiert mal den E-Mod kopiert mal den E-Mod macht alle Feuerwerk mach alle Feuerwerk ich muss auf die Hauptseite gehen bei uns geht's Live Event einfach früher los Leute bei uns wir haben neuste Live Event Silvester neues Jahr oh die bei Switch sagen es ist gecrashed Nintendo Switch ist gecrashed was das ganze Nintendo Switch down Nintendo Switch down oh mein Gott Leute nein Switch down Switch down ey ich fand das so lustig die nehmen Stein die ganze Zeit die macht die ganze Zeit in den Mode die macht irgendwas anderes die ganze Zeit die ist nicht Eminem Fan oha was machst du da für ein Blitz-E-Mode zwei Minuten Leute oh Monster kommt aus dem Live Event raus zwei Minuten noch Jungs Feuer die Rakete brennt die Rakete ich kann das nicht gucken wie das mal die Rakete brennt die Rakete brennt ne ich kann nicht die Rakete brennt die Rakete brennt die Rakete brennt Jungs Nei Nei der Bunker brennt nicht sondern die Rakete wie krass das aussieht drückt mal rechts 1 Minute Leute Alter Alter Feuerwerk ist schiefgegangen Rakete fuck it up Jungs der eine macht das auch noch der eine macht das warum hast du das Emote nicht warum hab ich den Emote nicht schade das machst du dich dann nicht haben ich hab mich leider auch nicht alle müssen den machen die hier oben sind 1 Minute 1 Minute 46 das ist zu krank Leute die von außen können nichts mehr sehen Bro Guck mal wie süß die das bei gewohnt haben 1 Minute 1 Minute 1 Minute 20 wir lassen dir alles abfackeln Leute Let's go 1 Minute 1 Minute 20 1 Minute 20 es geht gleich los wer ist alles drinne wer ist alles drinne Please dad Please dad wer ist alles live dabei live chat schreibt jetzt rein wer ist alles auch in game wer ist in game wer hat es in game geschafft wer hat es nicht in game geschafft 1 wenn ihr in game seid 2 wenn ihr nicht in game seid 1 in game oh mein Gott die letzte Minute die letzte Minute Leute Leute gleich Countdown machen Countdown oh mein Gott wo steht die Zahl ich hab Angst ich hab Angst ich hab Angst oh mein Gott live chat ich hab wirklich angest 30 Sekunden alle mitmachen alle drinne sehr gut Leute sehr gut Jungs ich drück euch die Daumen dass wir das gemeinsam alle durch schaffen ich drück die Daumen dass wir nicht crashen 30 Sekunden nein crash ey bitte imagine wer auf der Rakete steht crashen wir oh mein Gott alle die anderen Füßen auch gerade Herzblut Bro es geht los Leute 10 9 8 7 6 5 Happy New Year 3 2 1 Let's go Let's go Let's go Keine oh mein Gott sagen da passiert was Hä? wow 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 was ist los die Rakete ich lande auf der Rakete ich lande auf der Rakete ich lande auf die Rakete oh mein Gott ich geh direkt hoch Leute ey Jungs ey Jungs ey die Rakete Milly 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 was geht hier ab Milly 1 von 100 Millionen! Bro, ey, den hauen, was er verliert! Bro! Nein! Was ist da oben? Die haben's gar nicht fit! Hilfe! Wo ist's? Wo ist's? Oh, ich fit nicht! Wie geil! Komm her, komm her, fall runter! Ey, traurige Rakete! Wo, 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 wo? Ey, die Rakete fliegt durch! Oh, da vorne, da vorne! Die Rakete macht alles kaputt! Alle zu Dusty, zum Krater! Ey! Krater! Oh mein Gott, wo geht's? Oh mein Gott, wo geht's? Oh mein Gott! Nicht kaputt machen! Hä? Habt ihr's gesehen? Hä? Hä? Junge! Hä? Hä? Ja! In Taco! Jetzt muss da Lootzeck runterkommen oder nicht? Ich kaputt machen! Da! Loot! Oben, Jungs! Über uns! Über uns! Guter Call! Riesiges Rift! Ich werd runter! Ich werd geriftet! Nein! Werden abgebaut! Wir wurden geriftet! Wir wurden geriftet! Äh! Bombe auf mich! Ich geh da hin, ich geh da sowas von hin. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Sorry früher! Alter! Letztlich drücken, letztlich! Super, ey, Sonne! Oh mein Gott! Der Meteoritik ist weg! Der Komet kommt von oben! OG-Karte weg! Ich hab ein Déjà-vu! Oh mein Gott! Du musst da A drücken! Schnell, schnell, schnell! A drücken! A spam! Nee, nee, nicht spam, nicht spam, nicht spam! Ich muss links drücken! Jungs, wir müssen die Welt retten! War ich das richtig? Oh mein Gott! Was passiert da? Was crasht da rein? Hä, was müssen wir jetzt? Nicht, müssen wir jetzt spam? Jetzt spam, jetzt spam, spam, spam! Spam, 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 spam! Jetzt spam! Ich check nicht, was abgeht! Eminem kommt gleich da raus! Oh! Oh! Jetzt werden wir eingezogen! Wir fliegen aus der Map raus, Leute! Nein! Hä? Wir werden eingezogen! Wir werden wieder eingezogen, Leute! Ey, Leute! Schwarzes Loch! Schwarzes Loch! Das schwarze Loch! Das schwarze Loch! Der schwarze Loch kommt weg! Ey, Leute! Wird das schwarze... Der Backbus! Checkt ihr, was gerade passiert! Wir sind weg! Wir sind weg! Oh mein Gott! Nein! Schwarze Loch! Nein! Schon wieder! Nein! Das war's! Das war's! Schwarz noch, das war's! Bist du noch damals? Das schwarze Loch ist wieder dran! Fortnite wurde gelöscht, Bro! Das ist das Ende von Fortnite! Das Ende! Ich schon wieder schwank! Wir haben Fortnite gelöscht. Tschüüüüß! Das ist das... Wow! Oh mein Gott! Frank! Es ist noch nicht vorbei, es ist doch noch nicht vorbei! Please stand up! Please stand up! Wo? Fall Guys? Da bin ich! Das bin ich! Fall Guys? NBA-Mannschaft! NBA, Bro! Was geht denn jetzt ab? Was passiert hier? Wie schön ist das gemacht, bitte? Oh mein Gott! Der neue Mode ist der neue Music-Mode, Bro! Lego! Der neue Lego-Mode, der kommt! Wir gehen in Lego rein, Bro! Nein! Let's go! Lego-Portal! Lego-Portal! Oh mein Gott! Leute, Lego kommt als extra-Mode! Wie das? Oh mein Gott! Wie schön ist das animiert, Leute! Esju, was machst du da? Jungs, da sind wir! Let's go! Meine Freunde! Wie geht's euch? Wir haben die Legos! Bro! Bro! Was ist das denn? Nein! Was ist das denn? Junge! Das wird zu krass! Das wird zu krass! Bro! Der Lego-Mode wurde anders krank! Junge! 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 Das wird nicht zu sagen, Freunde! Aber ich kann mich nicht zurückhalten! Ey, nein! Ey, ist das krank, Bro! Ich muss gleich das Wort sagen! Ist das krank? Nein! Ey, guck mal, wie geil das aussieht! So cool aussieht! So cool aussieht! Wir suchen jetzt jede Blitz, oder was? Das wird ein extra-Modus, überleg dich mal, wie krank das wird! Fortnite, danke, dass wir das erleben dürfen! Danke! Oh mein Gott! Jungs, da wird so ne Adventure-Welt! Oh mein Gott! Fortnite, alles gestört wieder! Vorbei, vorbei! Herr Lama! Was? Ey, Jungs, lass uns Jutsch über Insel da machen! Ich sag' ehrlich! Allein wegen Lego, Leute! Oh mein Gott! Minecraft auf Wiedersehen! Ich glaub' das wird jetzt gesuchtet! Ey, guck mal, so'n Boss, das hier zu erbottet! Nein! Nein! Ist das jetzt ein halbes MMA? Wie schön! Ja, das ist so Adventure-mäßig! Nächste Welt! Nächste Welt! Nächste Welt jetzt, Leute! Nächste Welt! Das war das Erste, was reinkommt! Lego, Lego-Welt war stark! Es macht schon wieder nur... Lego-Welt! Rocket League Racing Mode! Rocket League! Nein! Ne! Na! Was? Na! Erstes Geisteskack! Jungs! Wie geil ist das denn, Jungs? Ey, als ob man jetzt hier ein Rennen fahren kann, Leute! Jungs! Ey, wenn wir hier fahren können! Jungs! Das können wir auch beizocken! Das ist Tiffany! Ey, Fortnite hat alles zerstört! Fortnite hat Realtalk alles zerstört! Guck dir mal die Autos an! Ach du Kacke! Was ist das für eine krass Animation, was wir hier gerade sehen? Ey, das ist so gut gemacht! Bro, das... Alleine, dass wir uns im Squad sehen, wie cool ist das? Jungs! Jungs! Wie geil sieht das aus? Nein! Ey, crash mich nicht, Stanni! Ey, Jungs! Da gibt's Bestliste alles, ne? Oh mein Gott! Wow! Wow! Oh mein Junge! Wow! Oh mein Junge! Was ist das hier? Ey, das ist ja voll geil gemacht! Ey, Junge! Das ist nicht mal normal! Oh, Crash! Favourite Game! Favourite Game! Favourite Game! Favourite Game! Es ist fast crazy! Ich fahr' da weg, Junge! Oh! Das beste Live Event! Ey, das ist wirklich geil! Komme, Jungs, aus dem Weg bitte! Aus dem Weg! Ey, das wird geil, glaub ich! Das wird auch geil! Ich check das nicht! Das sind eigene Modis! Das sind eigene, komplette Modis, Bro! Das ist wie nochmal als wären das einzelne Spiele! Wie als wären wir dann einzelne, verschiedene Spiele spielen! Und jetzt der neue Musik-Mode, das ist der neue Musik-Mode, bro. Eminem, 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 Leute, Eminem. Nein, jetzt nochmal Highlight. Guck mal, wie schön diese Animation ist, ich komm nicht drauf klar. Das ist einfach Disney-Film, was wir gerade gucken. Das ist wirklich Disney-Film. Hör zu, hör zu, hör zu. Das ist zu crack, diese Animation. Oh. Leise, leise, leise. Aha. Oh mein Gott, was? Okay. 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 Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So schnell. Einfach Eminem live, Leute. Eminem live. Wow. His palms are safe. His weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous. Been on the surface. He looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting when you were down. No more crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come. Hey, hey, hey. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Bro, das ist ja noch im Musik-Von. Hör an ihm. Hör an ihm. Hey, hey, ist schon los, Leute. Perfect. Perfect. Geil, geil. Das macht es wirklich perfect. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh nicht mehr durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin los. Ich hab alles kaputt gemacht. Oh mein Gott. Nein, ich war schlecht. Oh mein Eminem. Brutus. Brutus. Security, Brutus. Silger, der wird erst mal weggebracht. Der Eminem zurück. Wow! Riesen Eminem! Das ist Marshall Mathers, Leute. Das ist... Junge! Junge, aber ein Private-Konzert! Wow! Junge! Junge! Waaaat! Nein! Los! Es ist krank. Es ist krank. Ey, das ist so schön bei mir aus. So schön bei mir aus, ne? Jö! 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 Jö, Jö! Jö, Jö Jö, Jö, Jö! Jö! Der sowas krank! Nein, nein, nein. Wow! Ey, ist das krass, Bro. Ich checke gar nicht. Ich gehe nicht los. Eins der krassen Nightmare zu machen. Wo geht's jetzt hin? Chapter 5, oder was? Chapter 5 jetzt bestimmt, oder? Halloween? Oh, um Gottes Willen. Es wird alles zusammengemischt, oder was? Ja, die ganzen Universen. Oh, wie geil, Mann. Ich komme nicht mal drauf klar, wie schön das animiert ist. Ich komme nicht mal drauf klar, Leute. Egal, wo ich wie gucke, es sieht geiler aus. Und links, Timer. Ja, Timer. Irgendwas muss in einer Minute passieren, Leute. Ja, wir müssen doch rein, oder was? Sind es bei euch jetzt auch 50 Sekunden noch? Nee. Eine Minute ist 40 bei mir, Bro. Bei mir sind es 46 Sekunden. Bei mir auch. Bei mir sind es 46 Sekunden. Bei mir drei Minuten. Hä, ich bin gleich drinnen. Irgendwas würde da passieren, Bro. Irgendwas würde da passieren, Bro. Irgendwas würde da passieren, Leute. G-Klasse wo? G-Klasse. Isne. Da ist eine G-Klasse, da dreht sich doch da vorne auf der Scheibe. Da ist schon eine von diesen neuen Autos. G-Klasse lookalike, ja. Lookalike. Oh mein Gott. Und diese einzelnen Universum sind wie einzelne Spiele. Man hat ein Rennspiel, das man spielen kann. Dieses Lego-Ding war so MMO-mäßig, habe ich das Gefühl. Also 19 Sekunden. Geist es krank. 15. 14. Okay, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. 16 Sekunden. Bei mir jetzt noch 10 Sekunden. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Beenden. Beenden steht da jetzt. Was benden? Bro, wenn ihr beendet seid ihr raus, seid ihr raus. Ja, dann ist es auch vorbei. Wenn ihr beendet seid ihr raus, Jungs. Ach, das noch für beenden. Ach so, okay, okay. Wir müssen jetzt warten, das ist quasi das schwarze Loch wahrscheinlich. Ah, das ist das schwarze Loch bis dann die Downtime. Wirklich, Leute. Ah, schade. Schade, schade, schade. Du schön, schade. Wirklich. Fortnite. Props gehen raus für mich wirklich. Das war krass. Das war das schönste Event, was ihr jemals wusste. Ey, das war unfassbar heftig, bro. Das war unfassbar heftig. Das war unfassbar heftig. Das war unfassbar heftig. Das war unfassbar heftig. Vor allem die ganzen Funktionen, Leute. Diese ganzen Funktionen. Also die neun. Das sind ja wie einzelne Spiele. Das sind ja wie einzelne Spiele. Ja, 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 ja. Einzelne Spiele. Ich freue mich am meisten auf die Lego-Funktion. Wie geil hat das bitte aus. Kommt in Arm für ein neues Spiel einfach. Oh mein Gott. Ey, Leute. Lasst jetzt noch mal ein Like und ein Abo da bei uns allen. Auf jeden Fall. Push das Ding raus hier. Für Fortnite-Content. Ich werde jetzt... Das Ding ist... Ich vermute, das ist jetzt so das schwarze Loch, dass man jetzt hier nichts mehr machen kann. Ich werde jetzt auch einfach mal beenden drücken. Vielleicht kommt man weiter. Ich glaube aber nicht, dass es was ändert. Weil hier geht es nicht weiter. Ich glaube, dass das Ende schwarz Loch in der neuen Season geht es dann hier weiter. Hast du Ende gedrückt? Ich kann mal nicht beendet, Bro. Ich trau mich nicht, Leute. Ich trau mich auch nicht, Finski. Ich trau mich nicht. Finski teste du. Finski, wir schicken Finski vor. Finski teste du. Finski teste du. Finski teste du. S.U. 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 Ich habe auch bei Händen gedrückt. Bro, ich fliege gerade durch die Dimension. Hä? Oh mein Gott. Ich kann die Lego-Items anfassen. Das Event ist vor. Bro, Trinan ist bei mir. Trinan, komm mit. Du rufst mich gerade an. Hallo? Ich kann Lego-Steine bauen. Achso, nee, geht klasse. Ich fahre gerade den Lambo, Bro. Ich fahre gerade den Lambo. Oh mein Gott. Ey, warum sehe ich Steine und Max nicht, aber Trinan? Wie, sehe ich auch nicht, Bro. Ich bin alleine hier drin. Trinan ist mit mir im Brabus. Bro, ich fahre gerade mit Max im Lambo rum. Wir fahre gerade gegen die Jungs. Boah. Ey, nee, aber Spaß beiseite, Leute. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß, die anderen Leute oder keine Ahnung. Ihr wolltet wahrscheinlich, dass man rumrennt und selber spielt, aber ich fand das so voll geil. Wir machen hier ein bisschen. Das war wirklich geile Leaks quasi zu dem, was wir jetzt die Tage sehen werden. Mit dem Lego, mit Rocket League. Auch Eminem war krass, Bro, wie heftig das animiert war. Bro, das war so geil. Drück dir auf Beenden. Ja, da hast du das Bild mit Pili vermisst. Ja, das ist aus der neuen Season. Ja, da steht Pili, ist vermisst. Leute, ich glaube, ich drück Beenden. Ja, das war ja wirklich so schön. Ich sehe Zahlen, ich sehe Zahlen, Bro. Ich sehe Zahlen, ich sehe Zahlen. Zahlen? Ja, ich sehe Zahlen, Jungs. Wirklich? Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt hier noch einen Code eingeben. Irgendwo, ich glaube, auf Twitter haben die geschrieben, dass das Event nochmal wiederholt wird, glaube ich. Ja, wird es auch. Für die, die... Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ey, Lego wird so geil, ne? Hey, 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 was ist jetzt hier? Ihr ändert da Verbindungsstatus. Hallo, hört ihr mich, Jungs? Ja, ja, ja. Feierabend. Also werden die Zahlen dann online kommen, ungefähr. Also ich denke mal, 12 Uhr, nee, am Sonntag, morgen. Leute, wir werden ab 8 Uhr live sein, zu neuen Season auf jeden Fall. Ab 8 Uhr. Hat jetzt schon jemand beendet, Jungs? Ja, ja, ich habe beendet, man ist einfach in der Lobby. Doch, ich habe schon beendet, man ist in der Lobby einfach, passiert nichts mehr. Ja, okay, dann gehe ich. Ich drück Beenden los. Ich habe gedrückt. Und ist einfach in der Lobby? Ich bin stolz auf Fortnite, wirklich. Boah, ist das echt krass, also mit krasses Events safe. Hey, bei mir ist so... Das ist dann so, diese, diese besonderen Sachen, die da passiert sind mit Lego und Rocket League, so. Man hat das nur auf dem Schirm gehabt und dann, boom. Also ich wurde überwältigt. Das Event wird um 23 Uhr und um 5 Uhr nochmal wiederholt. Bro, um 23 Uhr. Hey, bei mir ist so komischer Scream. Bin ich mal in der Lobby, ne? Nein, nein, ich stream nicht durch. Guck mal, Leute, ich bin nicht dumm. Weil ich stream nicht durch, wisst ihr, warum? Weil ich morgen die neue Season fit starten will. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also außer es passiert jetzt noch was. Außer es passiert jetzt noch was. Zahlen. Zahlen kommen. Zahlen kommen, UFO kommen, irgendwas kommt. Zahlen kommen, Zahlen gehen. Vielleicht macht Eminem noch ein Nach-Ding, ein bisschen Nach-Ding, ein Nach-Ding. Nach-Ding. After-Show, After-Show. Ach, Leute, wirklich, das war geil. Ich bin überwältigt. Ich könnte jetzt einfach mit einem Grinsen schlafen. Nee, ich fand das richtig schön. Es war emotional. Es hat mich emotional berührt. Bro, das Ding ist, alle Leute gehen jetzt raus und beenden. Aber wir bleiben drinnen, wisst ihr, weil noch was passieren wird. War doch auch damals auch so. Damit hat Fortnite nicht gerechnet, Bro, dass wir drinnen bleiben. Wenn jetzt noch was passiert. Oh, wenn man beendet, dann fliegt man entweder raus und eineinhalb Stunden Warteschlange oder man kommt in die Lobby. Ich riskiere es lieber nicht. Erfolgreich ausgelockt. Guck mal, hier, fette G-Klasse hier, Leute. Fette G-Klasse hier. Ich glaube, ich muss heute auch ein bisschen mehr Strom wasten und meinen PC einfach anlassen. Ich riskiere nicht, dass ich morgen live gehen will, Digga, und dann irgendwie nicht in Fortnite reinkomme. Server geht eh down, Bro. Sicher. Stimmt, wir müssen die abreden. Server ist wirklich eine Downtime. Also jetzt werde ich Server noch online bleiben, aber es wird eine Downtime geben. Jungs. Ja. Laserbeam hat einfach gerade 630.000 Zuschauer in seinem Livestream. Was? Krank, Digga. Nein, ey. Checkt ihr das? Was ist jetzt los? Disconnect, disconnect. Was ist jetzt los, Leute? Was ist jetzt los? Da hinten hat sich noch ein Portal geöffnet. Bro, bei mir eröffnet sich gerade wirklich ein Portal. Portal? Nee, Stanni, das war bei mir auch. Das ist normal. Sternschnuppen, komm und dann neun Galaxien werden sich eröffnen. Da hinten. Die haben mich gekickt. Bei mir auch. Fortnite hat mich gekickt. Ich auch. Ich war auch gekickt. Oha, bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht. Hä? Ich hab so ein... Hä? Was passiert hier? Nein. Fortnite hat mich gekickt, Bro. Hä, was passiert? Wie sieht bei mir Fortnite aus? Wir gucken uns den neuen Eminem Style an, Leute. Ich hoffe, ihr habt ihn auch bekommen, den Eminem Style. Ich hab ihn. Also, ich muss leider sagen, ich find, die hätten ihn krasser machen können. Bro, nur dieses kleine Extra ist halt... Ja. Weiß ich nicht. Als ob ihr alle rausgekickt wurdet. Feiert ihr den neuen Style? Ja, jetzt. Bei mir auch. Ja, das war so ein geiles... Ja, was, wenn wir jetzt Ready drücken? Drücken wir Ready? Leute, übrigens nochmal, weil gerade so viele da sind, mache ich natürlich gerne nochmal Werbung. Ihr wisst Bescheid. Tragt gerne irgendeinen supporter Creator ein. Mich, SU, Tridan, iCrymax, Finski, wem ihr wollt, tragt einen ein. Supportet auf jeden Fall auf Ehrenhaft des Basis. Dauert zwei Sekunden, Leute. Äh, wäre... Wie gesagt, tragt einen ein von den Jungs. Tragt mich einen so, wie ihr wollt. So, wie ihr wollt, tragt einen ein. Hauptsache, da steht irgendein Name drin, weil für euch ist das nur eine Sekunde. Kostet nix und supportet halt ein bisschen. Kuss, kuss, kuss. Krank, Jungs. Komm, wir gehen rein, oder? Warte mal, hier. Wir machen already. Das ist aber... Bro, das ist aber... Wundert mich, dass die Server noch online sind. Bei mir steht das Spiel 40k, Leute. Jaja, das wundert mich, Bro. Weil normalerweise sollten die Server eigentlich off sein. Max, mach ready, Max, ready, ready, Max. Achso, warte, ich bin noch... Vielleicht gibt's ne Map-Veränderung. Wer weiß. Safe, könnte echt sein. Oben steht sogar. Oh, weil die Rakete müsste ja jetzt weg sein. Die Rakete dürfte jetzt nicht mal an dem Platz dort sein. Die Rakete müsste jetzt weg sein. Das ist ja richtig crazy. Also, falls du den nicht bekommen haben solltest, musst du warten. Vielleicht sind grad Server irgendwie, äh, äh, überlastet oder so, Bro. Hey, Bro, jetzt... Digga, diese... Wenn man wirklich Sego... Ach, stimmt. Die, äh, die, äh... Fehlermeldung. Das wird dann auch um 5 Uhr wiederholt. Das wird auch um 5 Uhr wiederholt. Wie sollen die Server schon offline sein? Bro, die Server werden gegen 8 Uhr offline gehen. Das vermute ich. Das vermute ich, Bro. Ach, okay, okay. Was steht bei dir, Max? Äh, ich hab schon wieder ready gemacht, aber da kam irgendwie Fehlermeldung. Ich weiß gar nicht, ich hab's direkt weggedrückt. Neuer Countdown, Jungs, hä? Ja, ja, für das nächste... Das wird dann auch um 23 Uhr gespielt. Also, wenn der größte Knall wird um 23 Uhr und am nächsten Tag um 5 Uhr um Mitte-Europäische... Ja, Fehlermeldung. Nicht das Lama, nach dem du suchst. Das Problem aufgetreten als überprüft wurde. Lass mal Gruppe Neumann, Gruppe Neumann. Wer nicht macht, macht ohne mich, Jungs. Macht ohne mich. Wie? Hallo? Also, ja, ich lade Stani ein, warte. Hä, Stilbri? Wo ist der denn? Der soll reinkommen. Die Nase, Alter. Stilbri? Ich hab ihn eingeladen. Hä? Hä? Bei der Verbindung... Bro, bei mir ist alles rot. Nein. Du hast einfach Red Screen. Mach mal Trios, hier. Was ist das denn? Mach Trios, Bro. Ja. Red Screen. Oh mein Gott, alles rot. Wo ist Stili? Ich will mal kurz gucken, gerade, Leute, was Player, äh, ob man das sieht. Ob man das gerade vielleicht auf der Webseite sieht, aber ich glaube, man sieht sich auf der Webseite, weil es... Ja. Also, hier war Peak, auf der Webseite, Leute, war Peak, zwölf Millionen Spieler, aber ich weiß aus anderer Quelle, dass es über 20 Millionen wohl gewesen sind. Ich weiß aus anderer Quelle, über 20 Millionen Spieler waren es gewesen. Danke. Ehrlich, geisteskrank. Bro, zu gleichen Zeit, 20 Millionen. Das ist crazy. Kurtner hat wirklich wieder rasiert, also... Ja, wenn ihr noch diesen Style haben wollt, Leute, diesen Eminem-Style, dann könnt ihr den sogar euch noch freischalten, falls ihr es gerade verpasst habt, oder falls ihr euch den Skin jetzt erst holen wollt. Ihr kriegt diesen Style, wenn ihr am Live-Event dran teilnehmt, aber ihr müsst euch dafür diesen Skin hier kaufen. Warte mal, den hier. Den hier. Und wenn ihr mit denen am Live-Event dran teilnehmt, schaltet ihr den Style frei. Den Magma-Style. Und dieser Magma-Style, auch ganz krass, Leute, den gibt's nur zum Live-Event. Nur zum Live-Event gibt's den. Aber war das in Vergangenheit nicht auch so, dass Fortnite ab und zu mal die Live-Events an dem Tag nochmal wiederholt hat? Genau für solche Fälle. Das ist bestimmt im Voraus auch so geplant gewesen. Bro, aber das Live-Event war echt krass, Digga. Ich check's nicht. War sehr geil. Jonas, erstmal kurz geht raus, aber wir sind hier gerade am Fortnite zocken, wir hatten so ein Live-Event und du riechst gerade über Minecraft. Also da bannst du. Jonas. Nein, der Arme hat hier cash donated, aber ich denke mir so. Nee, nee, da gibt's bannst du. Bro, wir haben hier gerade so ein schönes Live-Event gehabt. Ich muss auch sagen, Bro, die hätten echt einen krasseren Style machen sollen, so ein Feuer-Eminem oder so. Bro, wie krass wäre das gewesen, so ein Feuer-Eminem irgendwie, lass mich weg. So, und überlegt mal, Leute, wie krank das wäre, Feuer-Eminem. Nee, Aris, du musst dieses Kind kaufen und dann, wenn du Dinge gekauft hast und dann... Ja, ja, man muss die leider kaufen, Leute, man muss die leider kaufen. Dann kriegst du den Stil. Aber also einfach so den Stil kriegst du nicht. Ja, aber der Stil wird halt extrem selten sein, ne? Also ich glaub so in... Also dem wird's halt wirklich nur an diesem Tag gehen. Das ist halt das Krasse. Es gab schon mal so ein Event, Leute. Ich kann euch den Skinlight mal zeigen, wenn ihr wollt. Es gab auch mal damals so ein Konzert, da musste man im Party-Royal-Modus dran teilnehmen. Und dann hat man auch einen speziellen Style bekommen. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Waren das nicht die Neon-Wings? Nee, 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 Bro, das waren... Die auch und diesen einen Trooper Gabs, bro. Ah, okay. Nee, 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 nee. Wenn sie ne Unmungs hab ich auf ihn verinnern. Hey, wann werden die jetzt denn jetzt die Server? Was, Finsky? Wann werden die Server so ungefähr down? Ich denke morgens irgendwann. Ich denke morgens gegen sieben, acht Uhr, wenn die down gehen. Und ich hoffe, zwölf Uhr wieder verfügbar. Das wäre so geil, Alter. viele neue funktionen und meiner meinung nach die wichtigste ankündigung war gewesen fort hat gesagt wir bringen den modus back und das ding ist was ich mir vorstellen kann dass sie den wirklich krassen modus weißt du dieses wirklich mit map change das wäre so krass vorbei ja das war noch mal wirklich das war game changer also fort mann macht gerade wieder alles richtig dass wir wirklich beim letzten event ihm ist beim letzten live wenn ich habe auch direkt gesagt nie war nicht cool war nicht besonders das ging schon wirklich richtung also für mich war das top 3 gerade also für mich war es auch top 3 live event selbst darum so ich habe schon mitbekommen im chat einige kritisieren das und denken sich so okay war jetzt nicht so besonders weil leute glaubt mir so eine animation in der klasse so das ist gleich los mich zwei hier ist einer brau er lasert mich für die müssen wir helfen wenn du wüsstest wenn du wüsstest eigentlich jetzt sogar der perfekte zeitpunkt oder das wäre krass jetzt genau jetzt in diesem moment der krass jetzt 25 millionen spieler vorbei also wenn wirklich 25 millionen spieler waren junge dass das wird das wird die wert erleben leute nicht mal ich glaube das einzige game was kompeten könnte mit fortleid ist gta 6 aber gta 6 ist das problem es ist ab 18 und es wird dann werden nicht alle das spielen dürfen und so ist ja ich meine also das wird das hauptproblem sein was ich sehe bei gta 6 gta 6 bricht ja aktuell auch alle rekorde aber ich glaube von den spielerzahlen wird wirklich schwierig werden fortleid da nein also erst das spiel wird geld kosten und zwei genau schon gesagt deswegen genau und es würde ich kostenlos sein stimmt leute stimmt und das ist schon ein riesen faktor wo allein das spiel wird ja 60 70 80 90 euro kosten keine ahnung die playstation 5 preise damals keine an playstation 4 so weiß ich noch ja das kostet ich habe genau das wort gesagt abenteuer das ist wie so ein abenteuer gewesen überlegt mal wie krass das ist du hast da dein adventure kannst dein dings leveln kannst dein lego charle will und alles sowas irgendwie so im dreh ich glaube das könnte echt fett werden oder es könnte geisteskrank werden sowie überleg mal jetzt angenommen leute dieser lego modus wird so wie minecraft lego fort nein ersetzt einfach mein kraft leute fahren mit boot leute wer will im chat jetzt alle wer will sehen dass wir hier lego minecraft lego fort nein stunde 30 wartenschlange angeblich und das krasse ist ja auch leute es wird wahrscheinlich also das ist meine vermutung es wird ja einen eigenen lego shop geben also das game das ist ja auch das geile ist nur ich glaube das game wird richtig lang geupdatet also das ist einfach so die dann game bei kummer es wird ein eigenem item shop für lego game projekt du das stell dir mal vor es wird einfach wie damals og fortnite sein deshalb ich werde dieses kind mir holen irgendwann haben wir die og skins in lego game hundertprozentig hundertprozentig deshalb normal an der stelle leute creator code tridan stanni oder sdw oder irgendjemand anderes irgendjemand soll da drinnen stehen weil für euch ist das fünf sekunden nicht mal das wird so krass oder wo ich freue mich ihr habt schon zehn kills gemacht jungs ja krank ich bin ich bin noch baftiger ich bin gerade noch mit den langen bei lego bei lego jonas junge selber dankeschön das soll jonas oder schriftlich das schiff die ja ich glaube dass keiner ihren bruder schiff die doch doch da sind welche da auf den häusern errollt ich habe glaube ich gar keine kronen sieger ich weiß gar nicht server nicht da und ich dachte auch bro also normalerweise hieß es banane hier normalerweise hieß es nur creative ist verfügbar egal besser für uns helikopter ganz viele wieder zwei leute greifen mich an ein positionieren bei der haben wir haben eine kreis der andere ist das an den schatten haben wir einen chack hier irgendwo leider nicht da ist die leute ich habe einen neuen team da ist die leute kommen wir kommen oh ja der schwarzer ritter hat mit 70 linker weil er auch da doch eine mitte gute hits guter das spiel kommen 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 ab ihn der schwarzer ritter hat er schreit der schwarzer hat er schreckt Der andere kommt, der andere pusht. Oh mein Gott, die haben die gelöscht gerade. Ja man, richtig ausgemacht. Die haben die gelöscht gerade. Oh mein Gott. Ich komme zu. Da kommen noch welche. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich muss nur zu halten, Bro. Oh Gott, ich hoff, ich hoff. Geh mich kurz zu halten, ja? Die muss Minis. Hier noch ein Minis. Pass auf, die werden Rift aufgeschoben. Ich geh auf High hier. Warte, kann man einen lasern? Ja, lasern ihn, lasern ihn, lasern ihn. 109 oder 40, Alter. Wo sind die? Auf dem Berg da oben, Bro. Auf dem Westen. Mit Busch. Ja, die sind hier auf dem Berg, Bro. Wo ist der Grappler hin? Geh mal kurz mich hier in Schiff, die heilen, ja? Ja? Ja, nochmal. Ich hab Wiggy für dich, Bro. Nee, alles gut, behalte. Ich mach einen Luftangriff. Ja, die denken mir so, Bro, kannst du hier hochgraveln? Na ja. Ja, das machen. Zum Lüfter, weißt du? Ja, hier. Schiff, die auch geht, ja? Ja, die werden schiff, die selber. Ja, unten, unten, Bro. Er ist unten im... Wie siehst? Komm, rechts, rechts, Besuch. Lass den rechts, BUSCHEN, Bro. Ok, komm. Hey, dein Bucke, ein Busch, Busch ist weg. Ohhhh, kritisch, Haas, ich bin low. Ja, ich seh, ich seh, ich seh. Ich muss Rift, ich muss Rift, Rift, Rift. Ich bin auf 1 Mach es Oh mein Gott Ich bin am Arsch Ich bin auch am Arsch bisschen Ja alles gut haut ab Da haste Rift Wir haben kurz Mini zum Matkit Da kommt B4 da Leben am Limit Leute Ich muss die 0 Hab er 1? Ja ich hau auf grad ich hau auf grad Ich hau grad Er war dann komm ich zurück Aber das ist bei mir halt nicht bei euch auf der Seite Ist das anderes Team oder was? Spiderman hab ich geholt Ja 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 das war ich komm zurück Oh mein Gott hier trifft sich Ist der schlecht Ja Der Grapper grad zu mir Ja ja Skaltyper 1 Skaltyper 1 Skaltyper 1 Ich komm nicht mal in GTA 5 rein Wegen Epic Hä wie das Ja Epic ist ganz down Wie? Oh warte mal Ich komm ich komm hoch Scheiß auf mich Nein 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 alles gut Alles gut Bro Warte ich muss kurz anschließen Ich komm hoch Oh Mensch ich muss noch zwei Ich hab mich einfach pass auf Das war aber pass auf die Hälfte Ich hab mich einfach Ich hab's Hinter mir Warte warte Einer down Einer down Okay Okay Und das viel für Leben hast du noch? Ich kann 16, 14 Healy, Healy, Healy Der ist da oben Der ist da oben Ich splash einmal Oder jetzt Cypher versaut Verbreiten die Garage Ich splashe direkt fünfmal für uns alle Danke Zweiter rutsch runter Oh Gott Echte Seite Pass auf 43 Äh 87 Stark Alle down oder was? Nice Jungs Was war denn hier für Action gerade? Easy Hier liegt noch voll für Loot unten Bro Komplett Epic Games down Ja es waren zu viele Leute Es war zu krass Es war wirklich over Also Fortnite hat alles wieder gebrochen Fortnite hat andere Spiele down gemacht Bro check dir das Internet überlastet wegen Fortnite Dann ist Fallgeist safe auch down Jaja, Fallgeist wird auch down sein Ja wir wurden da nicht rausgekickt Max Du schon Deswegen hast du Warteschlange und wir nicht Wie lange ist Warteschlange gerade? Ich komm einfach nicht drauf klar Eine Stunde war scheinbar Eine Stunde Warteschlange Boah Da wird man ja Probleme haben sogar Überhaupt im zweiten Life Event auch dabei zu sein Hey Douglas Kuss Danke Überleg mal, dieser Skin wird einfach so selten Weil wir diese eine neue Variante haben Ich war rausgekickt aus der Runde Ich war rausgekickt aus der Runde Sieg ist Krone Bro wir werden gleich auch rausgekickt Safe Ich wurde raus Erfolge nicht ausgelockt Ich wurde ausgelockt Was? Oh mein Gott Anderthalb Stunde Bro Dings hier essen Guck mal wie lange das bei dir dauert Anderthalb Stunde Warteschlange Was ist das? Was ist das denn? Warte 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 Ich brauche noch ein bisschen Bis ich beide bin Warum passiert mir sowas aber? Hast du echt nicht verdient? Hä? WeTalk lieber hätte ich das erwischt Wird einfach rausgeschmissen Einfach so Ich starte mal kurz neu Gucken wie lange die Wartezeit ist Ich hab Granatlauncher Bro hier sind... wo bist du? Ich seh dich nicht Da unten Hier sind echt viele Pass auf Die sind auch raus Scheiben wurden viele rausgekriegt Pass auf, da kommt noch mal welche Ja Zwei Stunden war es schon in der einen, oder? Alter nicht Also bei mir... Ich musste mich jetzt einloggen Gute Hits Gute Hits Leute, man kann ich bei Epic Games sogar mit einem Lego Account anmelden Ja, das ist schon seit ein paar Tagen Alter Wissen wir jetzt einen neuen Lego Account machen Oder können wir mit dem Account Nein, nein, musst du nicht Musst du nicht Bro, ist du hier drüben welche? Ja, warte ich heimlich Du hast unseren Team zu oft besucht Versuche ich später erneut Ich kann mich nicht mal anmelden bei Epic Games Da drinnen, Bro Was ist das denn? Pass auf Stark, 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 stark Nochmal 70 Okay, push, 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 push Ja Ich habe keinen Grappler, damit du Bescheid weißt Ach so alles wie Aber jetzt werde ich anmelden Ich werde mich anmelden Ich werde von rechts attackiert Ich werde von rechts attackiert Ich habe ihn Hast du noch bei Rockets? Äh... Ja, komm her, komm her Warte Warte Äh... In der Garage, Bro Er ist alleine Ja, warte Ich mach echt nichts Feine, nicht der Schräger Hauert ab, der hat Hauert ab Lass es straight hinterher Ich krieg keine andere Beschäftigung Der ist links lang Links lang Bei mir Ich häng ihn fest, Bro Hier unten Stark, 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 Stark Ich zieh die nicht mehr Hab ihn, hab ihn Er rückt Rein da, rein da, rein da, hinterher Ich komme, ich komme Bro Da lang, da lang, da lang Der rückt nochmal Er rückt hinterher Er rückt hinterher Ja, ja, hier, hier, hier Er geht zurück, Bro Warte, hier ist ein Grappler Hm, der geht wahrscheinlich seine Kumpel wieder mit ihm Bro, ich muss eh einmal kurz nachladen, alles Ja, mach das Ah, da ist mir eine 2FW, wichtig Man kann sich nicht mal bei Epic Games mit dem Account anmelden, den man hat Bro Es ist komplett kaputt, alles Alles überlastet Die haben alles erfüllt Die, die gerade online sind, Jackpot Ja, ja, genau Tank Ich bin schon fix und fertig Ich bin erstmal nach der Runde weg, Leute Wie, hä? Ich hab noch Energie für morgen hab, Bro Ich hab gern noch paar Runden gezockt, ey Was suppelst du, SU? Wirklich, ich Ich Oh, was suppelst du? Ich bin genau so lange wie du Was redest du? Nein, Bullshit, ich hab heute Morgen schon 4 Stunden Das stimmt, das stimmt Achso, ja, stimmt Ja, das Zone, der wird hier wieder reboot Der wird hier reboot Ja, was hat sie morgen am Start, Jungs? Ja, ich bin direkt am Anfang am Start Ey, wie viel Uhr meinlich, wie viel Uhr Ich bin schon wegen Minecraft Ey, wir können ja Minecraft erst und dann gehen wir In Fortnite rein Komm, come back, come back Also, ich werde morgen auf jeden Fall lange stream safe Okay, nice Also, 8 Uhr, ja Aber, was, was, wenn ihr Server halt erst um 15 Uhr kommt? Ja, das Ding ist, Server werden halt offline sein Und Schade, dass du halt nicht auf YouTube-Einsel bist Sonst könnte man da Action machen Ja, das gut alles, Bro Ja, ich muss mal schauen Ja, ich muss mal schauen Ja, ich muss mal schauen, ob 8 Uhr auf Sinn macht dann Wird von der Server erst um 8 Uhr offline gehen You Rift, Bro Bist du bei mir, as you? Ich kann nicht so schnell Ich hab nicht so viele Items wie du Ich hab nur noch 3 Grabberschüsse Oh mein Gott, Bro Die sind noch frei Die sind noch frei Komm zu dir Ja, hier, Chad, guck Die sind full of high Die sind full of high Unbekannter Fehler Du hast ja auch diesen Dienst zu oft Komm mal hier zum Rift Komm mal hier zum Rift Ja Lass mal kurz warten, wo Zone ist Dann Rift vielleicht Hast du noch ein paar Rockets? Dann könnte ich Action machen, gleich Warte, warte, warte Bro, lass rüften, lass rüften, rüften Komm hier hoch, Bro, komm hier hoch Hier sind 3 Leute, aber hier sind 3 Leute irgendwo Hier sind 3 Leute Ja, die attackieren einfach Komm nach Dach, komm nach Dach Ja, sag wo die Die sind dort, Bro, ungefähr Ja, ich seh's Ey, Jungs, neuer League Soll ich euch verraten? Sag! Ja 9. Dezember 9. Dezember Fortnite X The Weekend Konzert Was? Weekend? Ja The Weekend X Fortnite Oh mein Gott, mein Bruder wird sich ja so freuen Ja, Kian ist ein richtig Fan davon, ne? Geil, Mann Ist aber gut, wir haben High Wir haben hier High, Bro Und Fortnite X Lego Trailer wurde geleakt Nein Das wird am 7. Dezember erscheint Fortnite X Lego Oh, geil, dass die nicht alles am gleichen Tag raushauen Geil, das ist geil, Alter Das war so ein bisschen meine Sorge Weil das ist dann so Zu viel, Bro Man kommt da nicht hinterher Ich will doch auch irgendwie hinterherkommen, weißt du? Ja, ja, das wäre zu viel Wenn die alles auf einmal rausgehundeten Das ist geil, dass die das so staffeln Warte, was? sein bro ich bin jetzt erst gelandet ich bin da und ich bin da ich habe beide one gemacht ich suche ich suche nicht du könntest mich holen ich komme ich komme ich habe mich zu werden jetzt jetzt ich weiß ich weiß ich weiß ich mache ich mache das wird nichts ich weiß dagegen nicht hast du hier das oder noch gar nix gar nix gar nix was war das gott oben oben über uns drei leute ich muss da weg also ich muss selber dich jetzt um dich selbst gemacht über uns das ganze team drei leute drei gott ja mein busch weggemacht und ich habe mein gröppler nicht mehr so wichtig und da ist sogar ein rift siehst du den vielleicht den rift rein die schließung ab in der luft nein mini wäre jetzt gut ein einzigen bohrer kommen wir hier zwei jetzt okay man das ich muss einen zweiten leute das war so wichtig wo das sind sogar die die rift und du versuchst dann zu kommen okay er war aber noch nicht ohne brauche das problem ist ja genau deshalb scheiß auf zone das war es die pushen die pushen jetzt geh hoch jetzt geh hoch und holen die von um jetzt rift und holen von um ich mache das sind andere die anderen die anderen die andere aber du bist jetzt um das ich bin um ich bin um ja wir gucken uns gleich die lego fortnite trailer an leute ich muss interessieren auch schon zu du packst das bro stark oh mein gott oh mein gott wo wenn du das machst das game ich glaube der andere slow ist aktiviert der andere slow es ist recht da 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 okay du kannst du schießt damit eine dinge sind hinten gegen die wand nein nach dem baum weg du hast dort wo sie da du hast gott wo sie hat sniper sniper ja ja er musste hier kommen er muss zu dir kommen wo er muss er mit mir kommen ich warte ich mache das war du kannst easy warten eine zeit wenn du musst er muss er muss muss er muss muss lass ich nicht sein wo lass ich nicht sein das war echt knapp man jungs das lobby da steht das nach dem event um fünf uhr direkt die wartungsarbeiten beginnen ja ja komm mal um fünf uhr gegen die wartungsarbeiten sind die zäure vielleicht gegen zehn sogar live wenn wir glück haben ja ja es kann gut sein ja vielleicht sogar acht uhr drei stunden ich füge jetzt erstmal lego trailer mir an warte zeit eine stunde 40 minuten ja ist halt ja aber hier war kommt eh nicht rein epic alles down wo guckt ihr den trailer twitter oder was auf twitter gibts den ja kannst du mit dem schicken auf ihre boah weil ich den ganz schnell will finde brauche ich habe ihn direkt hier warte ich habe ihn dir auf das gott ja ja gerne ja das ist der trailer nein 20 sekunden laber einfach am sind bestimmt so ein richtig süßes ding ich finde es geil dass die farmbomber sind genommen haben das ist so für mich ich glaube ich werde das suchten kummer wie geil lego auch aussieht jungs apple games hat offiziell jetzt neue modi für chapter fünf bekannt gegeben lego fortnight rocket racing und fortnight festival der fortnight festival wird wahrscheinlich da sein wo immer die musiker auftreten werden ja genau weekend und so und lego fortnight wird beschrieben als ein ultimatives survival crafting lego adventure was ich sag guck mal wie minecraft open world open world wie minecraft nein oh mein gott bro ey world of warcraft minecraft mäßig oder was ich hab keine ahnung open world ey jungs ich kann nicht mal das ist zu viel impact gerade das ist zu viel information auf einmal das wird indem ich heraus ist erstmal alles verarbeiten jungs long term partnership between epic und lego geil 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 maps und ab 8 dezember kommt decided wo hab ich erst geschrieben haben die erst aber geschrieben auf offische gegner auf ist gibt offizielle seite aber da kannst du sich anmelden bei fire monkey auf twitter kannst du was nachlesen geisteskrank heftig gibt es jetzt hier so lego fort mit ihr jungs ist stimmt noch oder ich bin gleich auch auf die dann schicke ich alle rüber noch mal zustande morgen früh hier ist auch der rocket racing trailer hat übens bock gemacht also wann kommt jetzt namen wann kommt lego am 7 am 7 kommt lego am 8 kommt racing oder am 9 kommt weekend wäre das sehr so viel leute jeden tag etwas neues jeden tag was neues richtig richtig geil richtig geil ist der rocket racing als es einfach so rennen mode so ausscheinlich das ist ja wirklich krank alter garmann richtig richtig geil was sagst du filmst du dazu also ich werde ich werde den lego aber auch was freust du dich am meisten ich glaube ich freue mich sogar meist noch lego ich glaube auch ich sage ehrlich also open world open world zu die banane in lego dann ja ne banane lego banane lego holst du dir und am 5 kommt noch gta 6 raus das ist so krank juli das ist so krank stimmt da kommt der trailer wann kommt denn das also wann kommt das spiel komplett raus ist das hat das jahr über wenn überhaupt so ja okay das jahr weißt du mal so ein jahr vorher trailer und dann kommt das game ach so geht dieses festival soll echt da so viel also es soll viele kolops mit musikern sein in diesem modus ford x lego official image hört das mal an boah das ist auch richtig geil aus ich bin echt gespannt wie mon die seals zu sein so soll ich zeige ehrlich gucken wie die leute das so finden als der trailer da hast du wohl angezuckt damals mit dem zug und so der über die ganze karte fährt da mit dem einsatzschild und so schon komplett andere meter alles hat mich schon überlastet alles dauerung der voller hat 20 millionen eingeloggte spieler gerade ja alles battle pasken alles wird posten krass 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 boah ey shani hast du ja noch ein bomb äh der Tag ist hier ich habe den Trailer hast du morgen noch Bock vielleicht ein bisschen zu spielen ja safe 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 let's go ich werde ich bin so hype krass krass alter ich habe auch Bock Leute ich habe Bock so Freunde ich werde aufgehen ich werde aufgehen Leute äh wir werden uns morgen früh um 8 direkt wiedersehen ich würde uns noch ein bisschen weiter streamen aber äh dings wir werden morgen früh um 8 weiter streamen und werden äh werden dings Leute werden direkt in die neue Season reingehen ich hoffe ihr seid mit am Start boah ich freue mich ich sag ehrlich so geil woher kam aber jetzt die Map wie die Map ja das war jetzt so der Trailer für Chapter 5 morgen Leute morgen früh Chapter 5 Leute ich hoffe ihr seid mit am Start äh morgen früh wird geil werden lasst gerne ein Like und ein Abo da um nichts zu verpassen geil wird richtig geil Punkt 8 Uhr sind wir vielleicht sogar ein bisschen früher mal gucken ich werde jetzt direkt pennen gehen kurz noch ausruhen runterkommen pennen gehen und dann morgen direkt live Leute es wird krass ey kuss 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 für den krassen Support heute wieder und äh wir sehen uns morgen in alter frische meine Freunde der frischnis ich freue mich ey Fortnite wieder alles zerstört alle Rekorde gebrochen krank und die Leute haben noch gesagt vor einem vor einem halben Jahr Todesgame krank 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 Leute danke für den Support tschö mit Doppel Ö morg morg rog hoch Vielen Dank.